Sie hören Frequenz von Lincoln Child aus dem Amerikanischen von Axel Merz, gelesen von Stefan Wilkening, ein Hörbuch des Argon Verlags. Es war vielleicht der ungewöhnlichste Anblick, der sich je auf dem erhabenen und altehrwürdigen Gelände des im Jahre 1761 von Georg III. gegründeten Glasgow Institute of Science dargeboten hat. Ein großes Podium, gespickt mit Mikrofonen, war auf dem Great Lawn errichtet worden, der weitläufigen Rasenfläche direkt vor dem Verwaltungsgebäude. Vor dem Podium reihten sich mehrere Dutzend Klappstühle, auf denen Reporter von lokalen Zeitungen, der Londoner Times, dem Nature Magazine von Oceanography, Time und noch einigen anderen Platz genommen hatten. Zu Rechten des Podiums befanden sich zwei Fernsehkameras, die eine von BBC und die andere von CNN. Auf der Linken stand ein Gestell aus Holz, auf dem eine merkwürdige große Maschine aus dunklem Metall ruhte, die aussah wie eine Kreuzung zwischen einer Zigarrenhülle und einem Nadelkissen, ungefähr zehn Meter lang und mit einem ausladenden Aufbau auf der Oberseite. Anders als sein Begleiter trug er einen konservativen dunklen Anzug. Die beiden Männer erklommen das Podium und der Ältere räusperte sich. »Meine Damen und Herren von der Presse«, begann er, »ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Mein Name ist Colin Reed und ich bin der Verwaltungsdirektor des Glasgow Institute of Science. Zu meiner Rechten sehen Sie Dr. Jeremy Logan.« Reed nahm einen Schluck aus einem Glas Wasser, das am Rand des Reednerpults bereitstand und räusperte sich ein weiteres Mal. Sie haben sicherlich alle von Dr. Logans Arbeiten gehört. Er ist vielleicht nicht der einzige, aber mit Sicherheit derzeit der weltweit führende Enigmatologe. Seine Arbeit besteht darin, dass, in Ermangelung eines besseren Wortes, Unerklärliche zu untersuchen, zu analysieren, zu interpretieren und zu erklären, erklärt Rätsel der Geschichte auf. Er trennt Mythen von Wahrheit und das Natürliche vom Übernatürlichen. Neben ihm runzelte Logan leicht die Stirn, als fühle er sich unbehaglich angesichts Reeds Lobrede. Vor etwa zwei Monaten haben wir Dr. Logan an seiner Heimatuniversität in Yale kontaktiert und ihn gebeten, einen Auftrag für uns zu übernehmen. Dieser Auftrag ist schnell beschrieben. Er sollte die Existenz einer Kreatur beweisen oder widerlegen, die gemeinhin als das Monster von Loch Ness bezeichnet wird, und das endgültig. Dr. Logan hat die vergangenen sechs Wochen in Inverness verbracht und genau dies getan. Ich bitte ihn nun, seine Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Reed entfernte sich von den Mikrofonen und Logan trat vor. Für einen Moment musterte er die versammelte Menge Reporter, dann fing er an zu sprechen. Seine Stimme klang sanft und leise und sein amerikanischer Akzent stand in starkem Kontrast zu Reeds schottischem Rollen. Das Monster von Loch Ness ist das berühmteste aller mutmaßlichen Schottischen Seemonster, begann er. Vielleicht sogar der berühmteste aller Kryptiden. Das Ziel des Instituts, als es mich mit dieser speziellen Mission betraut hatte, lag nicht darin, die einheimische Tourismusindustrie zu kastrieren oder die ansässigen Souvenirhändler aus dem Geschäft zu drängen. Stattdessen sollte den amateurhaften und fehlgeleiteten Suchaktionen nach der Kreatur ein für allemal ein Ende bereitet werden. Unternehmungen, die in letzter Zeit immer mehr zugenommen und im vergangenen Jahr zu zwei Todesfällen durch Ertrinken geführt haben. Er nahm einen Schluck Wasser aus seinem Glas. Mir wurde sehr rasch klar, um die Existenz der Kreatur zu beweisen, ist es lediglich erforderlich, dass man sie in ihrem Element beobachtet. Um jedoch zu beweisen, dass sie nicht existiert, wäre sehr viel mehr Arbeit nötig. Dies würde vor allem jede Menge Technik erfordern. Also überredete ich die US-Navy, deren Angehöriger ich früher einmal war, mir eins von ihren Ein-Mann-U-Booten zur Verfügung zu stellen. Logan deutete auf den merkwürdigen Apparat auf dem Holzgestell zu seiner Rechten. Das U-Boot ist mit einem Doppelradar ausgestattet, einem synthetischen Apertursonar, einem Puls-Kompressionsecholot sowie zahlreichen anderen Technologien für Unterwasserkartografie und Zielerfassung. Zwei weitere wichtige Faktoren waren zu berücksichtigen. Erstens ist der See ziemlich lang und ungewöhnlich tief, stellenweise bis zu 230 Meter. Zweitens legten die sogenannten Sichtungen der Kreatur eine Morphologie ähnlich einem Plesiosaurus nahe, womit sie zwischen sechs und zwölf Meter lang wäre. Es gab mehrere Unbekannte, die berücksichtigt werden mussten, beispielsweise den Bewegungsradius der Kreatur und ihre Präferenzen in Bezug auf ihren Lebensraum. Aber die konnten nicht bestimmt werden, bevor die Kreatur nicht lokalisiert war. Ich fing damit an, dass ich mich mit dem U-Boot und seiner Technik sowie mit der Topografie des Sees vertraut machte, sowohl über- als auch unter Wasser. Meine zuvor erwähnte Dienstzeit bei der Navy vereinfachte diese Aufgabe. Ich verbrachte eine Woche mit Testfahrten, ohne auf eine Spur der Kreatur zu stoßen. Als nächstes ließ ich mir vom Institut Netze liefern, eine ganze Menge Netze, um genau zu sein. Unter Verwendung von militärspezifischem Nylon setzten wir daraus ein Netz von 3000 Metern Länge und 250 Metern Höhe zusammen. Diese Worte riefen überraschtes Gemurmel hervor. Was dann kam, war ziemlich langweilig, doch nach den ersten paar Versuchen recht einfach zu bewerkstelligen. Mir kam der glückliche Umstand entgegen, dass der See, obwohl er über 32 Kilometer lang ist, an seiner breitesten Stelle keine drei Kilometer misst. Wir fingen am nördlichsten Punkt des Sees an und arbeiteten uns nach Süden vor. Ich hatte zwei Forschungsassistenten vom Institut und zwei Motorbarkassen aus Inverness zur Unterstützung. Jeden Tag durchkämmte ich mit dem U-Boot einen gut eineinhalb Kilometer großen Abschnitt. Sozusagen eine Scheibe des Sees von etwa 1,5 Kilometern Länge entlang der XY- und Z-Achsen. Für jede dieser Scheiben machte ich drei separate Durchgänge in unterschiedlichen Tiefen und suchte mithilfe der Instrumente des U-Boots nach jedweden Objekten in der vermuteten Größe der Kreatur. Die Instrumente des U-Boots haben eine große Reichweite und sind extrem präzise. Ein Objekt in der fraglichen Größe wäre nicht unentdeckt geblieben. Am Ende eines jeden Tages versetzte ich das Netz mithilfe meiner Assistenten an den beiden Seeufern und den Barkassen auf dem Wasser 1,5 Kilometer weiter bis zum Endpunkt meiner Suche. Das Netz riegelte den See lateral vollständig ab, wie ein Anti-U-Boot-Netz vor einer Hafeneinfahrt. Die Maschen waren so groß, dass jeder normale Fisch ohne Mühe hindurch passte, solange er nicht dicker als 40 Zentimeter war. Wasserfahrzeuge wurden einzeln abgefertigt. Jeden Tag erkundete ich auf diese Weise einen weiteren Abschnitt des Sees und am Ende eines jeden Tages zogen wir das Netz ein Stück vor. Nach 20 Tagen erreichten wir das südliche Ende von Loch Ness. Ohne Resultat. Und daher, Ladies and Gentlemen, dürfen Sie die drei Worte, die ich Ihnen jetzt sagen werde, ruhig als Tatsache betrachten, auch wenn ich sie mit einigem Bedauern ausspreche. Ich erfreue mich genau wie jeder andere auch an kryptozoologischen Legenden. Aber Nessie existiert nicht. Logens Worte wurden mit Applaus begrüßt, vereinzelt Gelächter. In der Ferne wurde ein dumpfes Geräusch hörbar, ein dröhnendes, repetitives Klopfen. Es kam näher und entpuppte sich als das Schlagen von Rotorblättern. Im nächsten Moment tauchte ein fetter Helikopter mit militärischen Abzeichen über einem von Reihenhäusern aus rotem Backstein gesäumten Hügel auf und schwebte rasch heran. Der Hubschrauber der US Navy ging tiefer, bis er direkt über dem Rasen und dem grauen U-Boot schwebte. Der Wind der Rotoren drückte das Gras in einer runden Scheibe flach und die Reporter mussten Hüte, Mützen und Papiere festhalten, damit sie nicht weggeweht wurden. Ein Techniker in einem Overall kam durch eine Nebentür des Verwaltungsgebäudes, stieg auf das Holzgerüst und befestigte zwei mächtige Haken, die sich aus dem Bauch des Helikopters senkten, an entsprechenden Ösen auf der Oberseite des kleinen U-Boot. Er kletterte wieder herunter, zeigte dem Piloten die erhobenen Daumen und der Helikopter stieg behutsam in die Höhe, zusammen mit dem schwankenden U-Boot unter dem Rumpf. Höher und höher ging es hinauf. Dann nahm er langsam Geschwindigkeit auf und begab sich mit seiner ungewöhnlichen Fracht auf Ostkurs. Sechzig Sekunden später war er verschwunden und wenig später war nichts mehr zu hören. Die gesamte Operation hatte keine fünf Minuten beansprucht. Logan starrte noch für ein paar Augenblicke zum fernen Horizont, bevor er sich wieder den Medienvertretern zuwandte. »Und jetzt beantworte ich Ihnen mit Freude Ihre Fragen, so gut ich es vermag«, sagte er. Drei Stunden später, in einer behaglichen Bar aus der Zeit Edwards VII., im opulentesten Hotel von ganz Glasgow, prosteten sich dieselben beiden Personen, Colin Reed und Jeremy Logan, über zwei Gläser eines torfigen Single-Malt Scotch, unverdünnt und ohne Eis, hinweg zu. »Eine wunderbare Leistung«, sagte Reed, »und damit meine ich nicht nur die Pressekonferenz heute, sondern die gesamte Arbeit von Anfang bis Ende.« »Schauspielern ist neu für mich«, erwiderte Logan, »aber es ist gut zu wissen, dass ich, sollte das Geisterjägergeschäft je einbrechen, mein Zerleer von der Yale dadurch aufbessern könnte, dass ich mich auf die Bühne stelle.« »Und jetzt beantworte ich Ihnen mit Freude Ihre Fragen, so gut ich es vermag«, »ach«, sagte Reed kichernd, »was für eine wunderbare Verdrehung der Tatsachen.« Er nahm einen Schluck von seinem Scotch. »Nun ja, ich denke, wir können mit einiger Zuversicht sagen, dass nach der heutigen Bekanntmachung, zusammen mit den neuen gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Wasserfahrzeuge auf dem See, die wilde Jagd nach dem Monster von Loch Ness, aufhören wird.« Das war der Plan. Reed zuckte zusammen, als hätte er etwas vergessen. »Oh, richtig«, ergriff in seine Tasche und zog einen schlanken Umschlag hervor. »Bitte sehr, Ihr Saler.« »Ich fühle mich immer noch nicht gut dabei, Geld vom Institut anzunehmen«, sagte Logan, als er den Umschlag einsteckte. »Aber ich tröste mich mit dem Gedanken, dass es als Kompensation gedacht ist für den Schaden, den mein Ruf nehmen könnte, sollte die Wahrheit jemals ans Licht kommen.« »Wir danken Ihnen. Und wichtiger noch, ich bin sicher, Nessie dankt Ihnen.« Der Direktor zögerte. »Sie haben die... Daten... bei sich?« Logan nickte. »Und Sie glauben immer noch, es wäre am besten, Sie zu vernichten?« »Es ist die einzige Option. Was, wenn diese Aufnahmen an die Öffentlichkeit gelangen, oder noch schlimmer, viral ins Internet gehen? Es würde alles zunichte machen, was wir erreicht haben. Nein, ich verbrenne Sie, sobald ich auf meinem Zimmer bin.« »Selbstverständlich. Sie haben recht.« Reed zögerte. »Dürfte ich... dürfte ich vielleicht einen letzten Blick darauf werfen?« »Natürlich.« Logan sah sich in der Bar um, dann sperrte er den Zero-Halliburton-Attaché-Koffer auf, der neben ihm auf der Bank lag, zog einen Hefter hervor und reichte ihn Reed. Der Direktor des Instituts nahm ihn und blätterte durch die Seiten. Seine Augen glitzerten vor hungriger Faszination. Die Seiten enthielten Bildmaterial aus einer Vielzahl verschiedener technischer Quellen, akustische Rückstreuung, synthetische Aperturpulse, aktives Richtstrahlsonar. Die Bilder zeigten ausnahmslos dasselbe Objekt, in unterschiedlichen Positionen und aus unterschiedlichen Winkeln. Eine Kreatur mit einem massigen, ovoiden Rumpf, seitlichen Finnen und einem langen, schlanken Hals. Reed verweilte für einen langen Moment über den Bildern, bevor er den Hefter mit einem betrübten Seufzer zuklappte und Logan zurückgab. Als Logan den Hefter gerade wieder in den Attaché-Koffer legen wollte, kam ein Mann in der Uniform des Hotels zu Ihnen an den Tisch. »Dr. Logan?« fragte er. Logan nickte. »Ein Anruf für Sie, Sir. Vorne beim Empfang.« Logan runzelte die Stirn. »Ich bin mitten in einer Besprechung. Kann das nicht warten?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, nein, Sir. Der Anrufer sagte, die Angelegenheit sei dringlich. Höchst dringlich.« Wenn man sich der Jamestown-Verezano-Bridge von Westen her über die Rhode Island Route 138 näherte, bot die vierspurige Hohlkastenkonstruktion aus Beton einen gefälligen, wenn auch alarmierend schrägen Anblick. Es war Mittag und außerhalb der Saison dementsprechend dünn war der Verkehr. Dr. Jeremy Logan tippte das Gaspedal seines 68er-Lotus-Elen nur leicht an und der Roadster gehorchte, glitt mühelos die weite Rampe hinauf und über die Brücke hinweg. Ein schmaler Streifen Land flog unter ihnen vorbei, dann folgte ein Stück voraus die nächste Brücke, die Clayborne-Pell. Diese Brücke war sowohl länger als auch deutlich höher. Logan wusste genug über Baustatrik, um Tragseilbrücken beunruhigend zu finden und er trat das Gaspedal ein Stück tiefer durch. Der Wagen rauschte die Anhöhe hinauf, überwand den Apex des Brückenbogens und dann vertrieb die sich darbietende Aussicht jeden Gedanken an Resonanzfrequenzen aus Logans Kopf. Vor ihm lag Newport Road Island, ein glitzerndes Juwel in der frühherbstlichen Sonne wie O's am Ende der gelben Straße. Kleine Buchten, Marinas, Häfen, Werften und schimmernde Gebäude aus Stein oder weiß gestrichenen Schindeln, kaum zu unterscheiden auf dieser Entfernung, erstreckten sich nach rechts und links. In mittlerer Distanz kreuzte eine Handvoll Slups und Kettboote durch das Wasser, stark kränkend im Wind, die weißen Segel straff und voll. Es war ein Anblick, der niemals langweilig wurde und Logan genoss ihn in vollen Zügen. Er reichte beinahe aus, um ihm das bohrende Geheimnis vergessen zu machen, dessen Wegen er eigentlich hergekommen war. Am Ende der Brücke bog er, wie fast alle Touristen, nach rechts ab in die Farewell Street und durchquerte die schmalen, in dichtem Verkehr erstickenden Straßen der Altstadt bis zum Memorial Boulevard. Dort angekommen, bog er allerdings nicht nach links ab, in Richtung Cliff Walk und der makellos gepflegten Fassaden von Cottages wie Marble House oder Breakers, sondern nach Südwesten bis zur Ocean Avenue. Er passierte eine Reihe kleiner Strände, einen Country Club und die unvermeidlichen Sommerresidenzen. Einige Kilometer weiter erreichte er einen schmalen, gepflasterten Weg, der von der Hauptstraße nach Süden abzweigte. Auf dem Straßenschild stand lediglich Privat und kein Name. Er bog in den Weg ein. 100 Meter weiter erreichte er eine Mauer aus alten, verwitterten Ziegeln, die sich zu beiden Seiten erstreckte, soweit das Auge reichte. Direkt vor ihm befand sich eine Schranke. Ein schiefergedecktes Gebäude diente als Wache. Logan hielt, um seine Papiere zu zeigen. Der Sicherheitsbedienstete in dem Wachhäuschen warf einen kurzen Blick darauf, nickte und gab sie zurück. Die Schranke über dem Weg hob sich, Logan winkte kurz und fuhr weiter. Die schmale, gewundene Straße führte durch einen kleinen Wald, über eine Erhebung und noch eine weitere. Schließlich umrundete Logan eine letzte Biegung und hielt an, als er zum ersten Mal seit zehn Jahren das Lux erblickte. Es war noch größer, als er es in Erinnerung hatte. Es war dem Napworth-Haus im Südosten Englands nachempfunden, jedoch in einem weit größeren Maßstab. Das sandfarbene Bauwerk erstreckte sich nach beiden Seiten scheinbar kilometerweit, bevor es in Ost- und Westflügeln endete. Mit seiner eigentümlichen Mischung aus Renaissance, Klassizismus und Spätgotik und den in der Sonne glitzernden Bleiglas-Fenstern erinnerte die Villa Logan noch mehr an das Wunderland Oss als Newport selbst, bis auf die Tatsache, dass die dunklen Ranken von Efeu an der Fassade, die Zinnen entlang des Daches und die Türmchen und Giebel mit den Spitzdächern, dem Gebäude eine kampfbereite, bedrohliche Aura verliehen. Nein, nicht bedrohlich, dieser Ausdruck war zu stark. Beunruhigend, hatte Logan es beim ersten Anblick genannt, und bei diesem Ausdruck beließ er es auch dieses Mal. Die hohe Mauer, die er auf dem Weg hierher passiert hatte, war zu beiden Seiten in der Ferne zu sehen. Sie zog sich über das grasbewachsene Gelände und endete auf beiden Seiten an den steilen, felsigen Krippen oberhalb des Atlantiks. Entlang der Flanken des Hauptgebäudes verteilt lagen mindestens ein Dutzend Nebengebäude unterschiedlicher Form und Größe. Ein Kraftwerk, ein Treibhaus, Lagerhäuser und eine Reihe fensterloser, flacher Bauten, von denen Logan wusste, dass es sich um Labore handelte. Alles zusammen bildete einen Campus von nahezu 40 Hektar. Im Schritttempo ließ er den Wagen die langgezogene Auffahrt hinauf zu einem Parkplatz vor dem Westflügel rollen. Der Haupteingang mit seinen vier massiven spiralförmigen Säulen unter einem marmornen Giebeldreieck war viel zu prunkvoll, um für irgendetwas genutzt zu werden, außer zu Dekorationszwecken. Er stieg aus dem Wagen und ging den kurzen, von Bäumen gesäugten Weg hinunter zu einer Doppeltür. Erst hier, festgeschraubt an der Fassade neben dem Eingang auf einer dunkel verwitterten Bronzeplakette verriet die Örtlichkeit dem Besucher ihren Namen. Luchs. Auf der anderen Seite des Eingangs befanden sich mehrere Vorrichtungen. Ein numerisches Tastenfeld, eine Gegensprechanlage mit Summa, sowie ein weiteres technisches Ding, das Logan nicht identifizieren konnte. Ein Schild über allen Dreien verkündete, Bewohner und Gäste außerhalb der Öffnungszeiten Tastenfeld benutzen. Logan war weder das eine noch das andere und weil Mittag war, betätigte er den Summer. Einen Moment später krächzte eine Frauenstimme durch den Lautsprecher. Sie wünschen? Mein Name ist Dr. Jeremy Logan, antwortete Logan, indem er sich vorbeugte und in das Mikrofon sprach. Eine kurze Pause, dann Bitte treten Sie ein. Ein Summen erklang und die Doppeltüren sprangen auf. Logan betrat das Gebäude. Vor ihm lag der lange, breite Korridor, an den er sich erinnerte. Er vermittelte recht deutlich den doppelten Zweck des gewaltigen Anwesens, während die Wände und Decken mit elegantem, an das Rokoko erinnerndem Stuck verziert waren, was auf die palastartige Residenz eines Räuberbarons aus einem früheren Jahrhundert hindeutete, ließen die von Büchern übersäten Tische, die von Wand zu Wand reichenden Teppichböden, die Türschilder und die auffälligen roten Wegweiser zu den Ausgängen einen zweiten, völlig anderen Verwendungszweck erkennen. Logan ging ungefähr zehn Meter den Korridor hinunter, dann trat er durch eine mit Rezeption gekennzeichnete Tür. Telefone summten, Finger tippten geschäftig auf Tastaturen und trotzdem hing eine merkwürdig gedämpfte Stimmung in der Luft, die Logan sofort bemerkte. Eine Stimmung, die nach Logans Empfinden so überhaupt nicht zum normalen, professionellen Alltag eines geschäftigen Büros passen wollte. Hinter einem langen Schreibtisch saß eine Frau, die ihn eintreten sah. »Dr. Logan?« fragte sie. »Das ist richtig.« »Ich habe den Direktor informiert. Er wird jeden Moment hier sein.« Logan nickte. »Danke sehr.« Er wandte sich zu den ledergepolsterten Ohrensesseln und Sofas um, die den Wartebereich bildeten, entschied sich für einen und wollte sich eben setzen, als die vertraute Gestalt von Gregory Olofsson im Eingang der Rezeption auftauchte. Er war älter geworden. Das dichte schwarze Haar war schloh-weiß und die Falten um seine Augen herum waren nicht mehr nur Lachfalten. Doch das war nicht alles. Irgendetwas, das nichts mit den Jahren zu tun hatte, hat er sein Gesicht zusätzlich altern lassen. Er lächelte beim Anblick von Logan, aber es war ein kurzes Lächeln, sogleich wieder verschwunden. »Jeremy«, sagte er, als er vortrat und Logans Hand ergriff. »Schön, Sie wiederzusehen.« »Hallo, Gregory«, erwiderte Logan. »Sie fragen sich bestimmt, was das alles soll. Kommen Sie doch bitte mit in mein Büro und ich erkläre Ihnen alles dort.« Er führte Logan aus dem Zimmer. Olafsons Büro war fast genauso, wie Logan es in Erinnerung hatte. Dunkle Holzpaneele im Edwardischen Barock, Lampen aus poliertem Messing, dazu die anachronistischen, kritzeligen Gemälde an den Wänden. Olafsson bevorzugte den abstrakten Expressionismus. An einer Wand boten hohe Fenster mit massiven Rahmen einen Ausblick auf die gepflegte Landschaft draußen. Grüne Vegetation, die sich bis zu den felsigen Klippen über einem aufgewühlten Ozean hinzog. Die unteren Schieberahmen der Bleiglasfenster waren ein wenig hochgeschoben und Logan konnte sowohl das ferne Krachen der Wellen gegen die Felsen hören, als auch die salzige Seeluft riechen. Der Direktor bot Logan einen Platz an, dann setzte er sich zu ihm. »Ich weiß es zu schätzen, dass Sie so schnell gekommen sind.« Sie sagten, die Angelegenheit sei dringend. »Und das ist sie, in der Tat. Aber ich bin in großer Verlegenheit, Ihnen den genauen Grund zu erklären, dass...« Olafsson zögerte einen Moment. »Das ist nämlich der Punkt, an dem Sie ins Spiel kommen. Ich wollte mich Ihrer Dienste versichern, bevor ein anderer Auftrag in die Quere kommt.« Olafsson verstummte und die beiden Männer blickten sich für einen langen Moment schweigend an. »Bevor ich weiterspreche, muss ich wissen, ob Sie bereit sind, jedes Vorurteil und jeden alten Groll aus dem Spiel zu lassen, der möglicherweise aus früheren... ja... Differenzen... resultiert,« fuhr Olafsson schließlich fort. Wieder Stille. Logan musterte seinem Gegenüber. Er hatte hier in diesem Sessel gesessen, als er das letzte Mal mit Olafsson gesprochen hatte, vor ziemlich genau einer Dekade. Es war ungefähr die gleiche Jahreszeit gewesen und der Direktor hatte den gleichen Ausdruck im Gesicht wie heute, nervös und angespannt. Fragmente von Olafsons kurzer Ansprache kamen Logan in den Sinn, gefiltert durch einen Schleier aus Zeit und Erinnerung. Gewisse Mitglieder sind ausgesprochen besorgt, vermeintlicher Mangel an akademischer Sorgfalt, Interessen des ältesten und renommiertesten Forschungsinstituts müssen an erster Stelle stehen. Logan verlagerte sein Gesicht im Sessel, »da wird es kein Problem geben.« Der Direktor nickte. »Und ich darf mir Ihrer völligen Diskretion sicher sein, vieles von dem, was ich Ihnen erzählen werde, ist streng geheim, selbst vor den anderen Mitgliedern der Fakultät, dem Personal und den Kollegen. Das gehört zu meiner Arbeit. Sie brauchen eine solche Frage nicht zu stellen. Ja, aber ich musste. Verstehen Sie? Danke sehr.« Olafsons Blick huschte kurz nach draußen zum Meer, ehe er seine Aufmerksamkeit wieder auf Logan richtete. »Erinnern Sie sich an Dr. Strachey?« Logan überlegte. »Will it Strachey?« Olafsson nickte. »Er war ein Computerwissenschaftler, richtig?« »Ich stimmt. Strachey war kürzlich im Brennpunkt einer sehr traurigen Begebenheit, die sich hier im Lux zugetragen hat.« Logan erinnerte sich an die bedrückte Atmosphäre, die er während seiner kurzen Wartezeit in der Rezeption bemerkt hatte. »Erzellen Sie!« Der Blick des Direktors wanderte ein weiteres Mal nach draußen und auf das Meer, bevor er antwortete. »Stachey war während der letzten ein oder zwei Wochen nicht er selbst.« »Könnten Sie ein wenig deutlicher werden?« fragte Logan. »Rastlos. Allem Anschein nach schlief er nicht oder nur sehr wenig. Äußerst reizbar. Wenn Sie sich an ihn erinnern, werden Sie wissen, dass das völlig untypisch für ihn war und er...« Olafsson zögerte erneut. Er hatte angefangen, Selbstgespräche zu führen. »Tatsächlich.« »So habe ich mir sagen lassen. Leise, aber ausgiebig und manchmal sogar lebhaft und erregt. Dann, vor vier Tagen kam es zu einem plötzlichen Zusammenbruch.« »Sprechen Sie weiter«, sagte Logan. Er wurde gewalttätig, griff seine Assistentin an. Olafsson schluckte. »Wie Sie wissen, haben wir nur einen rudimentären Sicherheitsdienst hier. Wir sind nicht ausgerüstet für derartige Vorfälle. Wir überwältigten ihn, so gut es ging, und sperrten ihn in die Besucherbibliothek im ersten Stock. Dann riefen wir die Rettung.« Logan wartete, daß der Direktor fortfuhr. Olafsson erhob sich jedoch und trat zu einer Wand. Er schob einen dekorativen Vorhang beiseite, und dahinter erschien eine Projektionsfläche. Er öffnete eine Schublade in der gleichen Wand, zog einen Digitalprojektor hervor, verband ihn mit der Steckdose und richtete ihn auf die Projektionswand. »Es ist einfacher für Sie und ganz sicher auch für mich, wenn Sie sich das hier selbst ansehen,« sagte er. Dann ging er zur Tür, schaltete das Licht aus und startete den Projektor. Zuerst blieb die Bildfläche leer, dann lief eine Serie von Zahlen vorbei, und schließlich erschien ein Gesicht, schwarz-weiß und leicht körnig wegen der starken Vergrößerung, das Videosignal einer Sicherheitskamera. Am unteren Rand waren Datum und Uhrzeit eingeblendet. Logan erkannte den Raum wieder. Es war, wie Olafsson gesagt hatte, die Besucherbibliothek des Instituts, ein überladener Raum mit schwülstigen Wandleuchtern und einer Kassettendecke. Drei der Wände waren vom Boden bis zur Decke mit Büchern zugestellt. In der vierten waren mehrere große Fenster, so massiv wie die in Olafsons Büro. Ohrensessel, Ottomanen und Sitzbänke standen überall in dem großzügigen Raum verteilt. Es war keine Arbeitsbibliothek, diese befand sich in anderen Räumlichkeiten des riesigen Gebäudes und sie war viel besser ausgestattet, sondern dazu gedacht, Gäste und potenzielle Klienten zu beeindrucken. Aus der Vogelperspektive der Sicherheitskamera konnte Logan einen Mann erkennen, der auf dem kostbaren Teppich auf und ab ging, ohne Frage, in einem Zustand extremer Erregung. Er zerrte an seiner Kleidung, zupfte an seinen Haaren. Logan erkannte in ihm die zehn Jahre ältere Version von Dr. Strachey, vielleicht sechzig oder fünfundsechzig. Gelegentlich hielt der Wissenschaftler inne und beugte sich vornüber, wobei er die Hände wie zum Schutz vor einem unerträglichen Geräusch auf die Ohren presste. Wir haben ihn dorthin gebracht, sagte Olafsson, damit er nicht sich oder jemand anderen verletzte, bevor Hilfe kam. Logan sah, wie Strachey zur Tür ging und unter lautem Schreien wie wild am Knauf zerrte. Was brüllt er, wollte Logan wissen. Das kann ich nicht sagen, antwortete Olafsson. Ich fürchte, es war nur ein Tobsuchtsanfall. Die Tonqualität ist sehr schlecht. Nur ein paar unserer Sicherheitskameras verfügen über integrierte Mikrofone. Strachys Erregung nahm nun sichtlich zu. Er hämmerte gegen die Wände, riss Bücher aus den Regalen und schleuderte sie durch den Raum. Wieder und wieder verharrte er, um sich die Ohren zuzuhalten und den Kopf zu schütteln wie ein Hund, der eine Ratte im Maul hin und her schüttelt. Er ging zu den Fenstern und schlug mit den geballten Fäusten dagegen, doch das Bleiglas war zu dick, als dass es so leicht zu brechen wäre. Strachys fing an zu torkeln und mit den Armen zu rudern, als wäre er blind. Er rannte gegen Wände und kippte Tische um. Er stolperte in Richtung der Kamera und für einen kurzen Moment wurde seine Stimme klarer. Schließlich wandte er sich gehetzt und nach Luft ringend wieder ab und blickte sich suchend um. Und dann, urplötzlich, wurde er ruhig. Aus den Augenwinkeln sah Logan, wie Olofsson sich abwandte. Ich muss Sie warnen, Jeremy. Ich fürchte, was jetzt kommt, ist furchtbar verstörend. Unter den Augen der Kamera wandte sich Strachys in Richtung der Fenster. Zuerst bewegte er sich langsam und zögernd, dann wurde er schneller und zuversichtlicher. Er erreichte das erste Fenster und versuchte, den unteren Teil hochzuschieben, aber der schwere alte Rahmen bewegte sich nur wenige Zentimeter. Strachys ging zum nächsten Fenster und zerrte mit wilden, ruckenden Bewegungen am Rahmen. Auch er ließ sich nur ein paar Zentimeter hochschieben. Die alten metallbeschlagenen Schiebefenster waren für sich genommen schon extrem schwer, wie Logan wusste, und sie waren sicher seit Jahrzehnten nicht gereinigt und geölt worden. Strachys näherte sich dem dritten Fenster, zerrte erneut am unteren Rahmen. Dieser ließ sich leichter bewegen. Logan verfolgte, wie Strachys das Fenster höher schob, zuerst mit beiden Händen, dann mit der Schulter. Logan konnte das angestrengte Stöhnen des Mannes hören. Schließlich hatte er das Fenster ganz oben, gut einen Meter über der unteren Schwelle. Draußen befand sich kein Gitter oder Geländer. Die Bibliothek lag im Erdgeschoss des Gebäudes, und durch das weit geöffnete Fenster würde Strachy ungehindert in die Freiheit gelangen. In der nächsten Minute wäre er durch das offene Fenster und verschwunden. Worin also bestand die außergewöhnliche Tragik dieses einzelnen durchgedrehten Wissenschaftlers? fragte sich Logan. Nur, dass Strachy nicht durch das Fenster flüchtete. Stattdessen bückte er sich davor, hantierte in der rechten Ecke herum, fummelte an der Nut des Rahmens. Es war die Kette, begriff Logan, an der der Schieberahmen des Fensters geführt wurde. Er kniff verblüff die Augen zusammen und starrte auf die Bildfläche. Strachy hielt die Kette jetzt in einer Hand. Mit der anderen führte er eine Art Drehbewegung an einem Gegenstand aus, den sein Körper vor der Kamera verbarg. Dann zog er die Hand weg. Er hielt das eiserne Gegengewicht des Schiebefensters in der Hand. Ungefähr 25 Zentimeter lang und dem Aussehen nach schwer. Strachy hatte es von der Fensterkette losgeschraubt. Er ließ das Metallstück zu Boden fallen. Mit der anderen Hand hielt er weiter die Kette gepackt. Nur sein Griff um die Kette verhinderte nun, dass der Schieberahmen nach unten krachte. Plötzlich hatte Logan eine grausige Vorahnung. Mit der Kette fest in der Hand kniete sich Strachy vor das Fenster und legte den Hals auf die untere Schwelle. Für einen Moment geschah nichts, während Logan, erstarrt in seinem Sessel, hörte, wie der Mann mehrere Male zitternd nach Atem rang. Dann ließ Strachy die Kette los. Mit einem scharfen Kreischen wie die Pfeife eines Zuges rauschte das schwere Schiebefenster in seiner Führung nach unten. Das Knirschen der brechenden Knochen war entsetzlich, hörbar selbst über den Lärm des Fensters hinweg, und Strachys Körper bäumte sich auf, als stünde er unter doch nicht ohne aus den Augenwinkeln zu sehen, wie Strachys Kopf hinunterfiel in die Blumenbeete draußen vor der Bibliothek und wie ein Schwall von Blut pechschwarz im mitleidlosen Auge der Sicherheitskamera aus dem enthaupteten Leichnam spritzte. Eine ganze Minute lang rührte sich keiner der beiden Männer. Dann stand der Direktor wortlos auf, schaltete das Licht wieder ein, verstaute den Projektor, schob den Vorhang vor die Projektionswand und kehrte an seinen Platz zurück. Mein Gott, murmerte Logan. Wir konnten die Tatsache nicht geheim halten, dass Strachys sich das Leben genommen hat, sagte Olafsson. Allerdings haben wir uns aus offensichtlichen Gründen bemüht, die Einzelheiten auf ein Minimum zu beschränken. Nichtsdestotrotz zirkulieren im Haus Gerüchte. Er hob den Kopf und sah Logan an. Ich muss sie fragen, Was ist ihr erster Gedanke? Mein Gott, sagte Logan erneut. Er war geschockt. Er versuchte eine Erinnerung an Willard Strachy aus seiner eigenen Zeit am Luchs herauf zu beschwören, doch alles, was er sah, war das Bild eines stillen, relativ scheuen Mannes mit dünnem mausgrauen Haar. Sie hatten sich zugelächelt und genickt, aber nie miteinander gesprochen. Er drängte den Schock zurück und versuchte Olofsons Frage zu beantworten. Ich denke, begann er langsam, sich auf solch eine Weise selbst das Leben zu nehmen. Es kann eigentlich nur bedeuten, dass dieser Mann es nicht ertragen konnte, auch nur eine Minute länger am Leben zu bleiben. Er konnte nicht warten, bis er Zugang zu Tabletten, einer Waffe, einem Wagen, dem Dach eines Gebäudes hatte. Er musste sterben, und zwar auf der Stelle. Der Direktor nickte, er beugte sich vor. Ich beschäftige mich normalerweise nicht mit den alltäglichen Angelegenheiten am Lux, das überlasse ich Perry Maynard, aber ich kannte Will Strachey seit dreißig Jahren. Er war der stabilste, freundlichste, vernünftigste Mann von allen. Er war außerdem einer meiner besten Freunde. Er war Trauzeuge bei meiner Hochzeit. Es ist unvorstellbar, dass er jemanden körperlich angreift. Niemals, nie im Leben hätte er sich selbst getötet und ganz gewiss nicht auf so eine Weise. Will verabscheute Hässlichkeiten und Szenen. Ein Akt wie dieser ist komplett wieder seine Natur. Olofsson beugte sich noch ein Stück weiter vor. Die Behörden haben es, wie nicht anders zu erwarten war, als Selbstmord aufgenommen und fertig. Es scheint, sie haben keine besonders hohe Meinung von Forschungsinstituten und den dort tätigen Wissenschaftlern. Und der Polizeipsychologe hat es, wenn ich mich recht entsinne, als eine kurze, reaktive Psychose aufgrund einer Bewusstseinsstörung abgetan, schloss der Direktor verächtlich. Aber ich weiß, dass das nicht der Fall war. Und ich weiß noch etwas. Der Mann in diesem Video ist nicht der Mann, den ich Grund, aus dem ich sie hergebeten habe. Das ist nicht gerade mein spezielles Arbeitsgebiet, sagte Logan. Ich bin kein Privatdetektiv, ich bin Enigmatologe. Und ist das hier etwa kein Rätsel? fragte Olofsson leidenschaftlich mit einem Zittern in der Stimme. Ich sagte Ihnen doch gerade, der Mann dort auf dem Video, das war nicht Will Strachey. Er hätte so etwas niemals getan. Und doch kann man nicht bestreiten, dass er sich selbst umgebracht hat. Sie haben das Video gesehen. Ich habe seine Leiche gesehen. Er hielt inne und strich sich mit der Hand über die Stirn. Wir müssen herausfinden, was ihm zugestoßen ist. Nicht für mich, sondern für das Lux. Sie sagen, sie seien einer seiner besten Freunde gewesen, sagte Logan. Gab es etwas, das ihm Sorgen bereitete? Irgendetwas in seinem beruflichen oder privaten Umfeld? Ich habe ihn in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so oft gesehen, wie mir lieb gewesen wäre. Olofsson deutete mit der Hand auf seinen Schreibtisch, als wolle er die viele Arbeit sagen. Aber ich bin sicher, es gab nichts. Er hat nie geheiratet, blieb lieber allein. Er war wohlhabend und unabhängig. Er hatte keine gesundheitlichen Probleme. Jährliche ärztliche Untersuchungen gehören bei uns dazu. Jedenfalls förderte sein Medizincheck vor zwei Monaten nichts zutage. Ich habe nachgesehen. Ich glaube, er war dabei, seine Arbeit abzuschließen. Seine Assistentin Kim Mikolos oder Dr. Maynard können Ihnen sicherlich mehr darüber erzählen. Ich darf Ihnen allerdings versichern, dass ihm die Aussicht auf den Ruhestand keine Probleme gemacht hat. Will Strachey am Institut er hat einen bleibenden Beitrag auf seinem Forschungsgebiet geleistet. Es gab eine Menge, worauf er stolz sein konnte und eine Menge, für die es sich zu leben lohnte. Als wir das letzte Mal zusammen zum Mittag gegessen haben, hat er von all den Dingen gesprochen, auf die er sich im Ruhestand freute. Die Kathedralen in Europa besichtigen. Er war ein großer Fan mit einer klassischen Ausbildung. Er musste seine musikalischen Ambitionen vor Jahren beiseite schieben, als seine Arbeit an der Datenbank zu aufzehrend wurde. Das Mittelmeer auf dem Segelboot erleben. Er war ein begeisterter Segler. Will war ein Mann mit vielen Plänen. Er hatte nicht den geringsten Grund sterben zu wollen. Nicht den geringsten. Schweigen senkte sich auf die beiden Männer. Nach knapp einer Minute nickte Logan. Also gut. Unter einer Bedingung. Ich benötige uneingeschränkten Zugang zu den Büros und den Labors des Lux sowie zu sämtlichen Unterlagen und Aufzeichnungen. Der Direktor zögerte nur eine Sekunde. Einverstanden. Brauche ich eine offizielle Agenda, einen Grund für mein Hiersein, dafür, dass ich Fragen stelle und herumschnüffele, immerhin wäre meine, sagen wir, Vergangenheit beim Lux zu berücksichtigen. Auf Olofsons Gesicht erschien ein gequälter Ausdruck. Daran habe ich auch gedacht. Viele der Leute, die sie vor zehn Jahren hier kannten, sind immer noch bei uns und sie selbst sind natürlich einigermaßen bekannt geworden seit damals. Aber wenn sie ungehindert operieren wollen, wüsste ich nicht, wie falsche Schüchternheit oder Heuchelei weiterhelfen sollte. Sie sind auf Bitte des Vorstands hier, um die mysteriösen Umstände zu untersuchen, die zu Dr. Strachys Tod geführt haben. Ganz einfach. Ich würde gar nicht weiter ins Detail gehen. Bestens. Sonst noch etwas, das ich wissen sollte, bevor ich mich an die Arbeit mache? Ja. Der Direktor zögerte kurz. Ich schätze, es ist nur fair, Sie zu warnen. Nicht jeder wird sich darüber freuen, Sie zu sehen. Ich spreche nicht nur von Ihrer Vergangenheit am Institut. Seit damals ist viel frisches Blut zu uns gekommen, aber im Grunde genommen sind wir immer noch ein äußerst konservativer Verein. Manch einer wird ihre Motive infrage stellen, man wird ihnen vielleicht misstrauen. Sie sollten auch wissen, dass der Vorstand uneins war, was ihre Hinzuziehung betrifft. Drei gegen drei Stimmen. Meine Stimme war die Ausschlaggebende. Logan lächelte matt. Oh, daran bin ich gewöhnt. Das scheint leider das Wissenschaftsgebiet mit sich zu bringen. Sie gehören immer noch der Fakultät der Yale an, ist das richtig? Korrekt. Das kann nur hilfreich sein. Olafsson erhob sich. Kommen Sie, bringen wir die Formalitäten hinter uns. Um halb vier am Nachmittag desselben Tages stand Logan in seinem neuen Büro im zweiten Stock des weitläufigen Gebäudes und blickte gedankenverloren aus dem Fenster. Es war von der gleichen schweren bleiverglasten metallbeschlagenen Sorte, wie das Fenster, Fenster, das Strachey benutzt hatte, um sich das Leben zu nehmen. Logan wußte, dass er diese Art von Fenstern nie wieder mit den gleichen Augen sehen würde, wie zuvor. Das Fenster war geschlossen. Nichtsdestotrotz konnte er das ferne Brüllen der Brecher hören, wenn der Atlantik gegen die Felsen und Steine tief unterhalb der Klippe brandete. Logan hob eine Hand und strich mit dem Jahrhundert von sechs Harvard-Professoren gegründet, mit dem Ziel, Fragen der Kunst und der Philosophie zu debattieren. Im Lauf der Jahre hatten sich sowohl Ambitionen als auch Aufgabenstellung stetig erweitert, bis im Jahre 1892 das Lux daraus entstand, mit einem offiziellen Status und einer beeindruckenden Ausstattung. Damit war das Lux das älteste Institut des Landes, vulgär ausgedrückt, ein Think-Tank und mehr als zwei Jahrzehnte älter als die bekannte Brookings Institution. Es erzielte bereits in seinen frühen Jahren unvergleichliche Erfolge und wuchs bald aus seinen Räumlichkeiten in Cambridge heraus, sodass es zunächst nach Boston umzog und später in den 1920er Jahren nach Newport, wo es seine endgültige Heimat in der Villa fand, die man aus dem Nachlass eines exzentrischen Millionärs erstanden hatte. Über die Jahre hatte das Luchs auf seinen diversen Fachgebieten wie Ökonomie, Politik, angewandte Mathematik, Physik und in jüngerer Zeit auch Computerwissenschaften weitere Erfolge erzielt. Das Einzige, was laut Gründungskarta ausdrücklich verboten war, war jede Form von militärischer Anwendung, womit sich das Luchs von allen anderen Thinktanks abgrenzte, die allzu bereitwillig derart lukrativen Forschungsaufträgen nachgingen. Logan trat vom Fenster zurück und sah sich in seinem Büro um. Es war wie alle anderen Räume des Gebäudes opulent, geräumig, voller Zierrad. Zusätzlich zum Büro verfügte er über ein kleines Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Logans Blick blieb auf dem Schreibtisch haften, wo er bereits einen Teil seiner Arbeitsmaterialien ausgebreitet hatte, einen Laptop, einen Camcorder, einen digitalen Stimmenrekorder, einen EMF-Detektor, ein Infrarot-Thermometer sowie ein Dutzend Bücher, die meisten in Leder gebunden, viele davon mehrere hundert Jahre alt. Ein sachtes Klopfen an der Tür unterbrach ihn bei seiner Begutachtung. Logan erhob sich, um aufzumachen, und vor ihm stand ein junger Mann in einem gedeckten Geschäftsanzug. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte er, während der Logan eine versiegelte Mappe mit der Aufschrift »Privat und vertraulich« hier persönlich zu überbringen. »Danke sehr«, erwiderte Logan mit einem Nicken. Der junge Mann entfernte sich durch den mit dickem Teppichboden ausgelegten Korridor, und Logan schloss die Tür mit der Schulter, zugleich entsiegelte er die Mappe. Darin fand er eine einzelne unbeschriftete DVD. Er ging zu seinem Schreibtisch zurück, setzte sich, startete den Laptop und wartete, bis er fertig gebootet hatte, dann schob er die DVD ins Laufwerk. Augenblicke später öffnete sich der Media-Player auf dem Bildschirm und ein Video wurde abgespielt. Logan erkannte es sofort als die Aufzeichnung der Sicherheitskamera, die er gemeinsam mit Olofsson in dessen Büro angesehen hatte, das körnige schwarz-weiße Bild eines Mannes in einer elegant ausgestatteten Bibliothek, der rastlos auf- und abging und sich die Haare raufte. Logan hielt die Wiedergabe an. Er wollte sich das nicht noch einmal ansehen. Nachdenklich starrte er auf das eingefrorene Bild von Will Strachey. Oder sonst Worte kamen ihm in den Sinn. Ich kannte Will Strachey seit dreißig Jahren. Er war der stabilste, freundlichste, vernünftigste Mann von allen. Will war ein Mann mit vielen Plänen, für die es sich zu leben lohnte. Der Mann in diesem Video ist nicht der Mann, den ich kannte. Logan schloss den Media Player und startete ein Programm, um die Audiospur aus der DVD zu extrahieren. Als er damit fertig war, öffnete er die kreierte Datei in einem forensischen Audio Editierprogramm und spielte sie in ihrer Gänze ab. Sie Quietschen des herabsausenden Schiebefensters und die beiden darauf folgenden dumpfen Schläge waren fast genauso grauenvoll anzuhören, wie die Bildaufzeichnung zuvor anzusehen gewesen war. Erneut lauschte Logan der Audioaufzeichnung. Die ersten 45 Sekunden bestanden lediglich aus schweren Schritten und röchelndem Atem und er löschte sie ebenfalls. Zurück blieb eine Audiodatei von ungefähr drei Minuten Länge und schlechter Qualität und digitalen Artefakten. Im Hauptfenster des Editors wurde die Audiodatei in Wellenform angezeigt, eine dicke gezackte Linie von links nach rechts, durchsetzt von spitzen Ausschlägen nach oben und unten. Logan öffnete ein weiteres Fenster und instruierte das Programm, eine spektrale Analyse der Audiodatei durchzuführen. Er beobachtete, was auf der Anzeige erschien und justierte die Amplituden und Frequenzwerte. Dann ließ er ein Makro laufen, das Störimpulse filterte und stellte den Schwellenwert auf ein aggressiveres Niveau. Schließlich führte er einen Offset-Abgleich durch, erhöhte die Verstärkung und ließ sie durch einen parametrischen Equalizer mit einem angeschlossenen Hochpassfilter laufen. Jetzt war die Aufnahme klarer und lauter und das Summen war größtenteils verschwunden. Strachys Stimme war zwar besser zu hören, doch sie war immer noch schwierig zu verstehen, zum Teil wegen der schlechten Aufnahmequalität, zum anderen weil Strachys abwechselnd ächzte oder undeutlich murmelte. Dennoch fertigte Logan, so gut es eben ging, ein Transkript an, in dem er die schwierigen Passagen wieder und wieder abspielte und genau hinhörte. Er versuchte, sich in Strachys Lage zu versetzen, soweit das möglich war, stellte sich vor, was der Mann fühlen musste und fügte seine Schlussfolgerungen hinzu. Nein, nein, ich kann nicht, ich kann nicht, diesen Worten folgte eine kurze Passage schnellen Atmens, beinahe Hyperventilation. Helft mir, helft mir, bitte, helft mir, es folgt mir überall hin, ich kann nicht, ich kann ihm nicht entkommen. Logan hörte, wie am Türknauf gerüttelt wurde und wie Bücher aus den Regalen flogen. Es kommt aus dem Ich weiß, dass es kommt. Verschiedene krachende Geräusche, ein umgestoßener Tisch, für einen kurzen Moment wurde die Stimme klarer. Die Stimmen, sie sind zu nah, sie schmecken wie Gift, ich muss hier weg. Dann entfernte sich die Stimme, als Trachy von der Kamera wegstolperte. Es ist bei mir, sie sind bei mir, in der Dunkelheit, nein, Gott, nein. Das war's. Mit einem Mal veräppte die zitternde Aufgewühltheit in der Stimme. Der Atem verlangsamte sich, wurde beinahe ruhig. Logan hielt die Wiedergabe an. Er wußte, was als nächstes kam. Er speicherte sein Transkript als Textdatei, klappte den Laptop zu und erhob sich, um zu dem Fenster und dem Ausblick auf den grauen Atlantik zurückzugehen. Er hatte versucht, sich in Strachys Lage zu versetzen, um die Audiodatei besser zu verstehen. Jetzt wünschte er, er hätte es nicht getan. Dort war nichts als unerklärlicher plötzlicher Wahnsinn, Wahnsinn und Tod. Sie sind bei mir in der Dunkelheit. Die Sonne schien über dem Rasen, der sich vom Haus bis zu den Klippen zog. Es war warm in dem eichengetäfelten Büro, doch trotz der Wärme spürte Logan, wie ihn ein Schauer durchlief. Es war halb acht, als Logan seine Räumlichkeiten verließ, die ausladende zentrale Treppe hinunterstieg und den Speisesaal betrat. Dark Gables, so der Name des Anwesens, in dem das Lux zu Hause war, war das Produkt der fiebrigen Fantasie des exzentrischen Multimillionärs Edward Delaveau gewesen. Während des Baus hatte der zurückgezogen lebende Delaveau ein altes französisches Kloster gekauft und Stein für Stein abtragen lassen, um ganze Teile davon in sein neues Domizil auf Rhode Island zu integrieren. Der Speisesaal war das einstige Refektorium des Klosters. Es war ein großer gotischer Raum, mit mächtigen Holzbalken, die eine Gewölbedecke formten, und dekorativen Bögen entlang der mit Goubelins behangenen Wände. Einzig die beiden spiralförmigen Säulen, ähnlich jenen am Haupteingang, störten die Illusion. Derartige Säulen waren die primären, tragenden Strukturen des gesamten Gebäudes und überall in unterschiedlichen Größen zu finden. Logan blieb für einen Moment im Eingang stehen und blickte sich um, überflog die Tische mit den Menschen, die dort zu Abend aßen, den schwarz befragten Kellnern, die aufmerksam hier und da warteten. Er entdeckte mehrere vagebekannte Gesichter, doch die meisten waren ihm fremd. Die Tische waren alle identisch, rund, mit sechs Sitzplätzen und gedeckt mit frisch gestärktem weißen Leinen. Einer der am nächsten stehenden Tische war beinahe leer. Lediglich zwei Personen saßen dort, ein Mann und eine Frau, und ein dritter Platz sah aus, als sei er besetzt und als habe die dort sitzende Person ihren Platz nur vorübergehend verlassen. Logan erkannte den Mann wieder. Es war Jonathan King, ein Spezialist für Spieltheorie. Logan war zwar nicht mit King befreundet gewesen, während seiner Zeit am Lux, doch man hatte sich stets gegrüßt. Er setzte sich in Richtung des Tisches in Bewegung. Eine Reihe von Leuten glotzte, als er vorbeikam. Sein Konterfei war auf genügend Magazinen abgebildet gewesen, so dass er inzwischen daran gewöhnt war. King sah auf, als sich Logan näherte. Für einen Moment schien er nicht zu wissen, wen er vor sich hatte, doch dann lächelte er erfreut. »Jeremy«, sagte er, indem er aufstand und Logan die Hand schüttelte, »fällt eine Überraschung und eine Freude.« »Hi, Jonathan«, sagte Logan, »darf ich mich zu Ihnen setzen?« »Aber selbstverständlich.« King drehte sich zu der Frau um, die neben ihm saß. Sie war vielleicht dreißig Jahre alt, mit schwarzen Haaren und hellen, wissbegierigen Augen.« »Das ist Suri Dempster«, sagte King, »sie ist vor sechs Monaten zu uns gekommen, als Juniorpartner, Spezialistin für Grenzwerte und multivariable Infinitesimalrechnung.« Als er dies hörte, erinnerte sich Logan, daß hier am Lux die Leute einander nicht nur mit Namen, sondern auch mit ihren jeweiligen Fachgebieten vorgestellt wurden. »Hallo«, sagte er lächelnd. »Hallo«, Dempster runzelte die Stirn, »sind wir uns schon einmal begegnet?« »Das ist Jeremy Logan«, sagte King. Das Stirnrunzeln verharrte noch einen Moment, dann ging ihr offensichtlich ein Licht auf. »Oh, Logan, Sie sind der...« Sie unterbrach sich hastig. »Der Geisterdetektiv«, sagte Logan, ganz genau. Dempster lachte, und es klang erleichtert. »Das haben Sie gesagt, nicht ich.« Logan erhaschte einen Blick von Olofsson. Der Direktor saß an einem Tisch im hinteren Teil des Saals, zusammen mit dem stellvertretenden Direktor Perry Maynard und mehreren anderen Personen. Als sich ihre Blicke begegneten, nickte Olofsson ihm zu. »Jeremy war ein halbes Jahr lang hier am Luchs«, sagte King taktvoll. »Das ist...« »Wie lang ist es her, Jeremy?« »Fast zehn Jahre.« »Zehn Jahre, schwer zu glauben«, King schüttelte den Kopf. »Sind Sie hier, um weiter zu forschen?« Logan bemerkte den eigenartigen Blick, mit dem die beiden ihn musterten. Er wusste, dass sie neugierig waren, und er überlegte noch, wie er am besten antworten sollte, als jemand vor dem dritten Gedeck Platz nahm. Ein Mann Ende fünfzig mit kurzgeschnittenem graumiliertem Haar und einem herrlich zurechtgestutzten Bart, der Sigmund Freud stolz gemacht hätte. Er stellte eine volle Tasse schwarzen Kaffees neben seinem Teller ab, dann sah er Logan mit einem Ausdruck von theatralischer Überraschung an. »Na soo was«, sagte er. »Ich hatte mich schon gefragt, ob Sie nicht ungefähr jetzt hier auftauchen würden. Hallo, Roger«, sagte Logan, »selber hallo.« Roger Carbone redete mit einem honigsüßen englischen Akzent, der irgendwie alles, was er sagte, ein wenig naserümpfend klingen ließ. Carbone wandte sich an die beiden anderen. »Jonathan, Sie erinnern sich zweifelsohne an Jeremy Logan. So wie Sie nicht. Allenfalls aus dem Fernsehen. Ich habe Sie zufällig gestern Abend auf CNN gesehen. Nessie existiert nicht. Huh, wirklich drollig.« Logan nickte nur. Roger Carbone, Spezialist für evolutionäre Psychologie, war Logans Nemesis gewesen, während seiner Zeit im Lux. Er hatte Logans Arbeiten über Rätsel und übernatürliche Phänomene als Sensationslüstern abgetan, unterhalb der Würde des Instituts. Carbone hatte zu jener kleinen Gruppe von Leuten gehört, die entscheidend darauf hingewirkt hatten, dass Logan der Abschied vom Lux nahegelegt worden war. Ein Kellner erschien neben Logan mit einer kleinen gedruckten Speisekarte. Logan überflog sie, nannte seine Wahl und gab sie dem Kellner zurück, der rasch verschwand. »Ich muss sagen, der von Ihnen beschriebene Modus Operandi klang bemerkenswert wissenschaftlich,« fuhr Carbone beiläufig fort, »und Sie haben inzwischen sogar einen Namen für Ihre Disziplin, stimmt's?« »Enigmatologie,« sagte Logan. »Ja, richtig, Enigmatologie. Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie noch nicht bei einem Namen angelangt während Ihrer Zeit hier am Lux. »Bemerkenswert, was in einem Jahrzehnt so alles passieren kann,« erwiderte Logan, ohne auf den Unterton des Mannes einzugehen. »In der Tat. Darf ich annehmen, dass Sie dieses neue Forschungsgebiet kodifiziert haben, eine Systematik eingeführt, Prinzipien etabliert? Können wir demnächst mit einem Lehrbuch rechnen? Einmal eins der Gespensterjagd vielleicht? Oder nein, besser noch, Spuk für Dummies? Roger,« meinte Jonathan King. »Auch für altertümliche Flüche bin ich mittlerweile ein Experte,« entgegnete Logan mit ausgewählter Freundlichkeit. »Heute habe ich sogar ein Sonderangebot für Sie. Ich verfluche zwei Leute ihrer Wahl zum Preis von einem.« Zoe Dempster kicherte und hielt sich einer Hand vor den Mund. King grinste. Karben trank einen Schluck von seinem Kaffee und ignorierte Logans Retourkutsche. »Sie sind wegen Strachy hier, richtig?« fragte er und wechselte das Thema. »Mehr oder weniger,« räumte Logan ein. »Nun, dann erzählen Sie uns doch ein paar Details.« »Ein andermal. Für den Moment muss die Feststellung genügen, dass der Vorstand mich gebeten hat, ein paar Nachforschungen bezüglich der Art seines Todes anzustellen.« »Die Art seines Todes?« »Niemand redet darüber, aber es heißt, es soll ziemlich grausig gewesen sein.« Karben musterte ihn mit durchdringendem Blick. »Stimmt es, dass man Will Strachys Kopf in einem Rosenstrauch gefunden hat?« »Kann ich nicht sagen,« antwortete Logan doppeldeutig. »Dann verraten Sie uns doch wenigstens, wo Sie anfangen wollen.« »Ich habe bereits angefangen.« Karben brauchte einen Moment, um die Antwort zu verdauen. Es war offensichtlich, dass ihm die ausweichende Erwiderung nicht gefiel. Als sein erster Gang serviert wurde, Friseesalat mit Speckstreifen und einem poschierten Ei, fügte Logan hinzu, »Ich dachte, ich schaue mal bei Perry Maynard vorbei.« »Aha. Also, wenn Sie dort sind, sollten Sie ihn nach den anderen fragen.« Logan hielt mit der beladenen Gabel in der Hand inne. »Den anderen?« »Den anderen.« Karben trank seinen Kaffee aus, tupfte sich mit der Stoffserviette vornehm über den Mund, dann lächelte er King an, zwinkerte Zoe Dempster zu, erhob sich und verließ den Tisch ohne ein weiteres Wort. Das Büro von Perry Maynard, dem stellvertretenden Direktor des Lux, war doppelt so groß wie das von Olafsson, und obwohl es die gleiche edwardisch-barocke Anmutung hatte, sah es ganz anders aus als das des Direktors. Es befand sich im dritten Stock des Gebäudes, in einem der Giebel unter dem massiven Spitzdach, und die Fenster zeigten nach Norden hinaus auf das ausgedehnte Gelände, nicht auf die felsigen Klippen und das wütende Meer dahinter. Der mächtige Schreibtisch, nahezu frei von Papier, das Golfschlägerset von Ping mit betonter Lässigkeit in eine Ecke gelehnt, und die entsprechenden Sportposter an den Wänden verliehen dem Raum den Anstrich einer Vorstandshöhle. Was keine sonderliche Überraschung war. Maynards Fachgebiet war Makroökonomie gewesen, bevor er zum stellvertretenden Direktor ernannt worden war. Es gab zwei grundlegende Typen im Lux, war Logan aufgefallen, den Akademischen, der meist in weißen Kitteln herumlief und ständig in seiner derzeitigen Arbeit versunken zu sein schien, und den Geschäftsmenschen, üblicherweise spezialisiert auf Arbeitspsychologie oder Betriebswirtschaftslehre. Letztere trugen dunkle, gut sitzende Anzüge und traten für gewöhnlich, selbstbewusst und überkompetent auf. Es war gerade zehn Uhr am Morgen, als Logan durch das Vorzimmer geführt und in Maynards Allerheiligstes eingelassen worden war. Ah, Jeremy, sagte Maynard, während er um seinen Schreibtisch herumkam und Logan mit einem Knochenbrechenden Griff die Hand schüttelte. Ich habe sie bereits erwartet, setzen Sie sich doch. Mit einer Handbewegung deutete er auf zwei Ledersessel und zog sich wieder hinter seinen Schreibtisch zurück. Er setzte sich nicht zu Logan, wie Olofsson es getan hatte. Meinen Glückwunsch zu ihrer Beförderung zum Stellvertretenden, sagte Logan. Maynard winkte ab. Er hatte dunkelblondes Haar und einen schlanken athletischen Körper, der ihn jünger aussehen ließ als seine fünfzig Jahre. Ich betrachte mich genau genommen eher als eine Art Verwaltungsdirektor, sagte er. Wissen Sie, die meisten Partner hier am Lux sind ihre eigenen Bosse. Sie kennen sich auf ihren Forschungsgebieten besser aus als irgendjemand sonst. Ich bin lediglich der Administrator. Logan ließ sich von Maynards demonstrativer Bescheidenheit nicht täuschen. Maynard mochte ein Administrator sein, doch er war einer, der über sehr viel Macht verfügte, sollte er sie brauchen oder beschließen, sie einzusetzen. Es stimmte zwar, dass das Lux ein Think Tank war, aber das Institut war auch in privatem Besitz und strebte nach Profit. Es vergab großzügige jährliche Stipendien und finanzierte Lehrstühle in verschiedenen akademischen Bereichen. All diese Dinge waren jedoch nur möglich durch einen stetigen Strom von Einnahmen. Es wurde zwar nicht oft artikuliert, doch jeder Forscher am Lux wusste, dass die effektivste Art der Forschung jene war, die letzten Endes in einer praktischen Nutzung resultierte. Logan fragte sich, ob Maynard einer der drei Vorstände war, die für seine Hinzuziehung gestimmt hatten oder einer der drei Gegner. Maynard ließ sich in seinen Bürostuhl sinken. Sie sind sicher hergekommen, um mit mir über Will Strachey zu reden. Logan nickte. Was für eine furchtbare Geschichte. Einfach entsetzlich. Maynard schüttelte den Kopf. Gregory hat mich informiert, dass sie besser geeignet wären, als er mich über Strachys jüngste Forschungen ins Bild zu setzen. Ja, Maynard lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Nun ja, Sie erinnern sich vielleicht, dass Strachys Spezialgebiet DBMS war. DBMS? Datenbank Management Systeme. Er hatte eine Reihe revolutionärer Fortschritte im relationalen Datenbank Modell erzielt, das von Cott und anderen entwickelt worden war. Strachys Datenbank Parallax war eine der bahnbrechenden Applikationen der frühen 80er. Bitte fahren Sie fort, sagte Logan. Es war ein Datenbank Management System mit einer eingebauten Programmiersprache von Strachys selbst entwickelt. Es war berühmt für seine Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und kompakte Größe, anders als beispielsweise DB2. Viele Universitäten haben es damals auf ihren Wex-Rechnern eingesetzt. Das alles ist allerdings schon 30 Jahre her. Maynard zuckte die Schultern. Programmiersprachen haben sich seither gewaltig verändert. Wollen Sie andeuten, Strachys wäre zu der Überzeugung gelangt, er hätte die besten Jahre hinter sich? Ich glaube nicht, dass er es so gesehen hat, ganz und gar nicht. Er war außerordentlich stolz auf sein Werk und er war ein wahrer Akademiker. Für ihn war die Forschung selbst das Ziel. Maynard zögerte. Das Luchs hatte Probleme damit, wenn Sie es genau wissen wollen. Nicht er. Logan rotzelte die Stirn. Ich verstehe nicht. Es ist, wie ich gesagt habe, das Programmieren hat sich seit damals sehr verändert. Heutzutage dreht sich alles um Objekte, Klassenvererbung, Skriptsprachen. Und genau die Dinge, die Parallax bei seinem Erscheinen so revolutionär gemacht haben, machten es jetzt so schwierig, die Sprache zu modernisieren. Abgesehen davon war Willard zufrieden damit, wie Parallax funktionierte. Er verbesserte es immer weiter, aber viele Klienten wechselten zu anderen Produkten und gaben ihr Geld woanders aus. Ein gequälter Ausdruck huschte über Maynards Gesicht, doch er nickte zustimmend. Wie dem auch sei, Strachy war umfassend ins Lux integriert. Er war Senior Partner. Er hatte seine Erfolge gehabt und uns alle stolz gemacht. Er hätte zwar längst mit vollen Bezügen in den Ruhestand gehen können, trotzdem waren wir froh, dass er mit seiner Arbeit an der relationalen Datenbank weitermachte. Allerdings wurde die Entscheidung getroffen, dass diese Arbeit mehr zu einer Nebenbeschäftigung werden sollte. Mit anderen Worten einem Hobby anstatt etwas, wofür er bezahlt wurde. Oh, er wurde weiterhin bezahlt. Doch vor einigen Monaten übertrugen wir Willard zusätzlich administrative Aufgaben. Also Aufgaben, die dem Lux unmittelbar zugutekommen, das machen wir bei vielen unserer Forscher, die ihre primären Tätigkeitsfelder abgeben. Wie bei einem Emeritus, der in einer beratenden Tätigkeit als stellvertretender Dekan weitermacht? So in der Art. Können Sie mir mehr über diese administrativen Aufgaben verraten? fragte Logan. Es war eigentlich Roger Carbons Idee. Will wurde die Leitung der Renovierung des Westflügels übertragen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde dort seit einer Ewigkeit nichts mehr gemacht. Er war sogar seit einigen Jahren gesperrt. Nicht, dass ein Sicherheitsrisiko bestanden hätte, aber er war vollkommen veraltet und musste von Grund auf überholt werden, um ihn fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Ich muss Ihnen nicht erklären, dass die ungenutzte Fläche eine ziemliche Enge zur Folge hat, trotz der umliegenden Gebäude. Die Renovierung galt daher als besonders dringlich und als eine wichtige Aufgabe. Hat Will Strachey das auch so gesehen? Maynard sah Logan forschend an. Wenn Sie den Gedanken hegen, Will könnte unglücklich über seine neue Aufgabe gefesen sein, dann liegen Sie völlig falsch. Er wusste, wie das Lux funktioniert und er hatte eine Leidenschaft für Architektur. Hier hatte er Gelegenheit, ein wunderschönes Beispiel der Architektur des späten neunzehnten Jahrhunderts behutsam in einen modernen nutzbaren Raum zu verwandeln. Er musste sich nicht die Hände schmutzig machen, er entwarf die Funktionalitäten und sorgte für ein Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Zweckmäßigkeit. Wie ein Hausbesitzer, der seinem Generalunternehmer sagt, was er haben will, nur in einer anderen Größenordnung. Wir hatten ihm eine Architektin zur Seite gestellt, die die Entwürfe Prüfte und die Technik dahinter entwickeln sollte, aber die Ideen kamen von Will. Nach allem, was ich gehört habe, war er begeistert von seiner Aufgabe. Freilich habe ich ihn nicht jeden Tag gesehen. Sie müssen mit Miss Mikolas darüber sprechen, sie kann ihnen mehr erzählen. Mit wem? Miss Mikolas, seine Forschungsassistentin, die er angegriffen hat. Maynard zögerte kurz. Ja, wussten sie von Strachys Verhalten während der letzten paar Wochen? Mir war von verschiedenen Seiten davon berichtet worden, ja, ich hatte mir sogar vorgenommen, mit ihm darüber zu reden. Maynards Schultern fielen herab, und er sah nach unten auf seinen Schreibtisch. Jetzt ist es zu spät. Ich werde nie herausfinden, ob ich etwas hätte tun können, um ihm zu helfen. Irgendwie. Sie sagten, er hätte mit einer Architektin zusammengearbeitet, fragte Logan. Das ist richtig. Und wie sich herausgestellt hat, ist sie die Großenkelin des Architekten, der Dark Gables damals erbaut hat. Pamela Fluth. Sie führt das Architekturbüro ihrer Familie weiter. Wir hatten Glück, dass wir sie verpflichten konnten. Logan machte sich hierzu eine Notiz und Maynard blickte auf seine Uhr. Es tut mir wirklich leid, Jeremy, aber ich muss zu einem dringenden Meeting. Ich stehe Ihnen gerne später wieder zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Er hob sich hinter seinem Schreibtisch. Nur eine Frage noch, wenn Sie nichts dagegen haben. Maynard hielt inne. Selbstverständlich. Gestern beim Abendessen deutete Dr. Karben an, ich sollte Sie nach den anderen fragen. Maynard runzelte die Stirn. Hat er das? Ja, und er nannte Sie als diejenige Person, die ich fragen soll. Maynard schüttelte langsam den Kopf. Ich habe Rogers Sinn für Humor noch nie verstanden. Möglicherweise hat er sie zum Besten gehalten. Sie wissen selbst, dass er ihre Forschungsarbeit nie ernst genommen hat. Ich weiß, aber was hat er gemeint mit den anderen? Maynard sah erneut auf die Uhr. Es tut mir wirklich leid, Jeremy, ich darf nicht zu spät zu diesem Meeting erscheinen. Bitte halten Sie mich und Gregory über Ihre Fortschritte auf dem Laufenden. Und was immer Sie unternehmen, seien Sie bitte diskret bei Ihren Nachforschungen. Der Ruf einer altehrwürdigen Institutionen wie ist schrecklich leicht zu beflecken. Und mit einem Lächeln und einem Wink bedeutete er Jeremy vor ihm her aus dem Büro zu gehen. Eine Stunde später war Logan im Hauptkorridor auf der zweiten Etage unterwegs, seine Leinentasche über der Schulter. Dieser Flur, den alle nur Ladies Walk nannten, sah noch fast genauso aus wie zu der Zeit, als das Anwesen ein privates Domizil gewesen war. Er war über allemaßen kunstvoll ausgestattet, mit breiten Dielen Brettern aus polierter Eiche, prächtiger Vertäfelung an den Wänden, einer Kassettendecke, vergoldeten Wandleuchtern und riesigen Ölporträts in goldenen Rahmen. Er war außerdem der längste Flur im Haus und führte vom Ostflügel der Länge nach durch das gesamte Hauptgebäude bis in den Westflügel. Trotz aller Pracht bekamen Besucher diesen Korridor so gut wie niemals zu Gesicht, hauptsächlich, weil das Stockwerk mit Büros und privaten Unterkünften der Partner und Mitarbeiter des Instituts belegt war. Ein weiterer Grund, überlegte Logan, konnte der ungewöhnliche Name des Korridors sein. Er konnte Anlass zu verfänglichen Fragen bieten. Die fragliche Dame war Ernestine de la Vaux, Ehefrau des ursprünglichen Besitzers von Dark Gables. Dem Vernehmen nach war sie eine schöne, kultivierte und feine Dame gewesen, das Produkt einer der vornehmsten Familien Bostons und eines der besten europäischen Mädcheninternate. Doch sie hatte auch ein nervöses Temperament und eine labile Konstitution gehabt. Als der einzige Sohn des Paares an den Pocken starb, war der Schock für Messe de la Vaux zu groß gewesen. Unkontrollierte Weinkrämpfe, Appetitmangel und Schlaflosigkeit waren die Folge. Die Ärzte, die ihr Ehemann Edward selbst von der exzentrischen Sorte herbeibrachte, konnten nichts für Ernestine tun, außer Hausrezepturen zu verordnen gegen eine Erkrankung, die sie als Nervenschwäche diagnostizierten. Dann, eines Nachts, im Jahre 1898, sah Ernestine de la Vaux, oder zumindest glaubte sie dies, ihren toten Sohn. Er stand in eben diesem Korridor und hatte die Arme nach seiner Mutter ausgestreckt. Nach diesem Ereignis wanderte sie Nacht für Nacht durch den Flur und rief unermüdlich den Namen ihres Sohnes, doch sie sah ihn niemals wieder. Schließlich in einer stürmischen Dezembernacht, zwei Jahre später, verließ Mrs. de la Vaux das Haus, ging hinunter zum Meer und warf sich in die Fluten des Atlantik. Edward de la Vaux erholte sich nie von dem doppelten Verlust seines Sohnes und seiner Frau. Er verbrachte den Rest seines Lebens in Zurückgezogenheit und gab sein gesamtes Vermögen für verschiedenste Versuche aus, um mit seiner Familie im Reich der Toten in Kontakt zu treten. Er starb schließlich nahezu mittellos im Jahre 1912. Dark Gables blieb vernagelt und unbewohnt, bis das Lux von Boston nach Newport umsiedelte und das Anwesen erwarb. Doch seit Dark Gables im Besitz des Lux war, gingen Gerüchte um, dass in gewissen stürmischen Nächten der Geist von Ernestine de la Vaux zu sehen war, wie sie mit einem Taschentuch in der Hand durch diesen langen, extravaganten Flur schwebt und den Namen ihres Sohnes ruft. Logan hatte sie nie gesehen. Noch hatte er mit jemandem gesprochen, der sie gesehen hatte. Die Legende hielt sich trotzdem hartnäckig. Logan blieb vor einer breiten, glänzenden, fensterlosen Holztür in der Wand zu seiner Linken stehen. Auf einem Türschild war zu lesen 382 Stragey Mikulos Logan verharrte kurz, ehe er klopfte. Eine weibliche Stimme antwortete sofort »Herein?« Logan trat ein. Das Zimmer, in dem er sich wiederfand, war relativ klein, offenkundig ein Vorraum, nach der offenen Tür in der gegenüberliegenden Wand zu urteilen, die in ein viel größeres Zimmer führte. Dessen ungeachtet waren die Bücherregale entlang der Wände vollgestopft mit technischen Journalen, Lehrbüchern sowie beschrifteten Manuskripten in Schubern. Der Schreibtisch war übersät mit Papieren und Monografien. Trotz aller Enge entstand jedoch nicht der Eindruck von Unordnung, im Gegenteil. Das Zimmer hatte keine Fenster und es gab keine Bilder an den wenigen freien Stellen an der Wand. Stattdessen hing dort ein halbes Dutzend Glaskästen mit Schmetterlingen, großen und kleinen, manche eher einfarbig, andere bunt wie Pfauenfedern. Hinter dem Schreibtisch saß eine Frau Mitte zwanzig, die Hände auf einer Computertastatur. Sie hatte kurzes pechschwarzes Haar, eine Stubsnase und, obwohl sie eigentlich schlank war, ein kleines rundes Grübchenking, das Logan irgendwie an Betty Boop erinnerte. Er erinnerte sich, sie am Vorabend flüchtig beim Abendessen gesehen zu haben. Sie hatte zusammen mit anderen jungen Leuten an einem Tisch gesessen und sich lebhaft unterhalten. Sie blickte auf und schaute ihn erwartungsvoll an. »Sie sind Kimberly Mikulos?« fragte Logan. »Das ist richtig«, antwortete sie. »Ein ziemlich sperriger Name, nicht wahr? Nennen Sie mich doch bitte einfach Kim.« »Schön, also Kim.« Sie lächelte. »Ich bin mir absolut sicher, dass ich weiß, wer Sie sind.« Logan seufzte melodramatisch. »In diesem Fall hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich setze.« »Ich würde sogar darauf bestehen.« Logan wollte sich gerade setzen, als sein Blick auf ein lateinisches Zitat an der Wand neben dem Schreibtisch fiel, gerahmt in schlichtes Schwarz. »Forsan et heg olim meminisse juvabit«. Er erstarrte. »Stimmt etwas nicht?« fragte die Assistentin des toten Forschers. »Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen.« »Berufsrisiko in meiner Branche«, erwiderte Logan. »Aber nein, das ist es nicht.« Er setzte sich und deutete auf das gerahmte Zitat. »Das dort.« »Vergil.« »Inees, Buch 1, Zeile 203.« »Das ist ja eine bemerkenswerte Gelehrtheit, ein Zitat wie dieses im Gedächtnis zu haben. Ich bin kein Gelehrter. Es ist nur, ich habe das gleiche Zitat über meinem eigenen Schreibtisch hängen.« Er übersetzte. »Vielleicht werden wir uns auch daran einmal gerne erinnern.« Mikulos hob die Augenbrauen. »Ich schätze, das bedeutet, wir werden beste Freunde.« »Kann schon sein. Schmetterlinge mag ich auch.« »Ich mag sie nicht nur. Ich liebe sie leidenschaftlich. Schon seit ich ein Kind war. Wenn ich nicht arbeite, bin ich unterwegs und sammle. Schauen Sie diesen hier mal an.« Sie zeigte auf ein relativ kleines Exemplar im nächstgelegenen Rahmen. Braun mit schwarzen Augenbändern und orangefarbenen, endständigen Streifen. »Neonympfer, mit Schelii.« »Sehr selten.« »Ich habe ihn gefangen, als ich 13 war.« Damals galt er noch nicht als gefährdet. »Sehr schön.« Logan wandte den Blick vom Schmetterling zurück zu Kim Mikulos. »Sie sagen, Sie wissen, wer ich bin?« »Ich habe sie in einer Dokumentation im Fernsehen gesehen. Es ging um die Entdeckung der Grabstätte eines Pharaos, des allerersten Pharaos, wenn ich mich richtig erinnere. Sie fielen mir auf wegen ihrer Tätigkeit.« Sie runzelte die Stirn. »Sie hatten ein ungewöhnliches Wort dafür, ein... ein... Enigmatologe,« kam Logan ihr zu Hilfe. Er befand, dass Betty Boop ein unfairer Vergleich war. Ihr Kinn erinnerte mehr an das von Claudette Colbert. »Ja, richtig. Enigmatologe.« »Also, ich bin froh, dass Sie die Dokumentation gesehen haben. Es erspart mir die Zeit, mich vorzustellen.« Sie sah ihn neugierig an. »Sind Sie hier, um den Ladies' Walk zu untersuchen?« »Leider nein. Der Vorstand hat mich gebeten, Nachforschungen bezüglich des Todes von Willard Streitchie anzustellen.« Mikolos' Blick senkte sich langsam zu ihrem Schreibtisch. »Das hatte ich befürchtet,« sagte sie in ernüchtertem Ton. »Miss Mikolos, ich weiß, dass das schwierig für Sie sein muss. Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu fassen. Aber Sie standen Dr. Streitchie näher als irgendjemand sonst. Ich hoffe, Sie verstehen die Notwendigkeit. Sie nickte wortlos. Bitte erzählen Sie mir zuerst ein wenig über sich selbst. Wie sind Sie ans Luchs gekommen? Wie sind Sie Streitchies Assistentin geworden?« Mikolos nippte an ihrer Tasse Tee, die auf dem Schreibtisch stand. »Ich weiß nicht, inwiefern Sie informiert sind über die Art und Weise, wie das Luchs seine Mitarbeiter findet. Das Institut ist sehr selektiv. Das ist wahrscheinlich untertrieben. Es ist nicht unähnlich der Methode, mit der die Briten potenzielle Spione für den MI5 rekrutieren. Das Luchs hat Talentscouts in den besten Universitäten. Wenn Sie jemanden entdecken, der ein gewisses Potenzial zeigt, zusammen mit dem richtigen Ehrgeiz und intellektueller Neugier, das Luchs verfügt über ausgeklügelte Profile, die die Talentscouts einsetzen, dann kontaktieren Sie das Institut. Eine Kommission wird zusammengerufen und wenn das Resultat positiv ist und eine geeignete Stelle frei, wird ein Angebot unterbreitet. In meinem Fall war es so, dass ich meinen Studiengang in Computerwissenschaften am MIT vor vier Jahren mit dem MSE abschloss. Ich hatte eigentlich vor, sofort mit dem Doktor weiterzumachen. Stattdessen gewann ich den Obfuscated Software Award der Advanced Computing Society und erhielt Besuch von einem Luchs-Recruiter. Sie zuckte die Schultern. Und jetzt bin ich hier. Was war ihr Fachgebiet am MIT? fragte Logan. Strategisches Software Design. Nie davon gehört. Ein relativ neues Gebiet. Es geht darum, wie man Programme vor den heutigen Bedrohungen im digitalen Umfeld schützt, wie Würmern, Tunnelprogrammen, Reverse Engineering, das Eindringen von gegnerischen Unternehmen oder Regierungen. Natürlich lernt man dabei auch, seine eigenen Algorithmen zur Rückentwicklung zu schreiben. Sie lächelte beinahe ein wenig verschlagen. Und wurden Sie speziell als Dr. Strachys Assistentin eingestellt? Mikulos nickte. Seine vorhergehende Assistentin musste aufhören, weil sie Mutter geworden war. Sie zögerte. Schon eigenartig, wie verheiratete Frauen dazu neigen, von Zeit zu Zeit schwanger zu werden, nicht wahr? Darüber habe ich mich auch schon oft gewundert. Und waren Sie ein passender Ersatz für den Job bei Strachy? Sein Fachgebiet waren immerhin relationale Datenbanken. Mikulos zögerte. Ich bin nicht sicher, wie vertraut Sie damit sind. Diese Art von Datenbank ist sehr viel mächtiger als hierarchische Datenbanken oder gar einfache Dateien. Strachys Datenbankmanagementsystem war eine Offenbarung, als es erschien. Er war ein phänomenaler Programmierer. Wirklich phänomenal. Die von ihm eingesetzte Programmiersprache C ist insgesamt schon sehr dicht und trotzdem war er imstande, jeder Zeile eine dreifache Aufgabe zuzuordnen. Und doch war Parallax ein Produkt seiner Zeit. Das Lux suchte nach einer Möglichkeit, es für einen größeren, weniger anspruchsvollen Markt weiterzuentwickeln. Und das hieß frisches Blut hineinbringen. Heute wandern Programme, für die große Firmen einmal Hunderttausende Dollar an Lizenzgebühren bezahlt haben, nicht unbedingt ins Archiv, wenn sie alt werden. Man kann sie umfunktionieren für die Zwecke kleinerer Firmen, die viel geringere Gebühren bezahlen und deren Bedürfnisse bescheidener sind. Das bedeutet allerdings auch, dass man so ein Programm im Endeffekt in die Wildnis entlässt. Also muss es geschützt werden gegen Manipulation von Dritten. Das war der Punkt, an dem ich ins Spiel kam. Und das Resultat? Sie seien an Verzeihung? Nun, ein Mann wie Strachey nahe dem Ende seiner Laufbahn, er könnte leicht verbittert reagieren, wenn er das Gefühl hat, dass sein Lebenswerk von ein paar jungen, aufstrebenden Nachfolgern umfunktioniert wird. Eine Pause entstand, während deren sich Mikolos langsam veränderte. Aus der freundlichen, offenen, ja lustigen jungen Frau wurde eine sichtlich verstörte Person. Sie stieß sich vom Schreibtisch zurück. Logan spürte, wie sie sich auch von ihm entfernte. Darf ich für einen Moment Ihre Hand halten? fragte er. Sie starrte ihn überrascht an. Wenn Sie nichts dagegen haben, es hilft mir ein besseres Gefühl für die Person zu entwickeln, mit der ich spreche. Manchmal kann ich auf diese Weise ein tieferes Verständnis für die Dinge entwickeln, als mit Sprache allein. Nach einem Moment des Zögerns streckte sie ihre Hand aus. Er ergriff sie behutsam mit der Seinen. Ja, ich weiß, sagte er nach einer Sekunde. Ich weiß, dass Sie versuchen, mit einer furchtbaren Geschichte auf die für Sie bestmögliche Weise umzugehen. Unbekümmert zu tun und zu reden, das Thema meiden. Es ist ein wirksamer Verteidigungsmechanismus, zumindest für eine gewisse Zeit. Mikolaus' Augen füllten sich mit Tränen. Logan zog die Hand zurück. Sie wandte sich ab, nahm ein Taschentuch aus einer Papierbox, tupfte sich die Augen. Eine Minute verging. Dann atmete sie tief und zitternd ein und wandte sich wieder zu ihm um. Es geht schon leid. Das muss es nicht. Sie haben etwas sehr Schlimmes durchgemacht. Es ist nur, dass sie stockte erneut und für einen Moment dachte Logan, sie könne wieder anfangen zu weinen, doch sie riss sich zusammen. Es ist nur, dass Willard so ein netter, freundlicher Mann war. Er liebte seine Arbeit, er liebte das Lux und er liebte auch mich, glaube ich, in gewisser Weise. Also war er nicht ablehnend, hat sie nicht als jemand gesehen, der seine Stelle einnehmen wollte. Nein, nein, nichts dergleichen. Zuerst hatte ich ein wenig Angst, es könnte so sein, es wäre eine natürliche Reaktion. Mikolas schniefte und putzte sich mit einem frischen Taschentuch die Nase. Aber er war wirklich daran interessiert, Parallax für einen breiteren Markt umzufunktionieren und ich glaube auch, dass er für sich selbst zu dem Schluss gekommen war, dass er genug getan hatte. Ihm waren mehrere Durchbrüche auf dem Gebiet der relationalen Datenbanktheorie gelungen und er hatte ein äußerst erfolgreiches RDBMS geschaffen, mehr als genug für jede Karriere. Und so blieb er zwar interessiert an der Arbeit, damit Parallax so gut blieb, wie es nur irgendwie ging, aber er war weniger aktiv involviert. Und worin bestand die Arbeit genau? Mikolos zögerte erneut. Jetzt wird es technisch, Obfuskation hauptsächlich. Sie haben diesen Begriff vorhin bereits erwähnt. Was genau ist das? Ein Begriff aus der Software Entwicklung. Der Programmcode wird absichtlich verändert, so dass er schwer verständlich oder gar unkenntlich ist, damit niemand ihn stehlen und für seine eigenen Zwecke benutzen kann. Das Lux zieht es vor, Lizenzgebühren für Parallax einzunehmen. Das Institut will die Software nicht verschenken. Worauf es am Ende hinaus lief, war Quelltext Überprüfung. Das und ich habe ihm geholfen, die Entwicklung und Reifung seiner Theorien zu dokumentieren. Mit anderen Worten, sie haben den Boswell für seinen Johnson gespielt. Mikolos lachte leise auf. Wir haben beide den Boswell gespielt. Willard war wirklich stolz auf seine Arbeit, richtig stolz. Deswegen wollte er sie aufschreiben, nicht nur für sich selbst, sondern für die Nachwelt, respektive das, was hier im Lux als Nachwelt gilt. Ich verstehe. Logan dachte kurz nach. Was ist mit seiner anderen Arbeit, die er vor einigen Monaten begonnen hat, die Leitung der Renovierung und des Umbaus des Westflügels? Eine dunkle Wolke huschte über Mikolos Gesicht. Zuerst wollte er nichts darüber erzählen, nichts Negatives zumindest. Aber das war ohnehin nicht seine Art. Er hat nie über irgendjemanden oder irgendetwas schlecht geredet. Trotzdem sah ich ihm an, dass er nicht besonders erfreut war. Als man ihm die Arbeit übertrug, wollte er nichts anderes mehr als sein Werk beenden, vielleicht die Wochenstunden zurückfahren, sodass er ein wenig mehr zum Segeln kam. Doch mit der Zeit interessierte er sich mehr und mehr für den Umbau. Er beinhaltete eine Menge architektonischer Planung und Entwürfe, und das gefiel ihm sehr. Bin ich richtig informiert, dass er eng mit dem Büro zusammengearbeitet hat, das dieses Gebäude ursprünglich erbaut hat? Ja, Flut Associates. Logan atmete tief ein. Jetzt kam der schwere Teil. Nur noch eine weitere Frage. Können Sie mir bitte erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Dr. Strachey sie angegriffen hat? Mikolos blieb stumm. Lassen Sie sich Zeit. Erzählen Sie es mir in Ihren eigenen Worten. Sie zupfte ein frisches Tuch aus der Box. Es hat ganz allmählich angefangen, sodass es mir zunächst gar nicht aufgefallen ist. Ich schätze, zuerst kam die Gereiztheit. Er war nie gereizt gewesen, niemals. Er war stets der freundlichste Mann, den man sich nur vorstellen kann. In den mehr als zwei Jahren, die ich für ihn gearbeitet habe, hat er nicht ein einziges Mal auch nur die Stimme erhoben. Aber dann hat er plötzlich die Leute angefahren, Sekretärinnen, andere Bedienstete, selbst mich hat er einmal angebrüllt, und er begann, merkwürdige Eigenheiten zu entwickeln. Merkwürdig? In welcher Hinsicht? Er wedelte beispielsweise mit den Händen vor dem Gesicht, als wollte er etwas vertreiben. Er summte ungeduldig wie ein Kind, das jemanden unterbrechen will, den es nicht mag und der nicht aufhört zu reden. Und dann, dann kam das Gemurmel dazu. Ich habe gehört, dass er Selbstgespräche geführt haben soll. Konnten sie verstehen, was er geredet hat? Bis ganz zum Schluss. Die letzten ein oder zwei Tage war es viel zu leise. Ich glaube, er hat es selbst nicht einmal gemerkt. Und das Wenige, was ich verstehen konnte, war hauptsächlich Unsinn. Verraten sie es mir trotzdem. Mikulos überlegte kurz. Dinge wie »Hör auf, hör auf, ich will das nicht. Geh weg. Nein, das mache ich nicht. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Und dann hakte Logan behutsam nach. Mikulos fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. In den letzten Tagen vor seinem Tod wurden die Dinge abrupt schlimmer. Er schloss die Tür seines Büros ab und fing an zu brüllen, warf Dinge durch die Gegend. Er wollte nicht mit mir reden. Und dann, vergangenen Donnerstag, er wirkte so aufgebracht, so außer Sicht, dass ich zu ihm ging, ihm eine Hand auf die Schulter legte und ihn fragte, ob ich ihm irgendwie helfen könne. Er fuhr zu mir herum und sie stockte. Mein Gott, sein Gesicht! Es sah ihm überhaupt nicht ähnlich, rot vor Wut, aufgebracht, zornig, die Augen weit aufgerissen und starr. Aber es war nicht nur Wut, sondern auch Verzweiflung, vielleicht Hilflosigkeit. Er schlug meine Hand weg, packte mich bei den Schultern, stieß mich auf den Schreibtisch. Er packte meinen Hals, begann mich zu wirken. Ich bekam meine Tastatur zu packen und schlug sie ihm ins Gesicht. Sie erhob sich. Da ließ er mich los. Ich rannte hinter meinen Schreibtisch, nahm das Telefon, wählte die Nummer der Rezeption und dann die von Dr. Olafssons Büro. Eine Minute später platzten drei Laborassistenten herein und zerrten Willard mit sich. Er brüllte und schrie aus vollem Hals und trat wie wild um sich. Es war das Letzte, was ich von ihm sah. Sie kehrte schwer atmend an ihren Schreibtisch zurück und setzte sich. Ich danke Ihnen, sagte Logan. Sie nickte. Für einen Moment senkte sich Stille über das Zimmer. Bitte verraten Sie nicht glauben. Logan schwieg. Bitte sagen Sie es mir. Wie ist er gestorben? Logan zögerte. Die Information wurde, wie er wusste, so gut es ging, zurückgehalten. Doch diese Frau hatte ihm geholfen, trotz ihres großen Unbehagens. Es soll nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Ich erzähle es niemandem weiter. Logan musterte sie abwägend. Er hat die schweren Schiebefenster der Besucher Bibliothek benutzt, um sich selbst zu enthaupten. Er Mikolas schlug die Hand vor den Mund. Wie entsetzlich! Dann ballte sie die Hand zur Faust. Nein, sagte sie, nein, das kann niemals Willard gewesen sein. Was meinen Sie damit? Irgendwas hat offensichtlich nicht mit ihm gestimmt. Vielleicht war er krank, ich weiß es nicht. Er hätte sich niemals unter gar keinen Umständen selbst fiel vor, er war der besonnenste Mensch, den ich je gekannt habe. Und Würde, Würde war ihm immer sehr wichtig, er hätte sich niemals selbst das Leben genommen und ganz gewiss nicht auf diese Weise. Ihre Erwiderung klang den Worten von Olofsson bemerkenswert ähnlich, und sie hatte mit der gleichen Leidenschaft geantwortet. Das ist der Grund, aus dem ich wieder hier bin, sagte Logan, um herauszufinden, was passiert ist. Mikolas nickte abwesend. Dann blickte sie ihn überrascht an. Wieder? Vor ziemlich genau zehn Jahren war ich selbst ein halbes Jahr lang am Lux, um meinen eigenen Forschungen nachzugehen. Tatsächlich? Sechs Monate sind aber ziemlich kurz. Normalerweise werden Forschungsprojekte in Jahren gemessen. Logan sah ihr in die Augen. Irgendetwas an dieser jungen Frau sagte ihm, dass er ihr vertrauen konnte und dass sie vielleicht imstande war, ihm auf eine Weise zu helfen, die sich ihm jetzt noch verschloss. Man hat mich gebeten zu gehen, sagte er. Warum? Sie wissen, dass das Lux der älteste Think Tank der Nation ist, welchen Ruf das Institut unter all den anderen hat. Sie meinen, wir sind eine eingeschworene Bande von Besserwissern. So was in der Art. Meine Forschungsarbeit wurde als inadäquat beurteilt, keine echte Wissenschaft, theoretisch nicht rigoros genug. Manche betrachteten sie sogar als hokus-pokus faulen Zauber mit Rauch und Spiegeln. Eine Gruppe von Partnern unter der Führung von Dr. Karben zwang mich zum Gehen. Mikolaus schnitt eine Grimasse. Karben, dieser Scheißkerl. Nun ja, ich bin wieder da, wenn auch als Ermittler, nicht als Forscher. Dr. Logan, ich möchte wissen, ich muss wissen, was passiert ist. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, lassen Sie es mich wissen. Danke. Sie können damit anfangen, dass Sie mir Zutritt zu Dr. Strachys Büro gewähren. Ich möchte mich dort umsehen, falls Sie keine Einwände haben. Logan deutete auf die gegenüberliegende Tür. Selbstverständlich. Es ist ein ziemliches Durcheinander im Moment. Lassen Sie mich vorher reingehen und ein wenig aufräumen. Ich möchte schließlich nicht, dass Sie mir einen Alcon machen. Einen was? Charles Valentin Alcon, ein französischer Komponist, hat die merkwürdigste Musik geschrieben, die man sich vorstellen kann, starb angeblich, weil ein Bücherregal auf ihn herabstürzte. Nie von ihm gehört. Sie sind also ebenfalls eine echte Gelehrte. Ich schätze, der Talentscout vom Lux dachte das auch. Mit einem schwachen Lächeln, erhob sie sich hinter ihrem Schreibtisch. Kommen Sie, folgen Sie mir. Willard Strachys private Räumlichkeiten lagen im zweiten Stock des Gebäudes, von seinem Büro aus nur zehn Türen den Ladies Walk hinunter. Logan verschaffte sich mit dem Schlüsseleinlass, den er von Direktor Olofsson erhalten hatte, schloss hinter sich die Tür, ließ seine Tasche zu Boden gleiten und stand erst einmal Raum auf sich einwirken ließ. Um kurz nach neun Uhr abends war bereits die Dunkelheit hereingebrochen und das Mobiliar nur als dunkle Schatten erkennbar. Nach vielleicht einer Minute schaltete Logan das Licht ein. Er hatte nicht gewusst, was ihn erwarten würde, und das Zimmer, in dem er sich befand, eine Kombination aus Bibliothek und Salon, war eine angenehme Überraschung. Die Sitzmöbel waren dick gepolstert, mit Mahagonifarbenem Leder bezogen, eingewohnt und gleichermaßen gepflegt. Eine Wand enthielt eingelassene Bücherregale mit Werken, die, wie Logan bemerkte, eine große Vielzahl von Themen beinhaltete, englische Romane des 19. Jahrhunderts, lateinische Klassiker in moderner Übersetzung, ein paar aktuelle Krimis, Biografien und zahlreiche Bücher über Segeln, Architektur und Design, sowie die Geschichte des Computers und des Programmierens. Die Bücher waren nicht nur Dekorationen. Logan zog einige von ihnen hervor und sah, dass sie allesamt gelesen waren. Einige zeigten Randbemerkungen in Strachys kleiner, akribischer Handschrift. Das edwardisch-barocke Drumherum des Zimmers war geschmackvoll akzentuiert, durch hundert zusätzliche Wohnaccessoires, antike Wandleuchter, Astraschandteppiche, Ölgemälde aus der englischen Romantik. Es gab eine alte mechanische Puppe, ein echtes Rührenradio mit Holzgehäuse, einen abgenutzten Sextanten, allem Anschein nach hat das Trachy antikes technisches Gerät gesammelt. In einer Ecke stand ein Rollschreibtisch mit mehreren alten Kolbenfüllfederhaltern, sauber nebeneinander aufgereiht. Eine andere Ecke des Raums nahm ein Steinway-Modell-B ein. Das schwarze Finish glänzte im milden Licht. Der ganze Raum strahlte die warme, einladende Atmosphäre eines Londoner Clubs aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende aus. Es hatte Geld gekostet, diese Atmosphäre zu erschaffen. Olafson hatte gesagt, dass Geld kein Problem gewesen war für Strachy. Aber mit Geld allein wäre das nicht gelungen. Es hatte Zeit und Geduld und liebevolle Pflege gebraucht. Im Ergebnis war der Eindruck subtil, edel, und wohnlich zugleich. Logan konnte sich gut vorstellen, selbst in einem so eingerichteten Zimmer zu leben. Er bewegte sich durch den Rest des Apartments. Es war nicht sonderlich groß. Ein Esszimmer, eine kompakte, jedoch vollständig ausgestattete Küche, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer. Aber jeder Raum zeigte die gleiche Sorgfalt und Pflege wie der Salon. Nirgendwo fand Logan einen Hinweis auf Strachys Arbeit. Die fand ausschließlich in seinem Büro statt, den Gang hinunter. Nein, diese Räume hier dienten der privaten Entspannung und den zahlreichen anderen Interessen ihres Bewohners, Segeln, Kunst, Industriedesign. Logan hatte fast den ganzen Nachmittag in Strachys Büro verbracht, war seine Papiere durchgegangen, seine Notizen, Manuskripte, manchmal allein und manchmal mit der Hilfe von Kim Mikulos. Es war alles wie erwartet. Deutliche Anzeichen, dass die Forschung Strachys langsamer vorangegangen war. Doch wie Mikulos gesagt hatte, Strachy hatte im Begriff gestanden, seine lebenslange Karriere abzustießen und sich daran erfreut. Nirgendwo unter seinen zahlreichen Notizen und Schriften fand sich ein Hinweis auf Enttäuschung. Nichts außer stiller Zufriedenheit darüber, signifikante Beiträge auf seinem Forschungsgebiet geleistet zu haben. Logan war inzwischen sicher, dass was auch immer zu Strachys Selbstmord geführt hatte, nichts mit seiner zu Ende gehenden Karriere zu tun gehabt hatte. In Strachys Büro hatten sich auch zahllose dicke Aktenordner mit Unterlagen über die Renovierung des Westflügels befunden und Logan hatte sie in einem Gefühl der Überforderung einpacken und in seine eigenen Räume bringen lassen, um sie dort später in Augenschein zu nehmen. Anschließend hatte er sich mit dem ansässigen Arzt unterhalten. Gemeinsam mit dem Mediziner war er 20 Minuten lang Strachys Krankenakte durchgegangen. Wie Olafsson bereits angedeutet hatte, zeigten sämtliche Tests und Untersuchungen, dass Strachy für einen Mann seines Alters von ausgezeichneter Gesundheit gewesen war. Emotional stabil, ohne jegliche Anzeichen von bestehenden Krankheiten oder Hinweise auf zukünftige Komplikationen. Nun kehrte Logan in den Salon zurück. Er hatte die Waagehoffnung gehegt, Strachy könnte ein privates Tagebuch geführt haben, doch er fand keinerlei Hinweise diesbezüglich. Also nahm Logan seine Videokamera aus der Umhängetasche und machte sich daran, jeden einzelnen Raum zu filmen. Als er damit fertig war, zog er ein kleines Notizbuch hervor, sowie einen rechteckigen Apparat, der in Größe und Aussehen an ein Polizeifunkgerät erinnerte, mit einem Einstellknopf an der Unterseite und einem großen analogen Messinstrument auf der Front, ein Tri-Field IMF-Mieter. Er durchstreifte die Wohnräume ein drittes Mal, während er die Messnadel genau im Auge behielt und fertigte gelegentlich kurze Notizen an. Schließlich zog er ein weiteres Gerät aus der Tasche, einen digitalen Ionenzähler, übersät mit Knöpfen und Einstellrädern und Schaltern. Er nahm mehrere Messungen vor, doch die Ionisierung der Luft unterschied sich nicht von der anderen Bereiche des Gebäudes, die er bereits verprobt hatte. Sein Blick glitt durch den Raum und blieb bei dem antiken Röhrenradio haften. Es war ein Tischmodell aus roséfarbenem Holz. Abwesend drehte er den Einschaltknopf, doch nichts geschah. Neugierig hob er den Apparat hoch, drehte ihn um und öffnete die Rückseite. Im Innern befand sich ein Gewirr alter brauner und gelber Drähte und Platinen, doch die Vakuumröhren waren, wie es auf den ersten Blick schien, durch modernere Bauteile ersetzt worden. Logan zuckte die Schultern, stellte den Apparat an seinen Platz zurück und wandte sich ab. Er legte seine Werkzeuge und das Notizbuch zurück in die Tasche, blickte sich ein weiteres Mal um, wählte den Sessel aus, der nach dem Bücherregal daneben und dem abgewetzten Fußschemel zu urteilen, am bequemsten aussah, setzte sich hinein, schloss die Augen und wartete. Logan hatte schon in jungen Jahren herausgefunden, dass er ein Empath war, ein Mensch mit einer einzigartigen, beinahe übernatürlichen Fähigkeit, die Gefühle und Emotionen anderer Menschen zu spüren. Gelegentlich, wenn diese Empfindungen stark genug waren oder wenn die Person für ausreichend lange Zeit an einem Ort gewohnt hatte, konnte Logan sie sogar dann noch wahrnehmen, wenn die betreffende Person bereits verstorben war. Er saß im Lehnsessel im gedämpften weichen Licht und verdrängte seine eigenen Empfindungen und Gedanken, während er darauf wartete, dass das Zimmer zu ihm sprach. Zuerst empfand er nichts außer einem vagen, losgelösten Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden. Das war nicht weiter überraschend, es gab offensichtlich keine rauchenden Colts, keine versteckten Skelette, keinerlei emotionale Probleme, die Strachey hätte veranlassen können. In diesem Augenblick geschah etwas Unerwartetes. Wie Logan da saß, die Augen geschlossen, vollkommen entspannt, hörte er plötzlich Musik. Zuerst ganz leise, so leise, dass sie kaum zu hören war. Doch während er wartete und aufmerksam lauschte, wurde sie klarer und lauter, satt, romantisch. Das war noch nie zuvor geschehen. Als Empath war Logan es gewohnt, emotionale Eindrücke zu empfangen, starke Gefühle, gelegentlich sogar Erinnerungsfragmente. Doch noch niemals hatte er eine sensorische Stimulation empfangen, wie beispielsweise Musik. Er setzte sich in seinem Sessel auf, öffnete die Augen, blickte sich um, um zu sehen, ob die Musik vielleicht aus einer der angrenzenden Wohnungen kam. Augenblicklich verstummte die Musik. Logan erhob sich, schaltete die Lichter aus, kehrte zu seinem Sessel zurück und nahm wieder darin Platz. Wie zuvor war zuerst nichts zu hören. Das Gefühl von Behaglichkeit war verschwunden, genau wie die Musik. Nach und nach wurde er gewahr, dass er anstatt des Wohlbefindens, das er zuvor verspürt hatte, eine schwache, sehr schwache Unsicherheit, Unruhe, Bestürzung empfand. Dann kehrte die Klaviermusik zurück, leise wie zuvor, dann lauter werdend. Die üppige romantische Melodie war immer noch da, doch während Logan lauschte, veränderte sie sich allmählich. Sie wurde fremdartig, quälend, unerträglich kompliziert, lange Muster aus ansteigenden Arpeggios in einer Molltonart, schneller und schneller gespielt. Es war etwas Verstörendes, Unaussprechliches an dieser Musik, verwoben in die komplexen Passagen, fast unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, das Logan beim Zuhören geradezu diabolisch erschien. Und dann plötzlich roch er etwas. Einen Geruch, der irgendwie Teil und Bestandteil der Musik selbst war, einen zunehmend starken, Übelkeit erregenden Gestank nach verbranntem Fleisch. Plötzlich stieg eine Erinnerung in ihm auf, oder vielleicht war es eine Vorahnung. Ein altes Haus in Flammen, die wild aus den Fenstern schlugen. Er sprang aus dem Sessel. Sein Mund war trocken geworden und das Herz hämmerte in seiner Brust. Er stolperte durch die Dunkelheit zum Lichtschalter, knipste ihn um, dann lehnte er sich schwer atmend gegen die Wand und schüttelte immer wieder den Kopf, um die zunehmend erschreckende Musik daraus zu vertreiben. Innerhalb weniger Minuten hatte sich sein Atem und sein Herzschlag wieder beruhigt. Er sammelte seine Tasche auf, schlang sie über die Schulter und trat durch die Tür hinaus auf den Flur. Er griff um den Rahmen herum, um das Licht wieder auszuschalten. Dann sperrte er ab, steckte den Schlüssel ein und ging den eleganten Flur hinunter zu seinen eigenen Räumen, während er sorgfältig darauf achtete, seinen Geist so leer und freizulassen wie nur irgend möglich. Das Wartungs- und Instandhaltungszentrum des Instituts befand sich in einem hangartigen Nebengebäude östlich des Haupthauses inmitten eines Mini-Campus kleinerer Häuser. Obwohl die Fassade geschickt, der von Dark Gables nachempfunden war, verrieten die großen Schiebetüren und das flache Dach seinen eigentlichen Zweck. Jeremy Logan trat durch einen Angestellten Eingang ein und fand sich in einer riesigen Halle wieder. Weit hinten zur Rechten parkte ein regelrechtes Bataillon an, Garten- und Landschaftsbaumaschinen, Mäher, Hexler, Minitraktoren, Grabenfräsen sowie ein halbes Dutzend weiterer undefinierbarer Maschinen, blitzblank gepflegt und jederzeit einsatzbereit. Dahinter lagen zwei Wartungsnischen, angeschlossen an ein großes Lager mit Zubehörteilen. In den Nischen sah Logan Mechaniker in Overalls an zerlegten Maschinenarbeiten. Mitten in der Halle waren mehrere lange, massive Industrieregale aufgestellt, die vom Betonboden bis hinauf zur Decke reichten und beladen waren mit Paletten voll von allem erdenklichen Zeug, das erforderlich war, um den Komplex in Betrieb zu halten. Angefangen bei Lichtschaltern über PVC-Rohre und Schaltkreise bis hin zu Installationsbedarf und Büroeinrichtungen. Alles sorgfältig etikettiert und beschriftet. Als nächstes kam ein weitläufiger Werkstattbereich und schließlich an der linken Wand der Halle eine Ansammlung kleiner Büros mit Leuten, die vor Computern saßen oder telefonierten. Logan wandte sich an den erstbesten Arbeiter und fragte nach dem Büro von Ian Albright. Der Arbeiter deutete auf eine Metalltreppe, die an der Wand nach oben führte. Albrights Büro war relativ klein und funktional eingerichtet. Eine Wand war vollständig aus Glas und zeigte hinaus auf seinen Herrschaftsbereich. Albright selbst war ein fülliger Mann in mittlerem Alter mit Rotweinnase und einer fröhlichen Natur. »Na, nehmen Sie mal Platz«, sagte er glucksend, während er sich selbst auf die Kante seines mit Arbeitsaufträgen, Rechnungen und Memos übervollen Schreibtisch sorgte. »Dr. Olafsson hat mich bereits informiert, dass Sie kommen würden.« Albright sprach mit einem britischen Arbeiterklasse Akzent, den Logan geradezu erfrischend fand nach der erdrückend steifenden Atmosphäre im Haupthaus. »Danke«, sagte er, als er sich setzte. »Ich muss gestehen, Mr. Albright. »Ian, bitte.« »Ich muss gestehen, Ian, ich bin nicht ganz sicher, wie sich das nennt, was Sie tun. Eine Person bezeichnete Sie als Infrastruktursupervisor. Jemand anderes nannte Sie Gebäudemanager.« Albright warf den Kopf in den Nacken und lachte. »So ein Unsinn, also wirklich. Ich bin ein besserer Hausmeister in einem riesengroßen Haus voller Sozialwohnungen. Das bin ich!« Er deutete mit seiner Hand in Richtung des Hauptgebäudes und lachte erneut. Das Lachen des Mannes war ansteckend und Logen lächelte unwillkürlich mit. Er zögerte, die Stimmung zu zerstören. »Offen gesagt, Ian, ich bin hergekommen, um mit Ihnen über einen ehemaligen Bewohner einer dieser Sozialwohnungen zu sprechen.« »Aha, und wer könnte das sein?« »Willard Stragey.« Das Lachen in Albright's Gesicht war von einer Sekunde zur anderen wie weggewischt. »Oh«, sagte er, »ne furchtbare Geschichte.« »Allerdings.« »Er war ein guter Kerl, nicht wie manche andere, die mich und meine Mitarbeiter wie Dienstboten behandeln und nicht mal grüßen, wenn sie uns begegnen. Er war immer sehr freundlich, der Dr. Stragey. Hatte immer ein nettes Wort.« Der Vorstand des Luchs hat mich beauftragt, die Umstände seines Todes zu untersuchen. Richtig, furchtbare Geschichte, wie ich schon sagte. Er beugte sich verschwörerisch vor. »Wie viel wissen Sie?« »Worüber?« »Über die Art und Weise, wie er gestorben ist?« Logen zögerte. »Mehr oder weniger alles, denke ich.« Albright nickte. Dann flüsterte er. »Ich war es, der seinen...« Er verstummte und zeigte auf seinen eigenen Kopf. »Ich hatte gerade die Bankette gestutzt, unten beim Ostflügel, die Beete gerichtet und ein wenig gedüngt. Er schnitt eine Grimasse, als er den Moment noch einmal durchlebte. Man hat mich angewiesen, den Mund zu halten, wissen Sie?« »Ich denke, das war wohl keine schlechte Idee. Die Stimmung am Institut hat schon genug gelitten, so wie die Sache steht. Logan zögerte kurz. »Abgesehen von den letzten Wochen, wie würden Sie Dr. Strachys normalen Gemütszustand charakterisieren?« »Verzeihung?« »Wie war er so? Zurückgezogen, nachdenklich, freundlich, brütend?« Albright überlegte einen Moment. »Also, ich würde sagen, er wirkte wie jemand, jemand, der sich rundum wohlfühlt. Ich glaube nicht, dass ich je einen Mann gesehen habe, der besser zu seinem Beruf gepasst hat, auch vom Temperament her.« Es fügte sich so nahtlos ein zu dem, was andere über Strachy erzählt hatten, dass Logan beschloss, sich diese Frage zukünftig zu sparen. Ich zu sparen. würde Sie einverstanden sind. Albright sah ihn neugierig an. »Den Westflügel? Was ist damit?« Ich dachte, sie könnten mir etwas über seine Geschichte erzählen. Warum beispielsweise war er so lange Zeit geschlossen? Während Logans Zeit am Lux war das Thema Westflügel kaum je aufgekommen, beinahe so, als existierte er gar nicht. Genaues weiß ich auch nicht. Während der Sechziger und Siebziger war er jedenfalls ständig in Benutzung. Damals habe ich hier angefangen. 1978 um genau zu sein. Aber zu der Zeit kamen die ersten Beschwerden von Seiten der Forscher. Warum? Nun ja, ich schätze, er war einfach heruntergekommen, würde ich sagen. Die Virows und die Labore waren klein und beengt, ganz zu schweigen von einem sehr verwirrenden Grundriss ohne einen zentralen Korridor, der alles miteinander verbindet. Als die Renovierung des Ostflügels 1976 abgeschlossen war und jeder sah, wie viel hübscher die Kartiere auf der anderen Seite waren, wollten alle dort hin umziehen. Damals waren noch weniger Leute am Lux und das Hauptgebäude und der Ostflügel reichten aus, um alle unterzubringen. Also wurde der Westflügel nicht mehr genutzt. 1984 wurde er vollkommen abgesperrt. Warum denn das? War er etwa baufällig? Oh nein, das nicht. Es gab nur einfach keinen vernünftigen Grund, den Flügel wegen ein paar einzelner Leute weiter in Betrieb zu halten. Stromverschwendung. Abgesehen davon waren jede Menge Reparaturen fällig. Die Heizung und die Wasserversorgung waren veraltet, also hat man den Flügel einfach gesperrt. Bis vor kurzem, sagte Logan. Albright nickte. Ich schätze, man braucht jetzt einfach mehr Platz mit all den neuen Forschern und ihren Assistenten. Und der Vorstand betraute Dr. Strachey damit, die Renovierung zu leiten. Das ist richtig, zusammen mit Miss Fluth. Das ist die Architektin. Logan hatte in der Nacht zuvor ein paar Stunden damit verbracht, Strachys Notizen durchzugehen, seine Memos, Skizzen und Entwürfe für den Umbau und der Name Fluth Associates war immer wieder aufgetaucht. Sollten Ihre Leute die Umbauarbeiten durchführen? Oh nein, meine Leute machen den letzten Schliff, Heizung, Lüftung, Klima und das klemmt man und streichen. Das wäre eine Nummer zu groß für uns. Dafür braucht man eine professionelle Baufirma und Spezialisten. Spezialisten? Für die Mauerarbeiten und dergleichen. Dr. Strachys hatte ein paar ziemlich eindrucksvolle Entwürfe für den Flügel. Aber sie selbst waren mit Einbezogen, nehme ich an. Mein Job bestand in erster Linie darin, die Terminpläne mit dem Generalunternehmer abzustimmen. Hatte Dr. Strachys Freude an seiner Arbeit? Eigenartig dass sie das fragen, sagte Albright. Ich hätte gedacht, dass er keinen Spaß daran finden würde, weggerissen zu werden von seinen geliebten Gleichungen und was weiß ich. Zuerst wirkte er auch ziemlich aufgebracht wegen all dem, aber nach und nach schien er die neue Arbeit zu mögen. Das Entwerfen, meine ich damit. Er war kein Bauunternehmer, er interessierte sich nicht für das Einreißen von Wänden oder das Hochziehen von Neuen. Das Gestalten des Flügels, das war schon was anderes. Verstehen Sie, der Westflügel ist wie ein alter Luxusliner. Unter dem Rost verbirgt sich Schönheit. Man muss nur wissen, wie man danach suchen muss. Und das wusste Dr. Strachey. Er hatte ein Gespür für Architektur ganz bestimmt. Sollten die Bauarbeiten demnächst beginnen? Beginnen? Albright lachte auf. Die Abrissarbeiten sind schon seit mehr als einem Monat im Gang. Hat Strachey die Arbeiter persönlich eingestellt? Das hat er in der Tat. Ich verstehe. Logan überlegte kurz. Im Moment scheint es dort ziemlich ruhig zu sein. Ich nehme an, man hat die Arbeiten vorläufig unterbrochen, wegen der Tragödie. Und natürlich muss jemand Strachys Platz einnehmen. Ja, sie haben die Arbeiten unterbrochen, das ist richtig. Aber nicht wegen Dr. Strachys Tod. Nicht? Logan sah Albright überrascht an. Dr. Strachy hat die Arbeiten selbst angehalten, ein paar Tage vor seinem Tod. Aha, kein Witz, er hat die Arbeiter weggeschickt. Hat er einen Grund dafür genannt? Irgendwas von wegen Problemen mit der Statik. Logan runzelte die Stirn. Aber sagten sie nicht eben, der Westflügel sei stabil? Ich bin kein Ingenieur, doch ich würde darauf wetten, dass er in Ordnung ist. Eine Pause, dann könnte ich mit einem dieser Arbeiter sprechen? Ich bezweifle, dass sie einen finden. Die wurden ausbezahlt und haben sich längst in alle vier Winde verstreut. Tatsächlich? Sie meinen, nach all der Mühe, sie auszusuchen und zu koordinieren, wurden sie einfach entlassen und fortgeschickt? Dr. Strachey einen Statiker beauftragen, den Flügel zu inspizieren? Kann ich nicht sagen, könnte ich mir aber vorstellen. Logan dachte an die Sichtung von Strachys Akten am Vorabend. Er hatte nichts gesehen, was auf diese unerwartete Entwicklung hingedeutet hätte. Dieser Generalunternehmer, den sie erwähnten, wie kann ich ihn erreichen? Albright dachte nach. Er hat seinen Sitz in Westerly. Warten Sie, Rideout, Bill Rideout. Er hat wahrscheinlich die meisten Baupläne. Ich setze mich mit ihm in Verbindung. Logan hielt nachdenklich inne. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Mr. Albright, sagte er schließlich. Sie haben mir ein gutes Stück weiter geholfen. Ich bring Sie raus. Und indem er sich von der Schreibtischkante abstieß, öffnete Albright die Tür und führte Logan die Metalltreppe hinunter. Es war elf Uhr an seinem dritten Abend im Forschungsinstitut, als Logan die Leinentasche über der Schulter, zusammengerollte Baupläne und ausgedruckte Terminpläne unter dem Arm, den Hauptkorridor im Erdgeschoss des Lux entlang lief. Es war mitten unter der Woche, der Speisesaal hatte seine Tore vor über einer Stunde geschlossen, und es gab keine Vorträge in dem mit Plüschsesseln und Samt ausgestatteten Delavaux Auditorium an diesem Abend. Folglich hatten sich sämtliche Partner und Mitarbeiter erwartungsgemäß für die Nacht in ihre verschiedenen Räumlichkeiten zurückgezogen. Abgesehen von vereinzeltem Dienstpersonal oder Reinigungskräften hatte Logan die öffentlichen Bereiche des Lux für sich allein. Am späten Nachmittag hatte er eine ausgiebige Tour durch den Ostflügel unternommen und dabei die umfangreichen Umbauarbeiten bemerkt, die während einer Renovierung Mitte der Siebziger vorgenommen worden waren. Auch wenn viel von der einstigen Pracht von Dark Gables übrig geblieben war, hatte man den Ostflügel eindeutig nach praktischen Gesichtspunkten renoviert. Einbauleuchtstoffröhren hatten die Wandleuchter verdrängt. Und zumindest in den Büros und Laboren waren die gotischen Stilelemente und andere Verzierungen größtenteils entfernt worden, um auf diese Weise eine modernere funktionale, wenn gleich optisch weniger interessante Atmosphäre zu schaffen. Äußerlich dem Westflügel ähnlich besaß auch der Ostflügel drei Stockwerke und ein Kellergeschoss, im Gegensatz zu den vier Stockwerken plus Keller im Hauptgebäude. Den einen, die Logan gesehen hatte, waren Will Strachey und seine Architekten mit einer ganz anderen Vorstellung an die Renovierung des Westflügels gegangen. Dieser Anbau war in seiner ursprünglichen Gestaltung das exzentrischste von Edward de la Vos Konzepten gewesen. Logan hatte eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme des Westflügels gesehen, aufgenommen unmittelbar nachdem das Luchs das Anwesen gekauft hatte, und er konnte sich den Anblick in Gedanken vorstellen. Wenn der Besucher durch den Prachteingang hereingekommen war, hatte er sich einer großen, ovalen und vergleichsweise schlichten Galerie gegenüber gesehen, die sich durch sämtliche Stockwerke bis hinauf unter das Dach erstreckt hatte. Im ersten und zweiten Stock zogen sich Ränge um den kompletten freien Raum. Das zentrale Ausstellungsstück dieser Galerie war eine Reihe stehender Steinblöcke, zwei riesige Miniere auf der einen Seite, umgeben von einem Kreis kleinerer Felsen. Delavaux hatte die Relikte in England gekauft. Sie stammten von einer mystischen und sehr alten Fundstelle in Ambien Hill in der Nähe von Market Bosworth in Leicestershire. Der ursprüngliche Zweck der stehenden Steine blieb bis heute ein Rätsel. Man nahm an, dass an der Fundstelle prähistorische Begräbnis Zeremonien stattgefunden haben. Der Erwerb der Steine und der darauf folgende Abtransport im Jahre 1888 hatten für einen beträchtlichen Aufruhr in England gesorgt, was der Legende nach schließlich zur Gründung des Englischen National Trust geführt hatte. Anfangs hatte Delavaux noch zu Festen in die Galerie geladen, die mit Sofas, Divanen, Ottomanen und Cheselons möbliert gewesen war. In späteren Jahren, nach dem Tod seines Sohnes und seiner Frau, hatte er dort angeblich Seancen abgehalten. Der Ring aus stehenden Felsen nahm knapp das erste Viertel des Westflügels ein. Dahinter hatte ein verwirrendes Durcheinander von Zimmern gelegen. Drei Stockwerke voller Arbeitszimmer, Ausstellungsräume, Künstlerateliers, Musiksalons, spezialisierter Bibliotheken. Außerdem buchstäblich Dutzende miteinander verbundene Kammern, eine jede einem von Delavous zahllosen Hobbys, Interessen und Neigungen gewidmet. Den Gerüchten zufolge waren es der Bau und die Ausstaffierung dieses merkwürdigen Gebäudeteils gewesen, die schließlich die finanziellen Mittel des einstigen Millionärs erschöpft hatten. Zu den ersten Dingen, die das Institut unternommen hatte, nachdem es in Dark Gables eingezogen war, hatte die Renovierung der ersten und zweiten Etage gehört, wo man den verschwendeten Raum mit Büros und Laboratorien ausgestattet hatte. Die Möglichkeiten waren allerdings beschränkt gewesen. Die massiven Meniere und anderen Steine waren in das Fundament von Dark Gables eingelassen worden. Was das war eine reine Notlösung gewesen, um ihr Labor zu erreichen, mussten die Mitarbeiter durch die Büros und Labore verschiedener anderer Mitarbeiter hindurchlaufen, was für jeden eine lästige Unannehmlichkeit bedeutete. Ein sehr konfuser Grundriss, hatte Albright gesagt. Kein Wunder, dass jeder sich eifrig bemüht hatte, ein neues Zimmer zu bekommen, nachdem der Ostflügel komplett fertiggestellt gewesen war. Willett Strachys Plan hatte das ausgedehnte Chaos von Räumen beseitigen wollen, indem er sämtliche nicht tragenden Wände und anderen Elemente herausreißen lassen wollte, um zwei parallele Korridore zu schaffen, die in Nord-Süd-Richtung verliefen. Von diesen Korridoren abzweigend sollten neue, moderne Labore und Büros errichtet werden. Die ursprünglichen dekorativen Elemente, Fenster und Holzverblendungen wurden sorgsam demontiert und sollten wo immer möglich wieder eingebaut werden. Logen war so in Gedanken versunken, dass ihm nicht bewusst geworden war, dass er den ganzen Weg bis zum Ende des zentralen Flurs im Erdgeschoss zurückgelegt hatte. Nun stand er vor zwei massiven Türen aus Holz, die seinen Weg blockierten. Vor ihnen hing an zwei Messingpfosten ein dickes Seil aus rotem Samt mit einem Schild daran. Auf dem Schild war ein Schutzhelm abgebildet, darunter boten. Olafsson hatte Logen eine ganze Reihe von Dokumenten unterschreiben lassen, in denen er das Lux von jeglicher Verantwortung für Personenschäden und entsprechenden Forderungen freistellte. Im Gegenzug hatte er die Erlaubnis erhalten, sich frei und ungehindert auf dem gesamten Gelände zu bewegen. Er warf einen Blick hinter sich und fand den langen Flur verlassen. Also trat er um das Absperrseil herum, zog einen Schlüssel aus der und trat ein. Es war sehr dunkel und die Luft roch nach Sägemehl und Fugenspachtel. Während er die Tür hinter sich zuzog, kramte Logen in seiner Tasche, nahm eine Lampe heraus und schwenkte den Lichtkegel umher. Er entdeckte eine Reihe Lichtschalter und knipste einen nach dem anderen an. Er fand sich in einem kleinen Vestibül wieder, eine Art Rezeption für den Westflügel. Das Mobiliar war mit schützenden Laken abgedeckt und die Holzböden lagen unter mehreren Schichten von Planen. Sie verliehen dem Raum eine merkwürdige anonyme Aura. Es gab nur einen Ausgang, einen hohen, türlosen Rundbogen, der direkt nach Süden zeigte. Und nachdem Logen seine Umgebung ausreichend erkundet hatte, trat er hindurch. Er hielt einen Moment inne, um seine Tasche abzustellen und die Blaupausen und Berichte durchzugehen, die er mitgebracht hatte. Gemäß dem Bauplan war der erste Arbeitsschritt logischerweise die Demontage gewesen. Eine Gruppe von Arbeitern hatte das eingebaute Inventar herausgeholt zur Vorbereitung für die Kernsanierung. Eine zweite Gruppe hatte die delikatere Aufgabe gehabt, im ersten Stock bestimmte nicht tragende Wände herauszureißen, um Platz zu schaffen für die beiden neu zu bauenden Flure, die auf den Plänen als Lateralkorridor A und B eingezeichnet waren und von denen die neuen Büros und Labore abgehen sollten. Der Rest sollte später folgen. Im Raum hinter dem Vestibül fand sich Logan erneut in Dunkelheit wieder. Und das einzige Licht kam durch den Rundbogen aus dem Vorzimmer. Er blickte sich suchend um, fand eine weitere Reihe von Schaltern und knipste einen nach dem anderen an. Nichts. Natürlich nicht. Der Strom war wegen der Abrissarbeiten abgestellt worden. Logan schaltete seine Taschenlampe wieder ein und stellte fest, dass er in einem Raum stand, der scheinbar keine Decke hatte. Auch hier lagen Planen auf dem Boden, doch sie waren verschoben und verdreht vom Tritt zahlreicher Stiefel und an verschiedenen Stellen lag der Holzboden ungeschützt unter einer dicken Staubschicht. Ringsum erhoben sich antike Steine. Delavous zeremonielles Hensch. Eingesäumt von Wänden wirkten die Steine noch größer, als sie in Wirklichkeit waren. Logan leuchtete sie mit seiner Taschenlampe von schräg unten an. Sie waren roh behauen, dunkel und verjüngten sich nach oben hin. Was hatten sie wohl erlebt an Gutem wie Schlechtem? Hatten sie Richard den Dritten sterben sehen in der Schlacht, die ganz in der Nähe ausgetragen worden war und den Sturz der Plantagenetz markiert hatte? Oder heidnische und düstere Zeremonien? Etwas an diesen stillen Wächtern empfand Logan als beunruhigend und er achtete sorgfältig darauf, die Steine nicht zu berühren, als er weiterging. Hinter den stehenden Steinen führte ein Gang tiefer in den Flügel hinein. Logan folgte ihm bis zu einer Treppe am Ende, die er hinaufstieg. Auf der ersten Etage fand er ein wirres Durcheinander halb zerstörter Räume vor. Nackte Glühbirnen hingen an Drähten von den Decken. Der Staub war noch dicker hier, aber es war hauptsächlich Gipsstaub, zweifellos von den großflächig eingerissenen Wänden, die Platz schaffen sollten für Strachys parallele Korridore. Logan konnte die ungefähren Umrisse des zukünftigen Lateralkorridors A bereits erkennen, nicht so sehr daran, was bereits gebaut worden war, als vielmehr an der Schneise im Mauerwerk. Ein langes klaffendes Loch, herausgerissen aus den Büros, Laboren und Lagerräumen und genau in Süd-Nord-Richtung verlaufend. Logan konsultierte die Baupläne und die geplante zeitliche Abfolge. Die Abrissarbeiten für den Lateralkorridor A waren zuerst erfolgt, später dann sollte Korridor B an die Reihe kommen. Logan bewegte sich langsam durch den unfertigen Gang, während er seine Taschenlampe unablässig von einer Seite zur anderen schwenkte. Er fühlte sich unbehaglich angesichts der Tatsache, dass er sich auf einer Baustelle befand und viele der halb eingerissenen Wände und schiefen Deckenbalken wirkten alles andere als stabil. Nicht nur, dass er keinen Schutzhelm trug, er wanderte zudem durch eine Baustelle, die gerade erst für statisch unsicher befunden worden war. Er setzte seinen Weg noch etwa zwanzig Meter weit fort und leuchtete dabei mit seiner Taschenlampe in sämtliche Ecken, bis er auf zwei Planen traf, die von der Decke herabhingen und bis zum Boden reichten. Eine Plane blockierte den Weg vor ihm, die zweite blockierte den Weg nach rechts. Sie waren festgenagelt worden und ein hastig gekritzeltes Schild hing an der Plane vor ihm. Achtung, Lebensgefahr, Betreten verboten. Logan verharrte in der staubverhangenen Dunkelheit und dachte nach. Dann zog er ein Taschenmesser hervor und schnitt ein kleines Loch in die Plane mit dem Schild. Er schob die Taschenlampe hinein und spähte hindurch. Es war unübersehbar die Stelle, wo die Abrissarbeiten gestoppt worden waren. Dahinter lagen Räume, die, wenn auch staubig und seit langem verlassen, noch unberührt waren. Was gab es hier, Strachey zu der Überzeugung gebracht hatte, der Flügel sei baufällig? Vor der Plane auf dem Boden lag ein kleines Arsenal an Werkzeugen, Nagelpistolen, Vorschlaghemmer, Kompressoren, ein tragbarer Generator. Es sah beinahe so aus, als hätten die Arbeiter alles stehen und liegen lassen und seien geflohen. Logan zögerte. Dann wandte er sich zur Seite und leuchtete über die Plane zu seiner Rechten. Auch hier benutzte er das Taschenmesser und spähte durch das so geschaffene Loch. Zu seiner Überraschung gab es dahinter keinen Korridor und keine Öffnung, sondern eine massive Wand. Das war eigenartig. Logan konnte verstehen, dass Trachy einen Durchgang in einen Raum blockierte, den er für gefährlich befunden hatte. Aber warum eine Plane vor einer Wand? Behutsam zog er die Plane von den Nägeln, die sie an der Wand fixierten, und schlug sie zurück, sodass die Wand dahinter frei lag. Sie war eindeutig alt, datierte zurück auf die Zeit, als der Westflügel von Dark Gables erbaut worden war. Arbeiter hatten einen Teil der Tapeten und den Putz dahinter herunter gekratzt und die alten Holzplatten freigelegt. Mitten in der Wand, ungefähr auf Brusthöhe, befand sich ein Klumpen aus frischem Gips, ungefähr von der Größe einer Faust oder eines Vorschlaghammers. Er sah aus, als sei er hastig hineingedrückt worden, wie ein Stopfen in einen Abfluss. Logan untersuchte ihn eingehend im Schein der Taschenlampe. Dann kratzte er mit dem Fingernagel daran. Es war frischer Gips. Kein Zweifel, er ist vor kurzem aufgetragen. Er konnte nicht älter sein als ein oder zwei Wochen. Logan benutzte benutzte die Spitze der Messerklinge, um die Ränder des Gips Stopfens zu bearbeiten und ihn von dem alten Putz und den Latten zu lösen. Schließlich fiel er heraus und landete zu seinen Füßen. Wo er gesessen hatte, war nun ein Loch in der Wand, unheilvoll und schwarz. Logan beugte sich vor, leuchtete mit der Taschenlampe in das Loch und spähte in den Hohlraum dahinter. Fast im gleichen Moment erstarrte er. Was zum Teufel? flüsterte er leise. Er riß die Taschenlampe zurück, als hätte er sich verbrannt. Dann wich er zurück. Einen Schritt, dann einen weiteren. Für einen langen Augenblick verharrte er reglos und starrte auf das zackige schwarze Loch in der Wand. Dann legte er seine Taschenlampe so auf den Boden, Schlaghammer von dem Werkzeug kaufen. Er hob ihn hoch und tippte damit mehrmals behutsam gegen die Wand. Dann packte er ihn fest, holte aus und schlug ihn gegen die Wand neben dem Loch. Ein Spinnennetz aus Rissen erschien und Putz und Staub regneten zu Boden. Wieder und wieder hämmerte Logan kräftig, aber dennoch behutsam auf die alte Wand ein und schuf Schlag für Schlag Nach zehn Minuten Arbeit hatte er das bereits existierende Loch bis hinunter zum Boden erweitert. Ein schwarzer Schlund, vielleicht einen Meter zwanzig hoch und halb so breit. Er stellte den Vorschlaghammer ab und wischte sich die Hände an den Ärmeln sauber. Dann wartete er einen Moment und lauschte in die Dunkelheit hinein. Er war so leise zu Werke gegangen, wie es nur ging, aber ein Vorschlaghammer war ein Vorschlaghammer und kein diskretes Instrument. Nichtsdestotrotz waren weder Stimmen zu hören noch Rufe oder Schritte, die sich näherten. So weit weg von den bewohnten Bereichen des Hauses war sein Tun niemandem aufgefallen. Jetzt hob er seine Taschenlampe auf, näherte sich der von ihm geschaffenen Öffnung, bückte sich und verschwand schließlich darin. Hinter der Öffnung lag ein weiterer Raum. Logan leuchtete mit der Taschenlampe umher und sah, dass es sich um eine Art Laboratorium handeln musste, darin ein einzelner Arbeitstisch mit altmodischen Apparaturen und einige Stühle mit gerader Rückenlehne. Mitten im Raum stand ein weiterer Apparat auf dem Boden, etwa brusthoch und äußerst mysteriös aussehend. Der Raum war nicht besonders groß, vielleicht vierzig Quadratmeter und genauso geschmackvoll ausstoffiert wie der Rest des Lux. In eine Wand war ein eleganter Kamin eingelassen, hier und da hingen Bilder in antiken Rahmen an den Wänden, doch sie hatten keinerlei Ähnlichkeit mit den Bildern, die sonst überall in Dark Gables zu sehen waren. Ein Rahmen zeigte einen Rohrschacht Tinten Tinten Klicks Ein anderer ein Gemälde von Goya Auf einem Tisch in der Ecke thronte ein antiker Perkulator In einer anderen Ecke befand sich ein Grammophon auf einem dazu passenden Möbel mit einem großen Messingtrichter und einer Handkurbel an der Seite. Daneben auf dem Boden lag ein Stapel Schellackplatten in Papierhüllen. Neben dem Arbeitstisch stand ein Rollwagen aus Edelstahl mit zahlreichen anscheinend medizinischen Instrumenten Kuretten Pinzetten Klemmen An einer Wand erblickte Logan im Schein seiner Taschenlampe eine Metallstange Daran hingen voluminöse Schutzanzüge aus Metall möglicherweise Blei mit fächerförmigen Gelenken an Ellbogen Handgelenken und Knien Die Helme hatten Visiere mit schmalen Schlitzen darin Die bizarren Uniformen sahen aus wie Alien Rüstungen in einem Science-Fiction-Film Über der Sockelleiste entlang der Wand entdeckte Logan eine altmodische Steckdose Einem Impuls folgend zog er einen Spannungsprüfer aus seiner Tasche und steckte ihn ein Augenblicklich leuchtete ein grünes Kontrolllicht auf Eigenartig dass dieser Raum Strom hatte wohingegen die Räume durch die er gekommen war abgeklemmt worden waren Vielleicht hatte Strachys Mannschaft den Strom nur dort abgestellt wo sie gerade arbeitete bis auf den Putz und die Holzfragmente vor dem Loch durch das sich Logan Zutritt verschafft hatte war der Raum makellos sauber kein Staub der sich im Lauf der Jahre auf irgendeiner Oberfläche gesammelt hätte es war wie eine Zeitkapsel hermetisch versiegelt und was noch eigenartiger war Logan wurde sich dieser Tatsache gerade erst gewahr der Raum hatte keinen Eingang Logan leuchtete die Wände ab aber nirgends im polierten Holz war der geringste Spalt zu entdecken der auf eine wie auch immer geartete Tür hingedeutet was denn und wozu um alles in der Welt wurde er benutzt Logan machte einen Schritt vor dann blieb er abrupt stehen irgendetwas ein sechster Sinn oder sein Selbsterhaltungstrieb warnte ihn dass er sich in Gefahr begab für einen Moment stand er absolut reglos da dann wich er langsam zurück leise vorsichtig wie um ein schlafendes unsichtbares etwas nicht aufzuwecken er bückte sich tastete nach hinten und durch das Loch das er geschlagen hatte dann nachdem er behutsam wieder die plane vor die wand gehängt hatte zog er sich auf leisen sohlen und im unsteten schein seiner taschenlampe durch die ruinen des westflügels zum ausgang zurück mein gott entfuhr es olafsson der direktor des instituts blickte sich um und schockierte überraschung verzerrte seine patrizischen gesichtszüge es war am nächsten morgen logan hatte den direktor unmittelbar nach dem frühstück aufgesucht und hierher geführt durch die baustelle des unfertigen westflügels den angedeuteten lateralkorridor a entlang unter der plane hindurch und durch den mit roher gewalt geschaffenen eingang in den geheimen raum sie wußten also auch nichts von der existenz dieses raums stellte logan fest nein oder was sein verwendungszweck gewesen sein mag oder warum er geheim war olafsson schüttelte den kopf wenn es sich nicht um eine art labor handeln würde würde ich sagen dass der raum aus der zeit vor unserem einzug stammt der abbauer von dark gables war ein berüchtigter exzentriker logan nickte langsam es war schwer zu glauben doch wie es schien hatten die forscher und wissenschaftler des lux jahrzehntelang hier im westflügel experimentiert und gearbeitet und all die zeit über hatte niemand geahnt dass mitten im gebäude ein geheimzimmer verborgen lag gütiger himmel sagte olafsson einmal mehr als der lichtkegel von logans taschenlampe auf den schweren an der metallstange vor der wand hängenden rüstungen verweilte was um alles in der welt ist hier drin bloß vorgegangen sie sind der direktor erinnerte logan ihn es gibt nicht viel zu spekulieren aber sehen sie hier im raum irgendetwas das auf ein projekt des lux hindeuten könnte aus früheren jahren nach kurz dann schüttelte er den kopf nein er zögerte ich sehe keine tür wie haben sie diesen raum überhaupt gefunden die plane war sorgfältig über die freigelegten latten genagelt worden zusammen mit dem hier logan hub das improvisierte schild auf auf dem achtung lebensgefahr betreten verboten zu lesen stand ich habe ein faustgroßes loch bemerkt das nachträglich mit einem gips pfropfen versiegelt worden war das hat mich neugierig gemacht also bin ich der sache nachgegangen und sie sagten dass tragey die arbeiter fortgeschickt hat murmelte olafsson er blickte sie erneut um was glauben sie hat er das loch gemacht diesen raum entdeckt das wäre eine naheliegende vermutung andererseits warum es wieder verschließen und die arbeiter unter einem vorwand wegschicken logan deutete auf das schild sieht das nach seiner handschrift aus das kann ich nicht sagen das sind druckbuchstaben möchten er und schüttelte den kopf logan ließ das schild zu boden sinken wer hier im institut kann mir mehr über den westflügel erzählen ironischerweise wäre will berichte 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 eine reihe sehr merkwürdiger zwischenfälle in die einige andere bewohner hier am lux involviert waren merkwürdig in welcher hinsicht nichts allzu besorgniserregendes nicht annähernd vergleichbar mit dem was will zugestoßen ist anscheinend hat man stimmen gehört dinge gesehen die nicht da waren nichts allzu besorgniserregendes wann genau war das urlaubsen dachte kurz nach vor einem monat vielleicht sechs wochen höchstens und wie lange ging das eine oder zwei wochen wie viele personen waren betroffen eine handvoll wir dachten nicht dass es einen zusammenhang gäbe und wir wollten nicht dass sie auf eine falsche fährte gelockt werden können sie mir eine liste mit den namen der betroffenen besorgen olofsson runzelte die stirn hören sie ich glaube wirklich nicht ich kann es mir nicht leisten auch nur die kleinste spur zu ignorieren und in meinen augen sieht das nach einer spur aus aber ich bezweifle dass die betroffenen möchten dass andere davon erfahren karben wusste davon olofsson zögerte immer noch ich bin mir sicher sie wollen nicht darüber reden es ist ich stelle mir vor dass es ihnen ein wenig peinlich ist ich habe jede menge erfahrung mit peinlichen dingen glauben sie mir sie können sich darauf verlassen dass ich äußerste diskretion walten lasse als olofsson nicht antwortete fuhr logan fort hören sie gregory sie haben mich hergeholt sie können nicht ernsthaft von mir verlangen dass ich der sache nach gehe und mir dann handschellen an legen olofsson seufzte also schön aber ich bitte sie um größtmögliches feingefühl der ruf des lux als einer konservativen ernsthaften institution ist eine unserer wichtigsten aktiver ist mir bekannt also gut ich kümmere mich darum ihnen diese liste zu beschaffen olofsson sah sich ein letztes mal im schein der taschenlampe um und wieder erschien ein ausdruck von fassungslosigkeit in seinem gesicht dann wandte er sich und ließ sich von logan aus dem in geheimnisvollen schatten liegenden raum und durch die verlassene baustelle in richtung der bewohnten teile des lux führen später an jenem abend kehrte logan noch einmal zu dem raum zurück er wartete wie am abend zuvor bis alle am lux ihre aktivitäten für die nacht eingestellt hatten es war zwar höchst unwahrscheinlich dass sich jemand löste die plane schob sie zur seite und schlüpfte durch das loch in einer hand hielt er eine taschenlampe in der anderen einen großen studioscheinwerfer den er sich von einem verblüfften ian albright ausgeliehen hatte er positionierte den scheinwerfer auf seinem ausziehbaren stativ in einer ecke des raums dann führte er die schnur zu einer steckdose unter dem arbeitstisch er kehrte zum scheinwerfer zurück und schaltete ihn ein von einer sekunde zur anderen war der raum in gleißendes licht getaucht die sorte von helligkeit die logan für die akribischen untersuchungen brauchte die er als nächstes anstellen würde das gefühl von gefahr das er beim ersten überschreiten der schwelle verspürt hatte war nicht abgeklungen doch im licht des 800 watt scheinwerfers hielt es sich und legte sie zusammen mit der taschenlampe auf den tisch dann platzierte er die mitgebrachten eingerollten bauzeichnungen daneben und breitete sie flach aus es waren die originalen zeichnungen die er am nachmittag aus trechys büro mitgenommen hatte er blätterte sie durch bis er die pläne für den westflügel gefunden hatte in einem kleinen rechteckigen kasten am unteren rand standen die worte delavo residenz m. flut architekt 1886 das überdimensionale blatt war voll mit linien maßangaben und technischen anmerkungen in winziger schrift die er stück für stück entzifferte in gedanken verglich er den original zustand des gebäudes mit dem neuen konzept von strachy und seinen arbeitern es war offensichtlich dass der raum den er entdeckt hatte nicht in den zeichnungen zu finden war tatsächlich hatte es den anschein als wäre die stelle wo er sich gegenwärtig befand zumindest teilweise als treppenhaus vorgesehen gewesen daraus ergaben sich genau zwei möglichkeiten entweder der raum war nachträglich in den flügel eingebaut worden oder man hatte die pläne neu gezeichnet mit der gezielten absicht die existenz des raums zu verbergen er rollte die zeichnungen zusammen und legte sie beiseite im erbarmungslosen gleisen des studioscheinwerfers wurden nun dinge sichtbar die er vorher nicht bemerkt hatte eine runde scheibe mit kunstvollen ziselierungen saß flach in der decke zweifellos bedeckte sie das loch wo zuvor ein leuchter installiert gewesen war war dieser raum früher möglicherweise teil eines anderen größeren eleganteren saals gewesen während fünf bilder noch an den wänden hingen gab es drei nicht vergilbte stellen wo früher offensichtlich weitere objekte gehangen hatten und während er zuvor geglaubt hatte der Raum wäre in einem makellos sauberen Zustand sah er nun die Reste von Asche im Kamin er trat in die Mitte des Raums und richtete seine Aufmerksamkeit auf den großen Apparat der dort stand er umrundete das Gebilde mehrere Male und musterte es neugierig es war unregelmäßig geformt ähnlich lang wie ein Sarg allerdings doppelt so hoch mit Ausbuchtungen an den Seiten und oben deren Funktion Logan ein Rätsel war jede dieser Ausbuchtungen war versteckt unter schützenden sorgfältig angepassten Stücken aus Rosenholz wie Abdeckungen von alten Nähmaschinen so dass sie eine einheitliche Oberfläche aus poliertem Holz bildeten ein Ende des Apparats war breiter als das andere zum Teil bedeckt von einer darauf fest geschraubten Metallplatte etwas mehr als einen Meter dahinter bemerkte Logan in den Boden eingelassen die römischen Ziffern 1 bis 4 das schmalere Ende war ebenfalls mit einer Abdeckung aus Holz versehen aus einem Stück in Metall eingefasst und an zwei Stellen durch Schlösser mit dem Haupt Gehäuse verbunden Logan strich mit den Fingern über eines der Schlüssellöcher und bemerkte dabei eine kleine Messing Plakette die in das Holz eingelassen war die Plakette war angelaufen und vom eines am rechten und eines am linken Rand beam und field er fand keinerlei Hinweis was es damit auf sich haben mochte er suchte das Gebilde ab und fand zwei weitere Plaketten kleiner als die erste und dicht über dem Boden an den Apparat angeschraubt auf einer der beiden stand Rosewell Heavy Industries Perth Amboy N.J und auf der anderen ein Stück weit entfernt Elektrofabriken Kelle AG Logan zog einen digitalen Rekorder aus der Tasche und vermerkte alles genau er packte den Rekorder wieder weg und analysierte den Raum so dann mit einem Tri-Field EMF Meter und dem Luftionisationszähler er notierte die Messergebnisse in einem kleinen ledergebundenen Notizbuch um sie später mit den anderen Ergebnissen aus Trajys Räumlichkeiten und von den anderen Orten im Institut zu vergleichen Dann ging er zu dem Scheinwerfer und schaltete ihn ab Völlige Schwärze Er tastete sich zu der großen mysteriösen Maschine zurück setzte sich mit dem Rücken zu dem Apparat auf den Boden schlug die Beine untereinander und schloss die Augen während erwartete ob der Raum ihm irgendetwas sagen würde Er war neugierig und ein wenig gespannt ob sich die merkwürdige Musik wiederholen Würde die er in Strachys Apartment gehört hatte zuerst war gar nichts zu spüren außer dem schwachen Gefühl lauernder Gefahr und dann ganz unvermittelt waren sie wieder da die eindringlichen verstörenden harschen bösartigen Musikpassagen sie schwemmten in Wellen aus unheilvollen Moll Arpeggios über ihn hinweg und jedes Gefühl von ruhiger romantischer Schönheit war jäh verschwunden Logan sprang auf die Füße und zum Scheinwerfer und hätte ihn in seiner Hast beinahe umgestoßen dann stand er dort in der gleißenden Helligkeit schwer atmend während die körperlose Musik weiter in seinem Verstand echote das war seltsam höchst seltsam sogar langsam ging er im Raum umher ohne irgendetwas besonderes anzusehen bis sich sein Herzschlag normalisiert und sein Atem beruhigt hatte schließlich als er wieder er selbst war setzte er seine Untersuchung fort über dem Arbeitstisch hing ein Bücherregal komplett leer neben dem Tisch stand ein Aktenschrank Logan öffnete jede Schublade doch auch sie waren allesamt leer war 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 Labor geplant und gebaut und dann aufgegeben worden bevor die Arbeit darin überhaupt angefangen hatte wenn ja warum all die heimlich tuerei andererseits wenn hier Forschungen stattgefunden hatten und wenn diese Forschungen abgebrochen worden waren warum hatte man nicht dieses seltsame Ding entfernt und zerstört wie es anscheinend mit all den Büchern und Unterlagen geschehen war Logan kehrte zu seiner Tasche und seinen Werkzeugen zurück und nahm einen kleinen Gummihammer von der Sorte die Ärzte zum Testen von Reflexen benutzen mit dem Ohr an der Wand umrundete er den Raum einmal langsam während er immer wieder mit dem Gummihammer gegen die Mauern klopfte und auf ein verräterisches Echo lauschte das einen Hohlraum oder eine versteckte Tür anzeigte es musste einen Eingang geben so viel war klar wer auch immer dieses Labor gebaut oder hier gearbeitet hatte war nicht auf die gleiche Weise hereingekommen wie Logan doch seine Suche blieb ergebnislos er legte den Gummihammer mit einem Seufzer zurück lag der Eingang vielleicht im Boden oder in der Decke nein nein das wäre lächerlich gewesen die Antwort musste wie es schien einstweilen warten er justierte den Winkel des Scheinwerfers ein wenig und machte sich daran die Asche zu untersuchen die er im Kamin entdeckt hatte es war keine Holzasche wie er ursprünglich vermutet hatte sie sah eher aus wie die Überreste von sorgfältig verbranntem Papier er nahm eine Handvoll des Materials hoch und ließ die winzigen krausen Rußstückchen durch die Finger rieseln dann roch er an den Fingern der verkohlte Geruch war schwach aber bemerkbar was allerdings noch gar nichts aussagte das Papier konnte genauso gut gestern wie vor fünf Jahrzehnten verbrannt worden sein weiter hinten im Kamin fand er ein paar Fetzen die nur unvollständig verbrannt waren ein halbes Dutzend Papierschnipsel jeder davon mit ein paar entzifferbaren Lettern die meisten enthielten zu wenige Buchstaben um nützlich zu sein tatsächlich nur Fragmente und er legte sie erst einmal beiseite die Überreste einer alten Fotografie waren interessanter vielleicht eines der Bilder die von den Wänden abgehängt worden waren das meiste war weggebrannt doch der untere Rand war übrig geblieben Logan konnte ein Stück von einem Tisch erkennen vermutlich der Arbeitstisch der immer noch in diesem Raum stand darauf waren ein paar Papiere zu sehen zusammen mit einigen alles zu unscharf um leserlich zu sein hinter dem Schreibtisch standen drei Personen in Laborkitteln nur die Rümpfe waren sichtbar alles oberhalb war verbrannt Logan legte auch das Foto beiseite das letzte Stück Papier schien ein Memo gewesen zu sein es war auf einer mechanischen Schreibmaschine getippt worden und allem Anschein nach mehrere Jahrzehnte alt es war stark verbrannt und vergilbt aber als Logan damit zum Tisch ging und es eingehend studierte konnte er ein Fragment entziffern Projekt Sinn Projekt Sinn die rechte Seite des Blattes war weggebrannt das zweite Wort war also offensichtlich unvollständig oder vielleicht doch nicht plötzlich erstarrte Logan seine Instinkte denen er blind zu vertrauen gelernt hatte signalisierten plötzlich höchste Alarmstufe und Adrenalin schoss in seinen Kreislauf was war passiert da war es wieder es klang wie ein leiser Schritt das kaum wahrnehmbare Knarren einer Holzdiele es schien von jenseits der Wand zu kommen der Wand gegenüber jener die er aufgeschlagen hatte um den Raum zu betreten Logan erhob sich hastig zu hastig der Stuhl auf dem er gesessen hatte kippte laut klappernd um er blieb reglos stehen und wagte kaum zu atmen während er lauschte für eine gefühlte Ewigkeit herrschte absolute Stille dann vernahm er ein neues Geräusch das klang wie das leise Tappen sich rasch entfernender Schritte Logan packte seine Taschenlampe duckte sich durch das Loch in der Wand und rannte den Korridor hinunter so schnell er konnte in dem Gewirr aus abgerissenen Büros Schutt und liegengelassenem Werkzeug in dem Versuch zur anderen Seite des Flügels zu gelangen nach fünf Minuten furchtlosen Suchens hielt er frustriert und schwer atmend inne er schaltete seine Taschenlampe aus und lauschte in die Dunkelheit alles war still und nirgends war ein Licht zu sehen das die Gegenwart einer anderen Person preis gegeben hätte der Westflügel lag leer und verlassen da Logan schaltete seine Taschenlampe wieder ein als er jetzt langsamer als zuvor zurückkehrte zu dem vergessenen Raum Die Aufzugtüren öffneten sich leise zu einem schwach leuchtenden Kellergang Jeremy Logan wusste dass der unterirdische Bereich des Lux zusammen mit mehreren anderen Abschnitten des Instituts für Besucher tabu war ebenso für Gastforscher und sogar einen Teil des Mitarbeiterstabs was zur Folge hatte dass die Eleganz der öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten hier nicht fortgeführt wurde der Flur beispielsweise in dem er sich nun wieder fand hatte Wände und eine Gewölbedecke aus nacktem Stein und erinnerte an römische Katakomben Die Luft war sauber und kühl ohne Beimischung von Moder oder Feuchtigkeit Er warf einen Blick auf seine Uhr Viertel nach eins mittags Die Entdeckung des vergessenen Raums zusammen mit dieser überwältigenden mysteriösen Fremdheit hatte ihn mehr verunsichert als ihm zunächst bewusst gewesen war Er war an diesem Morgen mit dem für ihn untypischen Gefühl von Niedergeschlagenheit erwacht als wisse er nicht was der nächste Schritt sein oder in welche Richtung er sich wenden sollte In Newport gab es eine eindrucksvolle gut sortierte öffentliche Bibliothek und ein Besuch dort insbesondere in den Abteilungen für Mikrofischs und DVDs vertrieb seine Stimmung rasch Auch wenn er nicht wusste wie genau er weiter vorgehen sollte so hatte er doch wenigstens den Funken einer Idee Während der Dauer seiner Beschäftigung am Lux war er nie im Keller von Dark Gables gewesen Zudem gab es keine Wegweiser die ihm die Richtung gewiesen hätten Also gehorchte er einem Impuls und wandte sich nach links am Fuß der Haupttreppe vorbei die hier in diesen unterirdischen Tiefen keine Verkleidung aus poliertem Marmor besaß Er war keine dreißig Meter weit gekommen als er vor einer Tür aus glänzendem Stahl stand einem bemerkenswerten Anachronismus in diesem poesken Gebäude mit einem Fenster aus getöntem in regelmäßigen Abständen mit Löchern versehenem Plexiglas Ein Schild unter der Scheibe verkündete Forschungslabor Zutritt für unbefugte Verboten Logan sah durch die Plexiglasscheibe und erkannte einen langen Korridor in modernem Hightech-Design mit Leuchtpanelen an der Decke Geschlossene Türen säumten beide Seiten Logan fühlte sich an den Laborkomplex einer Forschungsklinik erinnert abgesehen von der Tatsache dass er vollkommen verlassen zu sein schien Neben der Tür gab es ein Tastenfeld sowie einen Kartenleser jedoch keine Klingel und kein Telefon Irgendwie erschien Klopfen nicht als angemessen Logan wußte dass die modernsten Labore des Instituts hier im Keller untergebracht waren was nicht nur daran lag dass durch diese Verbannung die antike Atmosphäre in den anderen Etagen gewahrt werden konnte sondern weil der denkmalgeschützte Status des Status keine andere Wahl gelassen hatte schulterzuckend wandte sich Logan von der Tür ab und versuchte sein Glück in der entgegengesetzten Richtung hier hatte er mehr Glück nachdem er den Lift passiert hatte und dem Gang um eine Biegung gefolgt war kam er zu einer offenen Tür mit einem Schild auf dem Archive zu lesen stand hinter der Tür verbreiterte sich der Raum zu einer höchst beeindruckenden Halle die in angenehm weiches freundliches Licht getaucht war Reihen von Aktenregalen erstreckten sich in akkuraten Abständen über die gesamte Länge sie standen weit genug voneinander entfernt um jedes Gefühl von Beklemmung zu vermeiden er betrat den Saal Dekorative Holzsäulen mit eingeschnitzten Weinranken zierten die Wände und an der Decke prangte ein kunstvolles Trompeleu Gemälde von Bacchus auf einer Lichtung liegend Weinschlauch im Schoß Locken und Glieder lieb Kost von Menaden Gleich hinter der Tür saß eine ältere Frau an einem Schreibtisch Das Namensschild auf dem Tisch verkündete J. Remanugen Sie musterte Logan mit geschürzten Lippen von oben bis unten Er vermochte nicht zu sagen ob lediglich abschätzend oder missbilligend Kann ich Ihnen behilflich sein? fragte sie Ich möchte die frühen Akten des Luchs einsehen sagte Logan Ihren Ausweis bitte Logan kramte in seinen Jackentaschen und zog die Karte hervor die Olofsson ihm während seiner Einweisung gegeben hatte Die Frau warf einen kurzen Blick darauf Ausweis sagte sie so dann Es tut mir sehr leid aber befristete Mitarbeiter haben keinen Zutritt zu den Archiven Das ist mir bekannt sagte Logan halb entschuldigend Aus diesem Grund habe ich auch das hier bekommen Er zog eine Bescheinigung auf Lukes Briefpapier hervor Sie war von Olofsson unterschrieben und bescheinigte Logan unbeschränkten Zugang zu sämtlichen Räumen und Einrichtungen des Instituts Miss Ramanujan überflog den Brief und gab ihn Logan zurück Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Logan schob das Beglaubigungsschreiben zurück in seiner Innentasche Ehrlich gesagt ich weiß es nicht genau Die Frau runzelte verwirrt die Stirn Normalerweise suchen die Forscher und Wissenschaftler die hierher kommen nach etwas Bestimmtem sagte sie Sie nahm ein Klemmbrett vom Schreibtisch und drehte es zu ihm um Es enthielt leere Anforderungsformulare Bevor ich ihnen helfen kann muss ich das genaue Projekt oder zumindest das Aufgabengebiet wissen auf dem sie Nachforschungen anstellen wollen Ich fürchte die Art meiner Recherchen ist relativ amorph Unglücklicherweise kann ich nicht mehr dazu sagen solange ich die gesuchten Akten nicht gefunden habe Das überstieg eindeutig die Vorstellungskraft der Archivarin Wenn sie mir keinen Projekt Namen und kein Gebiet nennen können können sie mir dann vielleicht einen Zeitrahmen nennen einen spezifischen Monat beispielsweise in dem die Arbeit abgeschlossen wurde Logan nickte langsam Das könnte funktionieren Wir könnten mit den Dreißigern anfangen Den Dreißigern wiederholte Miss Remenugent Den Neunzehnhundert Dreißigern Ja Das Gesicht der Frau wurde eigenartig ausdruckslos Sie nahm Logans Ausweis den sie zuvor auf dem Schreibtisch platziert hatte wieder zur Hand betrachtete ihn und legte ihn auf das polierte Holz zurück Nach einem Moment blickte sie zu Logan auf Dr. Logan sagte sie Hier unten lagern Aufzeichnungen über mehr als elftausend Forschungsprojekte Die Zahl der Dokumente geht in die Millionen Erwarten Sie ernsthaft von mir Sie überschlug rasch die Zahlen dass ich 18.000 Dokumente für sie zur Durchsicht hole Nein nein sagte Logan rasch Was schlagen sie dann vor Wenn ich einfach für mich allein durch die Akten gehen könnte das würde mir möglicherweise einen besseren Anhaltspunkt für das geben wonach ich suche und vielleicht käme ich so auch relativ schnell voran Sie war für einen Moment sprachlos normalerweise haben Forscher und zu den Dokumenten sagte sie dann insbesondere solche mit befristetem Aufenthalt das ist höchst ungewöhnlich statt einer Antwort deutete Logan auf seine Brusttasche mit Olofsons Vollmacht Die Archivarin seufzte also schön Sie können diesen Tisch dort drüben benutzen falls Sie einen brauchen aber nehmen Sie nicht mehr als fünf Akten Ordner auf einmal aus den Regalen und bitte passen Sie auf wenn Sie sie zurückstellen Selbstverständlich versicherte Logan ihr Danke sehr Im Verlauf der nächsten drei Stunden wanderte Logan unter den wachsamen Augen der Archivarin zwischen den Regalen und dem zugewiesenen Tisch hin und her jedes Mal dicke Ordner in den Händen eröffnete die Ordner überflog rasch den Inhalt und kritzelte Anmerkungen mit einem goldenen Stift in sein kleines Notizbuch Zuerst führten ihn die Nachforschungen in jeden Winkel des Archivs Nach einer Weile verkleinerte sich jedoch sein Radius und er las langsamer und gründlicher in den verschiedenen Ordnern Schließlich stellte er die letzten Ordner zurück und anstatt sich neue zu holen ging er von Regal zu Regal und starrte in zahlreiche Fächer während er Notizen in seinem Buch vermerkte wie jemand der eine Art Inventur durchführt Schließlich steckte er das Notizbuch ein und kam an den Schreibtisch der Archivarin Danke sehr sagte er Miss Ramanujan nickte leicht und gab ihm seinen Ausweis zurück Ich hätte eine Frage sagte Logan So umfangreich dieses Archiv auch sein mag Ich habe nichts gesehen das neuer ist als aus dem Jahr 2000 Das ist korrekt antwortete die Archivarin Hier befinden sich lediglich Unterlagen über abgeschlossene oder inaktive Forschungsprojekte Und wo finde ich die jüngeren Dokumentationen Nun ein Teil davon liegt sicherlich bei den Wissenschaftlern und Forschern Der Rest ist in Archiv Nummer 2 hinter der Tür dort Sie deutete auf die Tür am Ende des Saals Ich verstehe Danke sehr Logan wandte sich ab und wollte in die angegebene Richtung Warten Sie begann die Frau Doch Logan war schon auf Auf der Rückseite des Archivs gab es wie er bereits bei seinem Eintreten vermutet hatte einen Wachposten der den Zugang zum rückwärtigen Archiv versperrte Ein einzelner Mann in der Montur der Sicherheitsleute des Lux saß an einem Schreibtisch Er erhob sich als Logan näher kam Kann ich Ihnen helfen Sir fragte er Ich würde gern ein paar Recherchen im Archiv anstellen sagte Logan und nickte in Richtung der Tür Ihren Ausweis bitte sagte der Wachmann Um Zeit zu sparen legte Logan ihm nicht nur den Ausweis hin sondern auch den von Olofsson ausgestellten Passierschein Der Wachmann nahm beides entgegen überflog die Dokumente kurz und reichte sie Logan zurück Es tut mir leid Sir aber Ihre Sicherheitsstufe reicht nicht aus um Ihnen Zugang zu Archiv Nummer zwei zu gewähren Aber dieser Passierschein von Direktor Olofsson Es tut mir leid Sir erwiderte der Wachmann entschieden Aber ich darf nur Personen mit Sicherheitsstufe A oder höher durch diese Tür lassen Sicherheitsstufe A Davon hatte Logan noch nie gehört Tatsächlich hatte er in seiner Zeit am Lux überhaupt nichts von Sicherheitsstufen und der gleichen gehört Aber begann er und machte einen Schritt vor Der Wachmann versperrte ihn den Weg Logan bemerkte den Schlagstock und die Dose Pfefferspray die griffbereit am Gürtel des Bediensteten hingen Ich verstehe murmelte er langsam Er nickte wandte sich ab und durchquerte den Saal in Richtung Ausgang Es war Viertel vor sieben Abend als Logan an die Tür des Büros von Direktor Olofsson klopfte Herein tönte es von drinnen Als Logan vor einem kleinen Spiegel und richtete seine Krawatte Ihre Sekretärin hat schon Feierabend gemacht sagte Logan Oh Verzeihung Waren Sie auf dem Weg zum Abendessen Das kann warten Olofsson schlüpfte in seine Anzugsjacke und setzte sich hinter seinen Schreibtisch Haben Sie etwas gefunden Etwas ja und ich brauche etwas von Ihnen Olofsson breitete die Hände mit den Handflächen nach oben aus verfügen Sie über mich Logan legte seine Tasche auf der Armlehne eines der beiden Sessel ab die vor dem Schreibtisch arrangiert waren dann setzte er sich er öffnete die Tasche und zog etwas hervor einen Umschlag mit einem verkohlten Stück Papier erreichte ihn Olofsson der den Inhalt aufmerksam musterte das habe ich unter einem Haufen verbrannter Papiere im Kamin des vergessenen Fotos es scheinen drei Männer in Laborkitteln zu sein sie stehen hinter einem Arbeitstisch nicht irgendeinem Arbeitstisch es ist der Tisch der immer noch im vergessenen Raum steht sie können es an diesem tiefen Kratzer hier im Holz erkennen nahe der linken Ecke und wenn schon es ist unmöglich diese Leute zu identifizieren das Foto ist von der Brust an aufwärts verbrannt das ist richtig erwiderte Logan aber es verrät uns trotzdem etwas wichtiges er griff erneut in seine Tasche und nahm ein Blatt Papier heraus in der Mitte gefaltet und hielt dem Direktor die untere Hälfte hin es war ein helles cartoon artiges Bild von einem schwerer See er trug eine zweireihige Skipperjacke weiße Hosen und eine Mütze und sah amüsiert auf eine junge Frau hinab die eingewickelt in eine Decke in einem Deckstuhl lag und offensichtlich seekrank war Olofsson blinzelte die Zeichnung an und was ist damit jetzt faltete Logan das Blatt auf und ließ den Direktor die obere Hälfte sehen das Logo eines Magazins Seite zusammen mit einem Datum 16. Juli 1932 Die Bibliothek von Newport hat eine ausgezeichnete Sammlung an Periodika erklärte Logan Sie wollten mir nicht die echte Ausgabe überlassen aber sie haben eine Farbkopie des Titelblatts für mich gemacht Ich verstehe nicht sagte Olofsson Werfen Sie Sie sind alle viel zu verschwommen als dass man etwas darauf entziffern könnte bis auf die Titelseite des Magazins mit dem dicken Mann in der komischen Skipper Uniform Sehen Sie genau hin Man kann es gerade so erkennen Es ist offensichtlich nicht die Titelseite von einem der vielen Hochglanz Magazine wie Colliers oder Live oder der Saturday Evening Post Es sieht eher nach etwas Konservativen aus wie beispielsweise Er schob das Blatt zurück in seine Tasche Damit hätten wir einen Terminus ante creme für die Forschung die in diesem Raum betrieben wurde Der vergessene Raum wurde mindestens bis zum Sommer des Jahres 1932 benutzt Ich verstehe Und das beantwortet über jeden Zweifel hinaus unsere Frage wer den Raum benutzt hat Das Lux hat ihn benutzt möglicherweise nach dem ursprünglichen Eigentümer oder statt seiner Und wo wir vom Eigentümer sprechen Ich habe die ursprünglichen Pläne von Dark Gables in Strachys Büro überprüft Der Raum existiert auf diesen Plänen nicht Logen nahm das verkohlte Stück Foto und legte es zurück in seinen Rucksack Haben Sie schon einmal von einem Projekt Sinn gehört? Projekt Sinn? Olofsson runzelte die Stirn Nein Bitte denken Sie genau nach Sinn könnte durchaus auch der Anfang von einem Wort sein Fällt Ihnen kein Lux Projekt mit diesem Namen ein? Als Olofsson den Kopf schüttelte zog Logan eine transparente Hülle hervor Sie enthielt die Überreste der verbrannten Notiz die Logen ebenfalls aus dem Feuer geborgen hatte Erreichte Olofsson auch dieses Relikt Der Direktor musterte den Inhalt für einen Moment bevor er die Hülle zurückgab Das sagt mir nicht einmal ansatzweise etwas Ich habe im Archiv nachgesehen und ebenfalls nichts über ein entsprechendes Projekt finden können obwohl meine Recherche praktisch erschöpfend war Allerdings habe ich etwas anderes herausgefunden etwas äußerst Interessantes Olofsson schenkte sich ein Glas Wasser aus einer Karaffe auf seinem Schreibtisch ein Lassen Sie hören Logen beugte sich vor Ich habe herausgefunden dass es vermutlich eine Lücke in den Aufzeichnungen gibt Eine Lücke Was für eine Lücke Als ich heute Nachmittag unten im Archiv recherchiert habe fand ich Unterlagen zu verschiedenen Projekten die Ende der 1920er Anfang der 1930er Jahre wieder Aufschwung erhielten Interessanter aber scheinbar nicht im Zusammenhang stehende Projekte mit teilweise ungewöhnlichen Themen wie den unbekannten Qualitäten elektromagnetischer Strahlung der Klassifizierung von chemischen Substanzen Substanzen im Gehirn oder dem Versuch ektinische Kraft zu isolieren und zu analysieren Die Was? fragte Olafsson Ektinische Kraft Ja, das ist besonders interessant, nicht wahr? Die ektinische Kraft auch Ektoplasma genannt war eine Substanz von der man glaubte sie würde während Seancen von spirituellen Medien verströmt zum Zwecke der Telekinese oder der Kommunikation mit den Toten Sie wurde im 19. Jahrhundert sehr eingehend studiert Danach schwand das Interesse wieder Er zögerte Warum könnten Forscher am Lux diesbezügliche Studien wieder aufgenommen haben? Ich weiß es nicht sagte Olafsson Haben denn die Akten selbst keinen Hinweis geliefert? Da liegt das Problem Die Akten gaben klare Hinweise darauf dass diese Projekte so wie einige andere im Verlauf mehrerer Jahre Fahrt aufnahmen doch finden sich in ihnen bemerkenswert wenig Fakten weder die Namen der beteiligten Forscher noch genaue Angaben über die Natur ihrer Arbeiten noch Ergebnisse der Experimente Tests oder Beobachtungen Logan lehnte sich wieder zurück Die fraglichen Akten haben eine weitere Gemeinsamkeit Sie alle enden abrupt irgendwann Anfang der 1930er Jahre Olafsson das in den Jahren zwischen 1930 und 1935 weniger Material archiviert wurde als üblich manchmal nur ein wenig manchmal deutlich weniger Olafsson sah ihn schweigend an meine Theorie lautet bislang es gab gegen Ende der 1920er Jahre mehrere Projekte am Lux die um 1930 herum zu einem einzigen Projekt zusammengefasst wurden dieses Projekt wurde bis 1935 fortgesetzt bis es aus welchen Gründen auch immer plötzlich eingestellt wurde und sie denken es war dieses sogenannte Projekt Sinn sagte der Direktor sichtbar gemacht durch sein fehlen ganz genau entgegnete Logan denn von 1935 an haben die Aufzeichnungen in den Archiven wieder den normalen Umfang ich glaube wer auch immer die Aufzeichnungen entfernt hat ist auch verantwortlich für das verschwinden des geheimen Labors von dem sie vermuten dass es der Ort war wo die Forschung zu diesem Projekt stattgefunden hat welche andere Annahme könnte ich machen für einen Moment huschte ein merkwürdiger Ausdruck über Olafssons Gesicht Logan spürte sofort was er bedeutete es war der Gesichtsausdruck eines Mannes der plötzlich zwei Puzzlesteine zusammengesetzt hatte was fragte er schnell Olafsson antwortete nicht gleich dann riss er sich zusammen Verzeihung sie haben gerade an etwas gedacht woran Olafsson zögerte oh nichts ich versuche nur all ihre Schlussfolgerungen zu absorbieren das ist alles mir ein Bild zu machen ich verstehe also ich möchte sie gerne um einen Gefallen bitten könnten sie mir eine Liste all der Forscher beschaffen die hier am Lux gearbeitet haben sagen wir im Zeitraum von 1930 bis 1935 eine Liste wiederholte Olafsson wie ich bereits sagte die Namen der fraglichen Forscher wurden aus den Akten redigiert wenn ich in Erfahrung brächte wer zu dieser Zeit am Lux war könnte ich von dort aus rückwärts arbeiten und mehr über das eigentliche Projekt herausfinden ich fürchte das ist nicht möglich wir haben keine derartige Liste wir hatten nie eine einige Leute haben allen Grund ihre Arbeit und ihre Zeit am Lux nicht an die große Glocke zu hängen wenn jemand seine Zeit hier in seinem Lebenslauf erwähnen möchte schön soll er das ist seine Sache aber wir legen Wert auf die Feststellung dass wir niemals damit werben Logan sah Olafsson einen Moment lang abschätzend an der Direktor hatte sich während der gesamten Unterhaltung eigenartig unkooperativ gegeben wie dem auch sei fuhr Olafsson fort ich sehe nicht was das alles mit Will Strachys Tod zu tun haben soll und das ist schließlich der Grund aus dem man sie hergerufen hat Logan versuchte einen anderen Ansatz man hat mir den Zutritt zum zweiten Archiv verwirrt sagte er irgendwas von wegen Sicherheitsstufe A die ich nicht hätte was soll das ich dachte ich hätte uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen Aufzeichnungen und Sekunden um diesen plötzlichen Themawechsel zu verdauen dann erschien ein etwas zerknirschter Ausdruck in seinem Gesicht es tut mir leid sie haben Zugang zu 95 Prozent aber es gibt einige neuere noch laufende Projekte die damit in Verbindung stehenden Daten sind äußerst sensibel so sensibel dass ein Wachmann vor dem Archiv erforderlich ist fragte Logan ich dachte sie hätten mir erzählt dass das Lux nur einen rudimentären Sicherheitsdienst beschäftigen würde Olaf so lachte verlegen Jeremy nur weil wir nicht für das Militär arbeiten heißt das nicht dass wir keine Projekte haben die nicht der Geheimhaltung unterliegen sie sind während ihres Aufenthalts hier bei uns nicht damit in Berührung gekommen und sie haben keinen Grund sich jetzt damit zu befassen die große Mehrzahl von Forschungsarbeiten hier am Lux ist zwar geschützt aber davon nicht betroffen unsere Forscher haben die Option die Akten ihrer aktuellen Projekte in Archiv Nummer zwei zu lagern Will Strachey hat keinen Gebrauch von diesem Angebot gemacht wie sie selbst gesehen haben er war gegenüber jedermann offen und hatte all seine Akten in seinem Büro Will hatte die Sicherheits Stufe B wie fast jeder andere auch sie eingeschlossen Stufe A ist an Hochsicherheitsprojekten arbeitet als Logan nichts sagte fuhr Olofsson fort ganz ehrlich Jeremy es gibt keinen Zusammenhang zwischen der vertraulichen Arbeit hier am Institut und dem Tod von Will überhaupt keinen und er hätte es auch gar nicht anders gewollt für eine Weile sagte Logan nichts schließlich nickte er der Direktor legte die Hände auf den Schreibtisch also gibt es sonst noch etwas haben sie diese Liste um die ich sie gebeten hatte mit den Namen der betroffenen Personen ah ja richtig Olofsson sperrte eine Schublade in seinem Schreibtisch auf und nahm einen versiegelten Umschlag hervor den erlogen reichte nur noch eine Sache wurde am Lux gegen Anfang des vergangenen Jahrhunderts zum Thema Radiowellen geforscht Olofsson überlegte kurz ich glaube nicht ich habe jedenfalls nie von so etwas gehört warum weil ich ein altes Radio in Strachys Räumlichkeiten gefunden habe es sah zumindest von außen wie ein Radio aus ich dachte naja ich dachte vielleicht hat er es von irgendeinem früheren Projekt aus dem Westflügel Olofsson kicherte Will hat ständig merkwürdige Dinge angeschleppt antike Technik und mechanische Kuriositäten sie haben sicher genügend Beispiele Er ist mit Vorliebe über Flohmärkte gezogen auf der Suche nach solchem Zeug Olofsson schüttelte den Kopf es ist wirklich merkwürdig wissen sie so brillant wie er auch mit Software umgehen konnte er hatte keinerlei technische Begabung es gelang ihm nur mit Mühe und Not eine Glühbirne zu wechseln oder in seinem geliebten Boot zu segeln Olofsson erhob sich trotz allem habe ich Warum nicht Logan nahm seine Tasche und hängte sie sich über die Schulter dann ließ er sich von Olofsson aus dem Büro führen Pamela Fluth saß in ihrem Büro über den Zeichentisch gebeugt beide Ellbogen auf einer Auswahl an Skizzen und Entwürfen vollständig versunken in das Design eines Gebäudes obwohl sie wie alle modernen Architekten ihre endgültigen Zeichnungen am Computer anfertigte zog sie es vor die ersten Skizzen eines Projekts per Hand zu Papier zu bringen weil es ihren Ideenfluss begünstigte es handelte sich um ein ganz spezielles Projekt den kompletten Umbau einer alten Konserven Fabrik in der Thames Street in Eigentumswohnungen sie hatte schon immer mehr gewerbliche Arbeiten machen wollen und das hier konnte zu einer ganzen Reihe von Folge aufträgen plötzlich wurde ihr so vertieft war sie in die Skizzen und die CD Birth of the Cool die im Hintergrund lief sie richtete sich auf verließ ihr Büro durchquerte den Flur und den Salon des weitläufigen alten Hauses und erreichte die Eingangshalle sie öffnete die Tür und blickte in die grauen Augen eines großen Mannes mit hellbraunen Haaren der seinem Gesicht nach zu urteilen vielleicht vierzig Jahre alt war es war ein attraktives Gesicht sinnlich mit ausgeprägten Wangenknochen und der Andeutung eines Grübchens am Kinn und mit einer Haut die im Licht der späten Morgensonne samten schimmerte er kam ihr irgendwie bekannt vor Miss Fluth fragte der Fremde und überreichte ihr seine Visitenkarte mein Name ist Jeremy Logan wenn sie vielleicht ein paar Minuten Zeit für mich hätten Pamela überflog die Karte dort stand lediglich Dr. Jeremy Logan Department of History Yale University Der Mann sah ganz und gar nicht nach einem Professor für Geschichte aus er war zu gebräunt mit schlanker athletischer Statur und er trug einen maßgeschneiderten Anzug anstatt des üblichen groben Tweets war ja vielleicht ein potenzieller Kunde ihr wurde bewusst dass sie ihn auf der Türschwelle stehen ließ oh tut mir leid bitte kommen sie doch herein sie trat zur Seite und führte ihn in den Salon das ist ein sehr schönes Haus bemerkte der Besucher als sie sich setzten stammt der Entwurf von ihrem Großvater ja das ist richtig er hat es gebaut die viktorianischen Formen sind erfrischend anders als all die Kolonialstil und italianisierende Architektur hier in Newport ist ihr Fachgebiet vielleicht Architektur Dr. Logan um eine Zeile aus einem alten Film zu zitieren ich weiß nicht wirklich viel über irgendetwas aber ich weiß ein wenig über praktisch alles der Besucher lächelte sie an sie müssen eine Menge über Geschichte wissen wie mehr scheint das Problem mit Geschichte ist Miss Fluth dass sie sich fortschreibt immer weiter ob man es will oder nicht ein Shakespeare gelehrter kann im Gegensatz dazu an seiner Arbeit gehen in der sicheren Gewissheit dass keine neuen Stücke mehr auftauchen Pamela lachte auf der Mann mochte ja charmant sein aber sie musste ein Haus voll Eigentumswohnungen entwerfen die ersten Pläne mussten in zwei Wochen fertig sein wie kann ich ihnen helfen dr. der Mann schlug ein Knie über das andere tatsächlich bin ich wegen ihres Großvaters hier sein name war Maurice Fluth ist das richtig und er war Architekt genau wie sie das ist richtig und er hat unter anderem auch die Residenz für Edward de la Vaux entworfen Mitte der 1880er Jahre das Anwesen das später unter dem Namen Dark Gables bekannt wurde bei diesen Worten schrak Pamela unmerklich zusammen sie antwortete nicht heute ist dort das Lux beheimatet sind sie Forscher an diesem Institut dr logan fragte Pamela vorsichtig nur befristet und was genau wollen sie von mir logan räusperte sich nun da ihr Großvater der Architekt des Anwesens war und dieses Haus hier wenn ich richtig informiert bin sein Wohnhaus und Atelier war habe ich mich gefragt ob hier vielleicht noch die Original Pläne von Dark Gables vorhanden wären das also war es sie starrte den Mann in plötzlich aufkeimendem Misstrauen an und warum interessieren sie sich für diese Pläne ich würde sie gerne studieren warum ich fürchte ich kann nicht in die Details gehen aber ich darf ihnen versichern dass Pamela erhob sich so abrupt dass der Mann mitten im Satz abbrach es tut mir leid aber die Pläne sind nicht verfügbar gibt es vielleicht eine Möglichkeit sie zu einem späteren Zeitpunkt einzusehen es würde mir nichts ausmachen zu warten nein die gibt es nicht und jetzt wäre ich ihnen wirklich sehr dankbar wenn sie gehen würden der Mann musterte sie mit einem eigentümlichen blick er erhob sich langsam miss fluth ich weiß dass sie an der ich habe sehr viel zu tun dr logan bitte gehen sie bitte der Mann sah sie noch einen Moment länger an dann nickte er ihr dankend zu wandte sich ab und verließ das Haus ohne ein weiteres Wort es war kurz nach vier Uhr nachmittags als Logan durch den langen korridor im dritten stock von dark gables ging auf halber strecke wandte er sich zu einer breiten verglasten doppeltür um die sich in einem großzügig eingerichteten salon öffnete er betrat den raum und sah sich um auf einem weiß gedeckten tisch war alles für den nachmittagstee vorbereitet teetassen aus edlem porzellan ein tablett mit gebäck ein großer edelstahl kessel voll heißen tees der tee war stets darjeeling und der salon war stets verlassen um diese zeit am nachmittag waren die wissenschaftler ausnahmslos in ihre jeweiligen projekte vertieft oder zumindest gaben sie dies vor und viel zu beschäftigt um zum tee zu erscheinen trotzdem wurde der salon eingedeckt tag für tag jahr für jahr eine tradition die zu tief verwurzelt war als daß man mit ihr brechen wollte logan nahm ein gefaltetes blatt aus seiner jackentasche die liste mit namen die olofsson ihm besorgt hatte und überflog es rasch gegenwärtig hatte das lux 82 fest angestellte forscher sowie 70 assistenten die sie unterstützten dazu kam ein administrativer stab von 54 personen sowie 30 köche wachleute gärtner hilfskräfte hausmeister und verschiedene andere handwerker die das institut am laufen hielten von diesen rund 200 personen enthielt olofsons liste ganze fünf zum wiederholten mal las logan das nur einen absatz lange dossier von person nummer drei einem dr terence mccarthy dann steckte er die liste zurück in seiner tasche und blickte sich im raum um die wand gegenüber dem eingang war behängt mit brokatverzierten schweren vorhängen ernährte sich den vorhängen und folgte ihnen bis in eine ecke des raums hier befand sich eine tür in der wand klein und halb versteckt hinter dem letzten vorhang logan öffnete die tür und stand vor einem schmalen dunklen gang er folgte seinem verlauf bis zu einer zweiten tür die er ebenfalls öffnete dahinter erwartete ihn eine überraschung eine weitläufige dachterrasse eingerahmt von einer marmor balustrade mit einem herrlichen ausblick auf die parkanlage und das aufgewühlte meer dahinter das endlos gegen den felsigen strand brandete das haupthaus erstreckte sich zu beiden seiten und endete in den angebauten zur küste zeigenden flügeln auf der terrasse stand eine reihe von runden niedrigen glastischen mit schmiedeeisernen stühlen nur einer der stühle war besetzt ein mann in einem braunen anzug mit einem dichten schopf schwarzer haare und durchdringenden blauen augen saß darauf und beobachtete logan argwöhnisch logan genoss noch einen weiteren moment die aussicht ehe er sich umwandte und sich neben dem mann auf einen freien stuhl sinken ließ sie sind dr mccati fragte er nennen sie mich terrence ich hatte keine ahnung von der existenz dieser terrasse niemand weiß dass es sie gibt das ist der grund warum ich sie als treffpunkt vorgeschlagen habe der mann runzelte die stirn ich weiß wer sie sind dr logan wie sie sich vielleicht denken können bin ich nicht besonders scharf auf diese unterredung aber gregory hat mich gedrängt zu zu stimmen er sagte er zuckte die schultern dann möchte ich sie beruhigen erwiderte logan ich untersuche die umstände von will strachys tod bevor er starb haben einige andere bewohner des lux sagen wir von einer reihe ungewöhnlicher vorfälle berichtet ich werde ihnen nicht sagen wer diese leute sind oder was sie erlebt haben genauso wenig wie ich den anderen von ihnen erzählen werde was sie mir anvertrauen ist streng vertraulich und bleibt es auch wenn sie wie sie sagen wissen wer ich bin dann können sie sich auch denken dass meine arbeit eine menge diskretion beinhaltet die details dessen was sie mir erzählen werden den ausgesprochen hübschen rahmen dieser unterhaltung nicht verlassen während logan sprach musterte mccarthy ihn aufmerksam und der argwohn schwand allmählich aus seinem gesicht als logan verstummte nickte er also schön fragen sie was sie wollen als erstes würde ich gerne ein wenig mehr darüber erfahren was sie hier am lux machen ich bin linguist ein interessantes gebet wie man mir gesagt hat als mccarthy nichts mehr hinzufügte fragte logan könnten sie ein wenig genauer werden was hat meine arbeit mit unserer unterhaltung zu tun es könnte nützlich sein mccarthy bewegte sich unruhig in seinem stuhl sie sagten sie wären diskret absolut weil ich horrorgeschichten gehört habe von putzfrauen die bestochen wurden um abfall aus den büros und laboren zu sammeln und vom campus zu schaffen nicht hier am lux verstehen sie mich nicht falsch aber bei anderen instituten anderen think tanks es gibt eine menge konkurrenz da draußen zu viele forscher nicht genügend ideen ich verstehe mccarthy seufzte im wesentlichen erforsche ich die frage ob coach sprechen also die verwendung unbekannter oder wenig bekannter sprachen oder dialekte zum übermitteln geheimer informationen auf die digitale kryptographie übertragbar ist logan nickte insbesondere vergleiche ich relativ bekannte sprachen wie navajo oder den philippinischen dialekt des maranao mit wirklich obskuren sprachen wie akurio oder tuscarora die beide nur von einer handvoll menschen gesprochen werden ich versuche festzustellen ob die grammatiken die syntaktischen qualitäten und andere faktoren dieser sprachen effizient in ein verschlüsselungssystem übertragbar sind das nicht auf primzahlen basiert auf substitution oder den anderen in der heutigen kryptographie verbreiteten digitalen methoden klingt faszinierend allerdings bin ich überrascht dass das lux keine einwände erhebt warum bei mir scheint dass diese art von forschung falls erfolgreich das interesse des militärs wecken könnte ein neues verschlüsselungssystem könnte militärisch genutzt werden mccarthy lächelte dünn alles kann militärisch genutzt werden dr logan und es wäre naiv etwas anderes zu glauben tatsache ist jedoch wenn meine arbeit erfolgreich ist würden die algorithmen die grundlage bilden von proprietären mikroschips also proprietär im sinne von patentiert gemeinsam von mir und dem lux die in dingen wie routern oder mobiltelefonen eingesetzt werden vergessen sie das militär vergessen sie konventionelle kriegsführung die wirkliche gefahr ist das web es ist notorisch unsicher identitätsdiebstahl kreditkartenbetrug abgeräumte bankkonten und dabei sind nur individuen betroffen energieversorger die core router das internet backbone die luftverkehrskontrolle ganz zu schweigen von den geheimen regierungsprotokollen die unser land sicher machen sollen nichts von alledem ist annähernd so sicher wie es sein sollte das ist ein riesiges problem in meinen augen und natürlich mich auch in den augen der direktoren vom lux logan nickte erneut es hörte sich tatsächlich nach einer faszinierenden arbeit an patentiert gemeinsam von mir und dem lux faszinierend und potenziell äußerst lukrativ meccati winkte ab aber das reicht doch wohl über mich machen wir weiter wie sie wünschen warum erzählen sie mir nicht in ihren eigenen worten von diesem ähm vorfall meccati verstummte er schwieg so lange dass logan schon befürchtete er habe seine meinung geändert dann setzte er sich auf und deutete über die balustrade nach draußen sehen sie diese felsformation dort draußen hinter dem japanischen garten logan blickte in die angezeigte richtung er bemerkte einen großen schwarzen felsen mit glatter oberseite umgeben von einer reihe kleinerer steine die sich aus dem üppigen grünen gras erhoben sie lagen im spätnachmittäglichen schatten des westflügels an warmen tagen pflegte ich nach dem mittagessen dort zu sitzen und meinen gedanken nachzugehen es war dort immer ruhig und friedlich ich sah hinaus auf das meer und dachte darüber nach was ich am morgen erreicht hatte oder auch nicht und sammelte meine gedanken in vorbereitung auf den lagen ich sprang vielleicht vor sechs wochen an einem dienstag ich schob es diesmal er schluckte es geschah wieder nur diesmal war es schlimmer viel schlimmer ich wollte nicht auf den ozean starren ich wollte zu ihm hinunter zum meer hinunter ins meer hinein und immer weiter laufen ich erhob mich es war ein furchtbares gefühl wie in einem albtraum ich wußte genau was ich tat ich wollte es nicht und konnte es trotzdem nicht ändern es war wie ein fremdgesteuerter zwang der meinen eigenen willen überlagerte schweißperlen erschienen auf meccatys stirn und erwischte sie mit dem handrücken weg und da war außerdem eine stimme eine stimme in meinem kopf die nicht meine eigene war was hat sie gesagt sie sagte ja ja geh 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 jetzt meccati atmete schaudernd ein ich machte einen schritt auf das meer zu dann einen weiteren und dann keine Ahnung wie ich es geschafft habe war ich im stande es zu beherrschen nicht vollständig aber es reichte aus ich wandte mich um und schlug mit der faust gegen den felsen mehrmals er hob eine hand und zeigte loben die immer noch bandagierten knöchel der schmerz half und dann dann schrie ich ich schrie so laut ich konnte um die fremde stimme aus meinem kopf herauszuhalten um sie zum verstummen zu bringen er schwieg und saß minutenlang brütend da bevor er fortfuhr dann war sie weg einfach so die flüsterstimme dieser entsetzliche drang mich selbst zu ertränken es war als wäre ein eiserner wille der besitz von meinem körper und meinem verstand ergriffen hatte plötzlich exorziert worden ich habe in meinem ganzen leben noch nie so etwas erlebt es war grauenvoll wirklich grauenvoll ich atmete tief durch dann sah ich mich um und bemerkte zwei leute im japanischen garten die mich entgeistert anstarrten logan nickte auf diese weise war der zwischenfall bekannt geworden man hatte meccati dabei gesehen wie er mit der faust gegen den felsen geschlagen und dabei laut geschrien hatte logan kam ein unangenehmer gedanke fünf zwischenfälle waren aktenkundig mit drei der betroffenen personen hatte er bisher gesprochen einschließlich meccati nur eine davon war beim institutsarzt gewesen die anderen waren beobachtet worden wie viele weitere personen überlegte logan mochten ebenfalls etwas eigenartiges bemerkt bemerkt oder erlebt haben ohne beobachtet worden zu sein und ohne den zwischenfall gemeldet zu haben das war es fragte er laut das war es keine weiteren vorkommnisse keine wiederholungen keine stimmen keine zwänge kein gefühl gegen den eigenen willen besessen zu werden nein nichts aber ich war nie mehr dort drüben meccati nickte in richtung der felsen und ich werde auch nie wieder dorthin gehen es gibt reichlich andere schöne plätze auf dem gelände für eine nachmittägliche meditation bemerkte logan das ist richtig meccati drehte sich langsam zu ihm um und fixierte ihn erneut mit seinem forschenden blick da wäre noch etwas das sie wissen sollten ich habe einen abschluss in medizin tatsächlich habe ich einige jahre als arzt praktiziert bevor ich in die linguistische forschung gegangen bin ich habe an der john hopkins medical school graduiert mit dem besten ergebnis meines jahrgangs ich habe meine zeit als assistenzarzt an einem der hektischsten krankenhäuser an der gesamten ostküste verbracht in der chirurgie das eine brutale erfahrung zu nennen wäre noch untertrieben von den 15 assistenz ärzten die mit mir zusammen angefangen hatten haben sechs aufgehört vier weitere wechselten das krankenhaus einer hat sich das leben genommen ein anderer schlief am steuer ein vollkommen erschöpft und starb als sein wagen von einer brücke stürzte nur drei von uns haben es geschafft und wissen sie was während all der jahre an der john hopkins ging mein puls nur dann über 60 wenn ich im fitnessstudio auf dem laufband stand ich bin nicht in hektik ich werde konzentrierter und ich kriege es nicht so leicht mit der angst zu tun denken sie daran diese fakten mental an die geschichte zu heften die ich ihnen eben erzählt habe das werde ich sind wir fertig wir sind fertig logan blickte sich erneut um hätten sie etwas dagegen wenn ich noch eine weile sitzen bleibe und die Landschaft in mich aufnehme solange denn so eine herrliche Aussicht ruinieren logan lehnte sich in seinem stuhl zurück ich würde nicht im traum daran denken logan mochte das blue lobster gleich in dem moment als er die bar zum ersten mal betrat es war angenehm dunkel und unpretentiös die luft bierschwanger anders als viele der vornehmen trendigen restaurants in der stadt bestand die speisekarte lediglich aus vier gerichten hingekritzelt auf eine schwarze tafel über dem tresen fisch und fritten cheeseburger hummer sandwich und muschelsuppe das lokal lag im ersten stock der newport commercial fishermen's cooperative es war erst sechs uhr und noch hell und durch die nach westen gehenden fenster konnte man fischerboote sehen die zu den kais tuckerten um den tagesfang abzuladen als sich seine augen an das halbdunkel gewöhnt hatten sah er die person wegen der er hergekommen war eine schlanke frau anfang dreißig mit langen brünetten haaren dunklen augen und einem herzförmigen gesicht sie saß an einem der stark zerkratzten holztische an der fenster wand sie erhob sich als er näher kam lächelte ein wenig schüchtern oder auch aus verlegenheit pamela flut sie hatte vor nicht ganz einer stunde die nummer auf der visitenkarte angerufen die er ihr dagelassen hatte sich für ihre schroffheit am morgen entschuldigt und ihn gefragt ob sie ihn auf einen drink einladen dürfe sie gaben sich die hand und setzten sich eine kellnerin mit wettergegerbtem gesicht trat an ihren tisch ihre arme waren so muskulös als habe sie selbst ein oder zwei jahrzehnte auf einem fischerboot verbracht was darf sein fragte sie logan logan sah pamela fluts getränk an auch ein sam adams bitte alles klar die frau wandte sich ab und stapfte durch das dämmerlicht davon danke sehr dass sie gekommen sind sagte pamela flut sie lächelte immer noch danke sehr für die einladung miss flut bitte nennen sie mich und ich möchte mich noch einmal entschuldigen für die art und weise wie ich sie heute morgen praktisch vor die tür gesetzt habe schon gut kein problem ich wurde schon aus besseren häusern geworfen beide lachten das bier traf ein und logan hob sein glas also liegt die architektur in der familie mein urgroßvater und mein großvater waren architekten mein vater war anwalt sagen sie auf der familie so etwas in der art sie lachte auf ich habe schon mit zwei jahren lego häuser gebaut meine ganze kindheit habe ich mit bauplänen und konstruktionszeichnungen und abbildungen verbracht mir ist niemals in den sinn gekommen etwas anderes zu machen sie nahm einen schluck bier hören sie seit sie heute morgen das haus verlassen haben fiel mir auch noch ein wo ich ihr gesicht schon einmal gesehen hatte auf der titelseite des people magazine da fühlte ich mich noch schlechter also dachte ich das mindeste was ich tun könnte wäre sie auf einen drink einzuladen ihnen zu erzählen warum ich mich so verhalten habe und herauszufinden was genau sie überhaupt von mir wissen wollten logan trank von seinem bier ich bin ganz ohr es ist nämlich so sie zögerte sie sind nicht der erste der bei mir aufgetaucht ist und die alten pläne sehen wollte tatsächlich logan setzte sich auf erzählen sie mir mehr darüber es war vor ungefähr sechs monaten die türglocke ging und ich öffnete ein Mann stand vor mir ich wusste sofort dass er kein potenzieller klient war woran haben sie das gesehen wenn man so viele bauprojekte durchgeführt hat wie ich kriegt man einen blick dafür man weiß es einfach wie dem auch sei er fing an fragen zu stellen wollte die original pläne von dark gables einsehen er bot mir geld an eine ganze menge geld sogar nur für einen kurzen blick darauf irgendetwas an ihm rief ein ungutes Gefühl in mir hervor also sagte ich ihm dass die pläne nicht mehr verfügbar wären aber er wollte nicht gehen er weigerte sich mein nein zu akzeptieren blieb vor meiner tür stehen und fragte immer weiter wo die pläne jetzt wären wie er an sie herankommen könnte wen er dafür bezahlen müßte für einen moment befürchtete ich er könnte versuchen sich gewaltsam zutritt zu verschaffen um das Haus fragte logan er gab mir eine visitenkarte eine firma von der ich noch nie gehört hatte iron fist oder etwas in der art ich habe sie weggeworfen wie sah der man aus sie überlegte kurz dazu kann ich nicht viel sagen es war spät im winter er trug eine dunkle sonnenbrille und einen hut und hatte den mantelkragen hochgeschlagen ungefähr ihre Größe aber schwerer sie hielt inne um einen weiteren schluck von ihrem bier zu trinken es war mehr sein verhalten als sein aussehen das mir angst machte irgendetwas an ihm war unheimlich er wirkte bedrohlich obwohl er keinerlei drohungen ausgestoßen hatte fast hätte ich die polizei gerufen aber was hätte ich denen sagen sollen danach hatte ich für einige wochen das eigenartige gefühl verfolgt zu werden nichts das ich mit sicherheit hätte sagen können nur so ein eigenartiges gefühl verstehen sie und aus dem grund haben sie mich abblitzen lassen kann ich ihnen nicht verdenken aber seit ein paar monaten ist alles wieder normal er kam kein zweites mal vorbei ich hatte also keinen grund mich ihnen gegenüber so zu verhalten die glasscheiben der fenster klapperten unter der druck welle aus dem signal horn eines sich nähernden schiffes warum erzählen sie mir nicht aus welchem grund sie die baupläne von dark gables sehen möchten fragte sie ich meine schließlich gibt es am lux kopien davon wir haben sie als grundlage für den umbau des westflügels benutzt logan drehte das glas zwischen den händen während er versuchte zeit zu schinden hat es mit will strachys tot zu tun fragte sie unvermittelt logan hob überrascht den blick sie wissen sicherlich dass ich mit ihm zusammen an den plänen zur renovierung des westflügels gearbeitet habe ja eine tragödie er war so ein netter man wie war die zusammenarbeit mit ihm großartig abgesehen von der tatsache dass er sich wirklich leidenschaftlich für die architektur begeisterte er wollte jedes noch so kleine detail verstehen wie ist er ihnen während der letzten wochen vor seinem tod vorgekommen kann ich nicht sagen ich hatte ihn seit fast drei monaten nicht mehr gesehen ist das nicht ungewöhnlich ich meine sie haben immerhin mit ihm zusammen am umbau des westflügels gearbeitet sie zuckte die schultern nachdem die rohbauarbeiten abgeschlossen waren zog er einen polier hinzu der die tägliche arbeit überwachte einen polier sie nickte erinnern sie sich an seinen namen tut mir leid er war nicht von hier was hat das alles überhaupt mit Willards tot zu tun dazu kann ich nichts sagen leider die angelegenheit ist sehr sensibel er zögerte er konnte natürlich etwas erfinden doch die wahrheit brachte vermutlich bessere ergebnisse zutage außerdem verriet ihm sein instinkt dass er Pamela Fluth vertrauen konnte obwohl er sie kaum kannte das Lux ist ein extrem zurückhaltendes Institut oh ich bin gut darin meinen Mund zu halten sie wären überrascht wie viele Geheimnisse die Leute in ihre Häuser einbauen wollen also rein zufällig ist es genau das wonach ich suche ein Geheimnis wir sind nämlich im Innern des Westflügels auf ein äußerst ungewöhnliches architektonisches Detail gestoßen sie sah ihn zweifelnd an ein Detail eines das seit Jahrzehnten verborgen war es ist auf keiner der im Lux verfügbaren Bauzeichnungen zu sehen deshalb war ich neugierig ob ihr Großvater über einen Plan verfügte der Licht auf das Rätsel werfen könnte ein Detail sagte sie erneut sehr mysteriös sie lehrte ihr Bierglas ich sage ihnen was wir tun in der Tat habe ich die Pläne meines Großvaters noch einschließlich der ursprünglichen Pläne und der Umbaupläne für Dark Gables wenn sie Zeit hätten mich in meinem Büro zu besuchen sagen wir übermorgen könnten wir sie zusammen durchgehen was halten sie davon logan lehrte sein Glas ebenfalls sagen sie einfach wann sagte er ja ich habe ihn gesehen sagte Roger Carbone das ist kein Geheimnis und wann genau war das die beiden Männer saßen an einem Tisch in dem geräumigen Labor das Carbone mit einem anderen Wissenschaftler teilte vielleicht zehn Minuten vor seinem Tod schätze ich es war auf dem Korridor im Erdgeschoss nicht weit von der Haupttreppe Er wurde eskortiert wenn ich mich recht entsinne Er wurde zur Besucher Bibliothek gebracht murmerte Logan mehr zu sich selbst als zu Carbone Er hatte bereits mit den Sicherheitsleuten gesprochen die Strachey weggebracht hatten Sie hatten ihm nicht weiterhelfen können Logan sah den Evolutions Psychologen an Hat er irgendetwas gesagt? Er war zu sehr damit beschäftigt Schaum vor dem Mund zu produzieren Mal wieder einer von Carbens extrem geschmacklosen Kommentaren Aber Logan ließ sich nicht ködern Er hatte die Liste von Mitarbeitern und Forschern fast durch die er wegen Strachey befragen wollte und weil er gewusst hatte dass es nicht angenehm werden würde hatte er Carbone bis zum Schluss aufgespart »Damit waren Sie der Letzte der Will Strachey lebend gesehen hat vermutlich Roger Roger Ich frage mich Sie sind doch Psychologe Haben Sie eine Theorie was Dr. Strachey widerfahren sein könnte? Ich bin Evolutions Psychologe kein Diagnostiker Sie weigern sich also strikt eine Vermutung anzustellen was die zugrunde liegende Ursache angeht? Carbone stieß den Atem aus Also schön um es ganz nüchtern zu sagen Willard hatte den Verstand verloren Logan runzelte die Stirn ganz nüchtern betrachtet Es passiert häufiger als man glaubt Brillante Wissenschaftler sind womöglich noch öfter betroffen als andere Selbst brillante Wissenschaftler die sagen wir ihre beste Zeit hinter sich haben Wo wir davon reden Perry Maynard hat mich informiert dass sie sich dafür eingesetzt haben Will Strachey mit der Renovierung des Westflügels zu beauftragen Carbone antwortete nicht darauf rieb sich stattdessen den Sigmund Freud bat Sie scheinen Freude daran zu haben sich in die Angelegenheiten anderer Forscher am Lux einzumischen fuhr Logan fort Wenn sie damit auf meine Bemühungen anspielen sie zu demissionieren das war nichts Persönliches Ihre Arbeit war pseudowissenschaftlich Pocus Pocus entsprach nicht den Standards des Looks Im Fall von Willard sah ich nur ein Stück langsam dahin vegetierendes menschliches Material das man einem besseren Verwendungszweck zuführen konnte Warum der Westflügel Warum nicht Es musste erledigt werden Wenn ich allerdings gewusst hätte dass er dicht davor war über zu schnappen hätte ich das nicht vor geschlagen Er schüttelte den Kopf all dieses Geschwitz von Stimmen im Dunkel Logen blickte auf Wann war das Als er an mir vorbeiging Wann sonst Sie sagten er hätte nicht mit ihnen geredet Hat er auch nicht Er hat mit sich selbst gefaselt Logen sah ihn abschätzend an Sie glauben ich wäre irgendwie verantwortlich empörte sich Karben Sie meinen Willard hätte mir die Schuld gegeben dafür dass er sich um den Westflügel kümmern sollte und dass er deswegen am Ende übergeschnappt ist das ist lächerlich Logen Das habe ich nicht gesagt erwiderte Logen Wenn Sie nach einem Skalp für Ihre Sammlung suchen dann reden Sie mit Strachys Assistentin dieser Griechin Sie hat es auf seinen Stuhl abgesehen von ihrem ersten Tag in diesem Institut an Das habe ich bereits sagte Logen und stand auf Schönen Tag noch Roger Machen Sie die Tür hinter sich zu sagte Karben während er sich ebenfalls erhob Logen den Rücken zuwandte und zu seinem Schreibtisch ging und passen Sie auf dass Sie nicht auf irgendwelchem Ektoplasma ausrutschen Logen war noch nicht durch die Tür als eine Frau in der anderen Tür des Labors erschien Herr Doktor Logen haben Sie einen Moment Zeit Selbstverständlich Logen betrat einen weiteren Laborraum mit einem großen Schreibtisch auf dem nicht weniger als drei Computer und vier Flachbildschirme standen Ein Regal an der Wand beherbergte mindestens ein halbes Dutzend Bladeserver Küchtiger Himmel entfuhr es Logen Arbeiten Sie damit oder reparieren Sie die Dinger Die Frau lächelte Sie schloss die Tür und bedeutete Logen Platz zu nehmen Ich arbeite damit Ich bin Elektroingenieurin Fachrichtung Quanteninformatik Logen nickte Die Frau Er hatte sie ein oder zweimal beim Abendessen gesehen war überraschend jung sehr dünn mit faszinierenden tiefschwarzen Haaren und tief liegenden Augen Ihre Bewegungen waren schroff und abgehackt wie die eines Vogels Obwohl sie Logen immer noch freundlich anlächelte schien sie in einen unsichtbaren Schleier aus Melancholie gehüllt zu sein Sie setzte sich neben Logen auf einen freien Stuhl Bitte entschuldigen Sie ich bin Laura Benedikt Ich habe sie hereingebeten weil ich ohne es zu wollen ihre Unterhaltung mit Roger Carbone mit angehört habe Ich wollte mich für sein Benehmen entschuldigen Danke aber das ist wirklich nicht nötig Roger ist ein außergewöhnlicher Wissenschaftler aber er ist zugleich auch ein Schulhof Rüpel der nie erwachsen wurde Er reißt immer noch gern den Fliegen die Flügel aus Es klingt als wäre er nicht gut mit Willard Strachey zurecht gekommen Sie waren nicht die besten Freunde andererseits bürstet Roger eine Menge Leute gegen den Strich Sie seien aus ihren durchdringenden Augen an Niemand hat etwas Offizielles verlautbaren lassen aber ich kann mir denken warum Sie hier sind Sie stellen Nachforschungen an wegen Wills Tod habe ich recht Das ist korrekt Logan zögerte Haben Sie gesagt Ihr Name sei Laura Benedikt Die Frau nickte Das trifft sich gut Sie und Dr. Karben waren die beiden Letzten auf meiner Liste von Leuten mit denen ich reden wollte Laura Benedikt sah ihn fragend an Bitte verzeihen Sie aber ich muss diese Frage stellen Am Nachmittag nach Will Strachys Tod wurden sie gesehen auf einer Bank an der Klippe über dem Meer Sie hatten die Arme verschränkt und schaukelten vor und zurück Die Person die diese Beobachtung gemeldet hat sagte an einem Punkt seien sie aufgestanden und zum Rand der Klippe getreten Sie hätten so verzweifelt gewirkt dass der Beobachter fast die Sicherheitsleute gerufen hätte aber dann seien sie zur Bank zurück gekehrt und während Logan noch sprach füllten sich die Augen der Frau mit Tränen Sie fing an zu schluchzen zuerst ganz leise dann lauter man musste kein Empath sein wie Logan um zu sehen dass die Frau von Trauer übermannt war Logan fühlte sich unbehaglich angesichts der Heftigkeit der von ihm hervorgerufenen Reaktion und verstummte